Liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA Roleplay. Mein Name ist Dennis und heute ist Waddiweiß großer Tag. Ihr werdet heute sehen, warum. Ich hoffe, euch geht's gut. Bald Weihnachten, Leute. Wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, dann checkt gerne mal displayed.com aus und gebt dort Lucky5 einen Nutz. Aber dazu den Link in meiner Videobeschreibung, weil dann bekommt ihr nämlich noch Rabatt. Und, was auch super toll ist, Leute, der Lucky5 Mudge Store. Holt euch ein Waddis Brause-T-Shirt. Ja! Na ja, auf jeden Fall. Alles klar. Ja, ich verstehe das. Super. So, und ich freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen im Stream. Ja, wir legen direkt los. Ich muss ganz kurz eine Kleinigkeit erzählen, weil sonst wird es wieder 120 Mal gefragt und ich will das Thema direkt beiseite haben. Der Streamer hinter Exo hat einen Permabun auf Lucky5 bekommen. Er hat in seinem Stream, hat er das mal erklärt, warum. Ja, bitte fragt jetzt nicht hundertmal nach, weshalb. Es gab da OOC-Beeinflussungen mit anderen Spielerinnen und Spielern und deswegen hat das Team, nicht ich, ich habe den Permabun nicht ausgesprochen, sondern der Support, da waren sehr viele Supporter in dem Fall involviert. Die haben diesen Permabun ausgesprochen und das Ding an diesem Permabun ist, Exo kann nach 30 Tagen einen Entbannungsantrag stellen, den man immer stellen kann, wenn man möchte. Ja, also das dazu, ja. Also nochmal ganz, ganz, ganz kurz von mir dazu bitte jetzt nicht hundertmal nachfragen. Wir werden das Thema, haben wir jetzt einmal thematisiert und dann ist das auch schon beendet. Ja, so. Dann geht es auch heute schon los. Ich, ähm, boah, ich habe lange keinen RP mehr gespielt. Warum habe ich denn hier Paracetamol? Ich habe jetzt bestimmt eine Woche lang keinen RP mehr gespielt. Ich bin direkt raus, ne. Ich bin übelst raus, Chat. Ich bin übelst raus. So, warte mal. Äh, Kühlschrank. Käsehäppchen. Ach ja. Ach ja. Guck mal hier. Ähm, rote Weintraube. Morgen gibt es übrigens auch einen Stream am Montag. Äh, Kyros. Ist klar. Hanni war wieder zu Hause. Äh, am Montag gibt es auch einen Stream ab 13 bis 20 Uhr GTA RP. Okay. So. Äh. Aber Angst, was heute alles passieren wird? Es waren fünf Tage. Guck mal, da weiß jemand besser Bescheid als ich. So, ich habe jetzt meine Grafikmods. Das ist alles ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, dass das alles jetzt hier so funktioniert ohne Probleme. Ich habe nämlich, keine Ahnung, ich habe hier den Singleplayer. Boah, Alter, das Game sieht aber übelst sick gerade aus. Ich habe ja den Single, den, den, äh, das DLC gespielt die ganze Zeit. Und deswegen kann es sein, dass die Grafik, äh, irgendwie anders aussieht als sonst. Ich bitte euch, ähm, wir müssen auf jeden Fall das Game heller machen. Das können wir wahrscheinlich hier gerade nicht machen, ne? Oh nein, das können wir hier nicht machen. Na gut, egal. Weil geht eigentlich von der Helligkeit. Boah, Alter, wie schön NVE einfach aussieht, ne? Ich bleib dabei. Also NVE ist so schön. Ich finde es so nice. Guck mal, die Lichtstrahlen auch, ne? Boah. So. Äh, ach du meine Güte. Ähm, ach du meine Güte. Ruf einfach mal irgendwo an. Ach du meine Güte, Muskehra, was wollte denn der heute? Äh, so. Ein Auto wäre ganz gut. Schneit es gerade? Sag mal, kann das sein, dass es schneit? Es schneit. Geht aus wie Asche. Aber es schneit. Hallo. Hallo, na, was geht ab? Äh, ich bin gerade beim Weihnachtsmarkt tatsächlich. Ja, ich würde ja auch gerne da hinkommen, aber ich habe kein Auto. Sollte ich dich abholen? Das wäre, oh, das wäre aber nett. Ja, mache ich kurz. Dann warte ich kurz, ja? Bis gleich. Ciao, ciao. Hey Leute, es gibt jetzt einen Weihnachtsmarkt auf Lucky Five und den habe ich selber noch nicht gesehen. Ich bin so gespannt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz, ich kann mal in der Zeit gucken, ob wir eine E-Mail haben. Ähm, bei Waddis Brause und dann gucke ich LSPD-Mails durch. Ich traue mich gar nicht, ich traue mich so gar nicht, in die LSPD-Mail zu gucken. Ich traue mich gar nicht. Doch, man sieht schon, dass es Schnee ist. Guck mal, das sind Schneeflöckchen. Ich traue mich gar nicht, Chat. Ich traue mich nicht, da rein zu gucken, weil ich es brause. Brause, ja. Sehe keine Mail, toll. Das läuft ja schon mal. Und melde dich ab. Bäh. Alter Weiß. Anmelden. Benjamil. Ohohohoho. Oh no. Oh no. Hallo Chief, die SD40. Milos hat mir soeben erzählt, dass ein gewisser Estrieller ein guter Freund von ihm sei. Angeblich seien Informanten, dieser Freund begeht gern Tankstellenüberfälle und wurde heute dabei gesehen. Milos meinte, er hat mir versprochen, dass er sowas nicht mehr nochmal macht. Ich finde das ziemlich fragwürdig und deshalb melde ich es Ihnen als Dienstaufsichtsbeschwerde. Okay. Und dann noch etwas in eigener Sache. Ich hatte vergessen, auszustempeln. Okay. Hallo, Mr. Miller. Ist das Mr. Miller oder? Hallo. Das mit dem Ausstempeln ist kein Problem und kann mal passieren. Bitte achten Sie in Zukunft, äh, Zukunft darauf. Des Weiteren haben, haben Sie den Herrn denn, denn, denn stellen können. Wäre wichtig, weil außerdem kann der Herr Milos, der kann ja nichts dafür, wenn sein Kumpel so eine Scheiße macht, oder? Oder, Chad? Also, wo war denn der Name jetzt? Okay. Ähm, hallo erstmal. Collins und Carsten waren gestern gemeinsam auf dem Weihnachtsmarkt. Ach, Collins. Die hat ein Rückgrat, ne? Wie ein Backstein. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe meine E-Mail-Post auch geguckt. Ich bin am sterben. Warum? Es sind gefühlt 30 E-Mails. Oh nein. Oh nein. Das hört sich noch sehr viel Arbeit an. Äh. Weihnachtsmarkt? Wo ist denn der Weihnachtsmarkt? Äh, am Mirror Park. Und ist der schön? Ja. Was gibt's denn da so? Äh, gerade ganz viel Livemusik. Äh, Ariane Barnes ist auch da. Oh Gott, dann soll man wieder fahren. Schneid, ne? Ja. Boah, muss mir mal einen Schall gleich kaufen gehen. Dann sehe ich aus wie ein Modedesigner. Wir haben dir gestern einen Weihnachtspulli gekauft. Mir hast du einen Weihnachtspullover gekauft? Ja. Und hast du auch einen Weihnachtspullover? Ja, ich habe ihn an. Stimmt, sieht gut aus, ey. Warte mal. Boah. Warte mal, warum bist du denn so klein? Kannst du überhaupt das Lenkrad gucken? Ja. Du bist aber ein... Wie klein bist du denn? Fällt mir gerade mal auf. Sitzt du im Boden? Sitzt du im Fasen? Naja. So. Wie habe ich jetzt Hunger auf Schoki? Äh, Schokolade meine ich. So. Was? Jetzt bin ich aber gespannt hier. Ja. Uh. Bin mir gespannt, wo wir jetzt hier parken. Der Dönermann ist auch hier. Der Kippabmann. Der Dönermann ist auch da. Hier kannst du doch hier auf dem Grünstreifen... Achso, ist rot, ne? Nee. Kannst du doch da parken? Oh, guck mal, ein Cola-Truck. Was ist das denn? Ja, ist der Wahnsinn. Ich will den fahren. Lass Dreck kaufen. So. Okay, klar. Warum nicht? Ich sehe auch aus, als ob ich da arbeiten würde bei E-Cola. Was hast du denn auf dem Kopf? Das sieht super aus. Ich bin im Partner-Look mit Fee. Was? Ich bin im Partner-Look mit Fee. Das sieht wirklich... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich habe dir einen Weihnachtsbaum für auf dem Kopf gekauft. Ein Weihnachtsbaum? Ja, du hast eigentlich voll das Weihnachtsoutfit bekommen. Aber wo? Ja, im Kleiderschrank. Wo sonst? Oh, das ist aber schön hier. Wo man seine Kleidung halt aufbewahrt. Ach, guck mal da, der Baum. Ja. Das ist nicht der einzige Baum hier. Mhm. Dann mach mal eine Hundführung, ne? Ja, hier links sehen sie den Stand von DOL. Die verkaufen Glühwein. Echt jetzt? Ja. Hast du schon einen getrunken? Nein. Ich liebe Lucky5-Chat. Ich hätte die Auto gefahren. But in your dreams, whatever they be... Auch ist das schön, oder? Ja. Ja, ganz emotional. Ich bin sentimental. Hallo. Tschüss. Die Musik ist so leise. Ja, richtig. Hier rechts ist auch irgendein Stand. Keine Ahnung. Ist das hier? Ice Cream. Ice Cream. Verkauft. Können wir mal fragen, was es hier gibt. Ich hab 1 Dollar, ich hab 39 Cent dabei. Hast du Geld dabei? Ja, ich hab 96 Cent dabei. Wir können uns halt immer was leisten. Wir haben Sugar Mami viel dabei. Die steht da hinten auf der... An der Bühne. Keiner. Hallo. Ja, hier rechts ist Aphrodonis. Unschwärts zu erkennen. Oh Gott. Mit den ganz vielen Pullovern. Frau Barnes, wo ist die denn? Ja, auf der anderen Seite beim Friseurladen. Ach so, ich dachte, die sitzt schon mit dem Zelt hier. Nein, 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 nein. Ich glaub, die war vorhin mal hier. Ja, aber warte mal, was ist denn das da für ein Stand in der Ecke? Warum hat das LSPD denn keinen Stand hier? Der mit den Pfirsichen, meinst du? Das ist ein toter Stand. Der isst einfach nichts. Okay. Ja. Da gibt's Obst, will keiner. Richtig. Zu gesund. Och, ist das schön hier. Guck mal. Und guck, hier rechts an dem Tisch steht Ariane. Nein, mit dem Weihnachtspullover und diesem Rentiergeweih, was leuchtet. Ach Gott, nee. Ja, doch. Frau Barnes! Das muss ich ja gar nicht... Was machen Sie denn hier? Und dann machen wir so richtig coole... Sind Sie wieder Alkohol am Trinken? Ja, natürlich. Ja, klar. Nur so können wir gut schneiden. Achtet mal, was haben Sie denn für ein Pullover an? Guck mal, Herr Weiß, ist das ziemlich laut? Ja, gar nicht. Oh mein Gott! Was? Oh, das war so bei Kitts. Was ist das für ein Lied? Schön, dass da endlich mal ein echter Cowboy auf der Bühne steht, oder? Cowboy? Auf jeden Fall, wir gucken uns gucken. Ist das nicht Dings hier? Der Kollege von Skinner? Von Natschi. Ich glaube. Also ich sehe vor Bands, ne? Ja, bei dem Kerl, das ist doch ein Cowboy. Ja, ich habe ja einen Cowboy. Ah, ja. Ah, machen die echt gut. Daniels? Herr Weiß! Hallo! Was machen Sie denn hier? Ja, Weihnachtsmarkt organisieren. Schön haben Sie das gemacht. Ja, danke, danke. Warum ist hier eine Kamera? Äh, wir... Ist das ein junges Modell? Wie bitte? Ob das ein junges Modell ist, die Kamera? Die sieht so modern aus. Ja, ganz junges Modell. Also, okay. Ja. Was machen Sie hier? Äh, ich bin in romantischer Stimmung und habe Sie gesucht. Ach so. Ja. Jetzt sollen Sie mir sagen, dass... ...all die Jahre... ...wehen. Ah, mit der jetzt. Keine Weiß. Ist das nicht die Freundin von Herr Winters? Oder Ex-Freundin dazwischen? Ja. Ja. Ex-Freundin? Weiß ich nicht, sie wohnt doch da. Ja. Und sie kehrt doch sein Auto. Ja, ich muss ja weiß, wir haben gerade spontan entschieden, der Weihnachtsmarkt wird verlängert, tatsächlich. Der wird verlängert? Ja, aufgrund der Wetterfeilung. Sie kriegen es ja mit, es schneit ja immer wieder. Ja. Da haben sich einige nicht zum Markt geschafft. Ja. Und deswegen machen wir es jetzt so, wo morgen machen wir einen Tag zu, dann werden die ganzen Gastronomen nachproduzieren und Dienstag machen wir dann wieder auf. Oh, das ist aber schön. Vielleicht kommen sie da auch nochmal vorbei. Ja, sicher. Alter, singen die das live? Singen die das gerade live? In the shallow, shallow, we're far from the shallow now. Jetzt kommt euch wieder die Tatsache. Ribanhof? Ja. Was ist denn hier? Ah, kacke. Ah! 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 Auf Wiedersehen. Oh mein Gott, das war perfekt. Kaya Winters, Freunde, Kaya Winters, diese unglaubliche Stimme. Unfassbares mit. Selber unfassbar. So, danke schön für dein spontanes Vorbeikommen. Sehr, sehr gerne. Oh mein Gott, war das emotional. Ich hab keine Gefühle. Kommst du noch mal kurz wegen der anderen Figur nach? Ja, selbstverständlich. Zugabe! Es geht sofort weiter. Boah, was ein tolles Liebespaar ich da oben auf der Bühne sehe. Hey, Ruhe, wir sind kein Liebespaar, wir sind Freunde. Das hat der Bradley damals auch gesagt. Gut, also ich lass diese wundervolle Frau jetzt mal weitermachen. Magst du, ach so, warte mal. Erstmal wieder unangenehme Stimmung machen. Ich liebe es. Ich liebe es so. Ich liebe es so. Ja, ich würde jetzt noch zwei Lieder spielen und dann war es das für heute. Jetzt schon mal vielen Dank, dass ihr hier wart und so fleißig zugehört habt. Und zwar hat sich... Auch so eine Weihnachtsmütze. Ebenfalls die Hanni gestern noch einen Song von mir gewünscht, den ich... Wo hast du dir einen Song gewünscht, Hanni? ...dann doch nicht gespielt habe, aber das werde ich jetzt für sie tun. Oh, jetzt kommst du. Danach hat sie ein anderer gesungen und dann haben wir sehr viel gelacht, leider. Was krass? Aber ich weiß, wenn sie sich Kleidung kaufen wollen, der stand da vorne mit den T-Shirts. Ich habe 96 Cent dabei. Ja, ich gebe Ihnen eine aus. Echt jetzt? Ja, ja. Hinter dem Zaun ist auch ein Geldautomat. Wo? Das macht dir aber gestern leer. Das kann ich mir vorstellen, dass er gestern leer war. Haben die ihn wieder aufgefüllt? Ja, ja, ich glaube heute übernacht. Die Warns, die sind aber auch nicht stabil, oder? Schnauze erreicht. Bei Frau Banz können sie sich hier die Haare schneiden lassen, das ist wirklich. Weiß ich. Die ist aber betrunken da, lass ich sie nicht haben. Nein, wir schneiden besser, wenn wir einen Glückwunsch getrunken haben. Kann es sein, dass es in dem Song um Feuer geht? Ja. Ist der Song mir gewinnt? Ja. Ja. Kannst du es sein? Ja. Ja. Stand by and we will. Watch the flames burn up and on. The mountainside high. And if we should die tonight, then we should all die together. Grace a glass of wine. Ja, ich. Hallo. Ja, ich bin der Herr der Münze jetzt. Was? Bist du der Herr der Münze? Ich weiß sogar, die geht ja nicht durch mit 95 Cent, weißt du? Du hast selber kaum was auf dem Konto, sag mal ruhig. Ich habe mir ganze Geld einfach nicht ausüberwiesen. Echt jetzt? Ja. Wie viel haben wir denn jetzt? 45.000? Boah. Das ist ja mega. Es schmeckt wirklich wie richtiges Falsch. Lecker, danke. Catch them, Leute. Please. Ich denke, wir haben die Arbeit. Alright! Ich weiß es! I see fire, hollowing stones. I see fire, blood in the breeze. And I see fire, oh you know I saw a city burning down. And I see fire, feel the heat upon my skin. And I see fire, oh I see fire, burn up and on the mountainside. Diese Musik dann im Grunde von Weihnachten, ne? Dankeschön. Jetzt gehst du auf die Bühne und singst. So, letzter Song für heute. Das kann ich gut. Ne, was anderes. Etwas Tanzbares und ich will euch jetzt alle tanzen sehen. Ja, aus City Chief. So, wenn wir nochmal hier sind. Boah, ich hab's an der Hüfte aktuell. Ja? Ah, schwierig. Was? Tja. Naja. Ich hab viel Spaß mit Sweet Home. Ich hab gesehen, du hast gerade eben schon getanzt. Den Robo Dance. Oder? Ja. Auf drei, komm wir machen das alle auf drei gleichzeitig. Den Robo Dance. Ja. Drei. Warte, 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 warte. Ja. Häh? Drei, zwei, eins, go! Oh! Oh! Nein! Komm, sie hat echt Schäfe da gehört! Oder? Guck ich sie jetzt mal, passen sie auf. Oh, ja, ja, sie, sie alle! Wo ist jetzt der Arm? Anni kann das gar nicht so gut. Guck mal, die meint alles falsch. Von Weihnachten, also mit den Robot-Dates, kommen Sie! Sie sehen aus wie so 30 Typer von hinten. Also wenn ich das von hinten sehen könnte, meine ich natürlich. Die Leute sind gerade auf dem Server, Leute. Frau Brands, machen Sie mit! Kommen Sie her, Frau Brands! Machen Sie mit! Machen Sie mit, Frau Brands! Machen Sie mit! Los, Robot-Dates, 3, 2, 1, los, Frau Brands, jetzt! Los! Jetzt! Der Einstieg, jetzt! Jetzt für das Horn! Frau Brands mal, Sie haben's ja drauf! Oh, Mann! Sie machen das ja ganz anders als ich! Machen Sie mit, das Ding! 1, 2, 3! Ja, man muss das Taktgefühl halt kriegen, ne? Hä? Du Scheiße, Mann! Moment, stopp, stopp, stopp! Wir hören doch mal auf! 1, 2, wir müssen den Takt finden, Moment! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Jetzt muss wieder übertrieben werden, einfach kindisch! Ach, Chris, halt's Maul! Direkt, guck mal her! Man darf keinen Spaß im RP haben! Direkt! Will dir ein halber D zu dir? Die soll einmal ganz kurz hin! 6 & 3 is 9, 9 & 9 is 18 Look at the brother, baby, and you'll see what I've seen Baby, don't wanna go Der nächste Song hört von dir, oder? Back to the same old place We hold my sandals So come on Baby, don't you wanna go Den hab ich damals übert, als ich in Russland gelebt hab Come on Baby, don't you wanna go Back to the same old place We hold my sandals Back to the same old place Finds dir das Zeugel Oh nie Sheryl! body making Grind you Kinder Und hier ist unser Moderator So, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und eine schöne Weihnachtszeit vor Weihnachten. Und wir sehen uns. Dankeschön. Schön. Ich habe gehört, Daniel, es gibt dir jetzt eine Weihnachtsmütze aus. Oder? Ich hätte auch gerne so einen Köttler auf dem Kopf wie ihr zwei. Das sieht aus, als ob ich einen Taub auf dem Kopf geschissen hätte. Also doch. Ich würde viel lieber den Weihnachtsbaum an dir sehen, wenn ich ehrlich bin. Wie den Weihnachtsbaum würdest du an mir? Was ist denn der Weihnachtsbaum? Oder wollen sie denn die unartige Elfe sein? Die unartige Elfe? Frau Ivanov jetzt aber. Wollten Sie die uns sehen als unartige Elfe? Frau Ivanov. Die unartige Elfe. Sie sind wieder mal eine. Das ist feestes Weihnachtsfest dieses Jahr. Ja. Sie hat noch nie Weihnachten gefahrt. Ich fühle das richtig, Mann. Sie sind aber auch eine unartige Elfe, Frau Ivanov. Schönen guten Abend. Können wir bitte damit aufhören, danke. Hallo. Na, wie geht's Ihnen, Frau Winters? Haben Sie sehr gut gemacht. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ich finde es super, dass Sie sich von Herrn Winters inzwischen getrennt haben und dass Sie jetzt ihre musikalische Karriere so verfolgen. Wir haben uns nicht getrennt. Was? Wer hat mir das denn erzählt? Das war wahrscheinlich die vom Krankenhaus, glaube ich, die mir das erzählt hat. Naja. Auf jeden Fall. Wie geht's Ihnen? Geht's Ihnen gut? Mir geht's gut, ja. Und Ihnen? Das haben Sie sehr gut gemacht. Auch dieses Duett. Ich muss sagen, ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Aber es sei Ihnen gehört. Dankeschön. Wussten Sie, dass Hanni und ich bald auch ein Duett singen werden? Können Sie mal sagen, wann dann reise ich aus? Nein. Morgen. Echt? Morgen? Ja. Wie viel Uhr? Echt? Wie viel Uhr? Wie viel Uhr? Nein, nicht morgen. Wann denn? Wann denn? Wir müssen erst mal auf einen Song einigen. Okay, ich suche einen Song aus. Oh Gott. Frau Iwanoff. Frau Barnes, wir sind jetzt das Gremium. Okay? Wir zu dritt. Wir müssen einen Song aussuchen, den Frau Marshall und Frau Winters zusammen im Duett singen. Haben Sie einen Vorschlag, Frau Barnes? Ja, der ist Intro-Song von Kars. Was? Der ist Intro-Song von Kars. Das ist schon mal sehr gut. Aladdin, A Whole New World. Oh, das ist gut. Okay, das singen Sie. Nein. Oh Gott. Ich weiß, was Sie singen müssen. Hakuna Matata. Wer von Ihnen ist das Warzenschwein? Oha. Was? Ich sag ja nur. Ich finde Hakuna Matata am besten. Hier, das ist doch ähm... Ich sag alle die... Honey, hattest du... Hattest du mittlerweile vielleicht einen Song im Kopf? Nee, noch nicht. Aber Hakuna Matata stand jetzt nicht ganz oben auf meiner Liste. Aber Hakuna Matata... Und was? Von Sailor Moon. Sailor Moon. Sailor Moon. Weißt du, Fee möchte auch mit dir ein Duett singen. Ja. Ach echt? Okay. Also, Honey, ich hatte mir Gedanken gemacht und hatte überlegt, eventuell was von Coldplay zu nehmen. Schlechte Band. Schlechte Band. Schlechte Band. Was für ein Song von Cold... Eventuell Yellow. Yellow. Yellow Superin. Hört ja wie Rotze. Ja. Frau Banz, Sie haben immer Yellow River. Schlechte Band. Ah Leute, das ist der Insider. Erinnere mich gleich an die Geschichte. Auf dem Tisch standen Kerzen, falls du wirklich möchtest. Ne? Ja, ja, weiß ich. Dann kannst du nebenbei noch Schach spielen. So. Wissen Sie, ich habe mal eine kleine Anekdote jetzt am Rande hier. Ich war mal mit meiner... Ich habe ja noch eine Schwester, eine Halbschwester, wissen Sie, die lebt in Seattle, ne? Und mit der war ich mal in einem asiatischen Restaurant, als ich jung war. Und wir sind ja verwandelt, haben wir uns an den Tisch gesetzt. Und dann kam der Kellner und dachte, wir sind ein Pärchen und hat eine Kerze angemacht. War richtig... War richtig unangenehm. Das klingt extrem unangenehm. Ja. Ich wäre auch aufgestanden. Wirklich. Ja. Aber Hakuna Matata ist... Diesen Spruch sag ich gern. Hier kommt... Kaya, da ist der nächste Duettpartner für dich. Ich kann nicht singen. Ich kann nicht singen. Die Frau Ivanov kann singen. Die wird uns russische Volkslieder singen. Kommt die Ratschwester irgendwo mal nach Los Santos? Bestimmt. Wodka, Wodka, Wodka Gorbatschow. Wie ist sie denn so? Die ist fett. Aber nein. Ich mach nur Spaß. Die ist tatsächlich... Die ist tatsächlich... Die ist tatsächlich... Die Frau Ivanov hört sich drauf zu lachen. Die ist tatsächlich voll berühmt. Die ist Buchautorin. Die hat eine eigene Biografie geschrieben, ja. 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 Das ist so ein... So ein Hentai-Smalti. Richtig. Aber ich würde gerne noch... Ja, natürlich. Ich brette mich heraus. Ja. So. Nein, alles gut. Wir haben genug... Wir haben genug... Ja, Callplay Yellow finde ich gut. Aber Yellow ist ja kein Duett-Song. Also... Man kann aus alles ein Duett machen, wenn man daran arbeitet. Klar. Also wenn ich mir einen Callplay-Song wünschen würde... Wäre es... Boah, lassen Sie mal... Ich höre in letzter Zeit immer... Higher Power müssen Sie singen. Kennen Sie den? Higher Power. Ja. Okay. Nee, den kenn ich nicht. Aber ich höre ihn mir an. Higher Power. Kennen Sie den nicht? War er auch die Dame? Nein. Aber ich höre ihn mir an. Ja, das ist ja gut. Also den müssen Sie ja. Da muss einer... Das können Sie machen, Frau Ivanov. Sie können hier beatboxen. Beatboxen. Alles, was ich anbieten kann, ist Cello. Das war... Was Cello? Können Sie Cello spielen? Ja, ich kann Cello spielen. Als ob. Echt? Und Saxophon. Ich kann auch eine Geige spielen, Saxophon, alles. Ich brauche nur mein Handy. Wow. Ich kann auch eine Handy herweiß. Ja. Oder, was ich auch gut finden würde, wenn Sie My Universe singen würden und Hanni singt den koreanischen Part. Würde ich auch toll finden. Ja, koreanisch spreche ich fließen. Das ist gar kein Problem. Ja, würde ich auch toll finden. Das würde ganz viel Awareness zeigen. Weil dann würden die Leute merken, was für ein offenes, tolles Land Amerika doch ist. Genießt es. Ja, total. So. Okay. Danke. Frau Winters, sagen Sie, was machen Sie nochmal beruflich? Machen Sie das hier professionell? Singen Sie professionell? Kann man davon leben? Ich bin einmal beim DOL. Kann man davon leben? Ich liebe diese Frage. Ja, man kann tatsächlich davon leben. Echt jetzt? Aber ich bin einerseits freiberufliche Musikerin und andererseits fahre ich halt noch Taxi bei Downtown Cab. Ach, stimmt. Sie haben mich ja mal gefahren. Boah, der steht. Ist aber auch wild heute unterwegs. Hab das Gefühl, Aetna ist ausgebrochen. Naja, auf jeden Fall. Oh. Entschuldigung. Nein, das versteht man nicht. Das ist der Vulkan. Oh, Hanni, wirklich gebildet. Ja. Also, Erdkunde 1. Wo war ich nochmal? Wo ist der Aetna? Italien. Wo? Italien? Nein. Oder nicht? Nein, das ist Griechenland. Nein. Ich verwechsel den. Hä? Griechenland hat einen Vulkan? Weiß ich nicht. Du bist echt los. Du weißt nicht, wo der Aetna ist? Also, Herr Weiss, ich dachte... Italien. Der Aetna ist doch nicht in Italien. Wo dann? Seit wann gibt's denn Vulkane in Griechenland? Keine Ahnung. Sag mal, wo warst du denn während der Schulzeit? Hä? Also, der Aetna ist doch Italien. Nein. Da muss ich jetzt mich gerade hart. Wo ist er dann? Nein. Wo ist er denn, Herr Weiss? Was? Der Aetna. Der Vulkan jetzt, ne? Nee. Der Aetna, der ist tatsächlich... Der geil. Der ist tatsächlich bei Paco del Aetna. Der ist jetzt dumm. Nein! Ich glaube, wir müssen dringend gehen. Tatsächlich in Sizilien, Mann, du Klugscheißerin. Ja, das gehört doch zu Italien. Aber dass du als erstes Griechenland sagst, ist ja auch ein Trauerspiel. Nein, ich habe als erstes Italien gesagt. Dann hast du mich verunsichert. Du warst aber... Du warst aber hier gelogen jetzt. Ich bin gleich kaputt. Was? Das ist Gewaltandrohung hier. Ja. Okay. Leck mich doch an. Was soll ich dich an... Was hast du gerade gesagt? Leck mich doch an? Ich habe gesagt, zeig mich doch an. Also, Frau Winters... Man hört immer das, was man hören will, ne? Wir verstehen nicht, was das für eine Sprache ist. Ähm, genau. Wie läuft's mit Herrn Winters? Hey, lass uns gehen, komm. Nein, jetzt hör doch auf! Doch! Nein! Ich brauche das Weihnachtskostüm jetzt. Wir müssen... So. Wir müssen jetzt los. Dann kauf dir doch eins. Boah, bist du jetzt so frech? Wollen wir das jetzt hier ausfechten, oder was? Ja, du bist frech. Nee, tschüss. Tschüss, Kaja, war sehr schön. Danke, tschüss. Tschüss, Kaja, Jana, das ist gut. Tschüss. Oh. So. Die hat wieder ihre Momente, wissen Sie, Frau Ivanov. Ja, ich weiß. Andi, du musst jetzt auch nicht wieder... Ich hab ja noch nie die Momente. Du musst jetzt nicht wieder beleidigt sein, Hanni, weil du dein Willen nicht kriegst, ne? Ich kann's aber. Was? Ja, beleidigt sein. Frau Ivanov, haben Sie einen Dollar dabei? Ja. Wenn Sie mir eine Weihnachtsmütze kaufen? Jetzt, Hanni, komm zurück! Wir haben Weihnachtsmütze für Sie gekauft, der weiß. Ja, aber ich will jetzt eine haben. Kommen Sie, wir unterstützen Aphrodonis, kommen Sie. Da kann man keine Weihnachtsmütze kaufen, da kann man nur Pullover kaufen. Wo kriegen wir denn eine Weihnachtsmütze her? Aus der Weihnachtsmützenverkäuferie in Weinwut. Weinwut? Wenn die heute aufhaben, ja. Okay, naja gut, das ist ja schon ein gutes Stück. Boah, ich hab so viele E-Mails bekommen, ne? Haben Sie meine SMS gelesen? Nee, Schokopanzi, hier bist du doch. Damit sie Bescheid wissen, Frau Collins hängt mit Frau Stone ab. Nicht ihr Ernst. Ja, gestern waren die und haben vor uns angestanden und ja, waren unterwegs und so. Fand ich sehr komisch. Fand ich weg. Nicht erreichbar hat ihr Telefon ausgemacht. Fand ich. Wo ist die Handi denn jetzt hin? Scheiße, dir das Auto. Ich hab auch mein Auto hier. Frau Ivano, wie geht's Ihnen denn? Was macht das Leben? Ja, ich rede mich darüber. Warum? Ja, sehr viele Dinge passiert. Wie geht's dem Herrn Gamble denn? Ja. Okay, ja. Ja, oder. GAMBLE! Das ist ne gute Frage, Herr Weich. So. So. Lange nehme das FD. So weiter, ja. Ich vermute mal, sie haben sich ja zufällig irgendwie von Frau Turner oder so ne Benachrichtigung bekommen oder sowas. Frau Turner, ne? Die hat mich gemint. Die hat mich überall blockiert. Ich weiß gar nicht warum. Okay. Ja, wenn Sie ein PD sind, kriegen Sie es mit. Was ist denn passiert? Jetzt reden Sie mit mir, Frau Ivanoff. Ja, der wurde hier dem Dienst des LSBs erstmal entsorgen für einige Zeit. Was? Ja. Wie entzogen. Ja, entzogen halt. Der arbeitet jetzt erstmal nicht dort. Wo ist der denn? Wissen Sie das? GAMBLE! Nein! Haben Sie es getrennt, Frau Ivanoff? Brauchen Sie Hilfe? Brauchen Sie eine starke Schulter? Ja. Ja, machen Sie mal hier. Okay, warten Sie. Ich mach starke Schulter. Moment. Moment, ganz kurz. Ähm. Dieser wieder Herr Harp hat mich gestern ausgefragt, was... Nein, ich werd jetzt nicht... Wir können das so mal... Warten Sie, warten Sie, Frau Ivanoff. Das können wir ganz klar einfach machen. Hm. Kommen Sie her. Ja. Die starke Schulter, hier kommen Sie. Ich, äh... Die starke Schulter. Uh. Der Ellbogen ist aber ganz woanders. So, ähm... Wo ist denn jetzt die Hanni? Was ist denn hier schon wieder los heute? Ich ruf sie mal an. Die alte Mann. Dieser Nelke. Der gammelte Nelke. Ja. Sind Sie jetzt traurig deswegen, Frau Ivanoff? Also, dass er jetzt nicht mehr da ist? Ja, total, äh... Bin sehr traurig. Sind Sie jetzt traurig oder nicht? Wo bist du? Kimmel! Prost. Komm mal einen Tag weg. Mit dem Glückwunsch. Wie soll man herkommen, bitte? Ja, komm mal... Komm mal zu deinem Arschloch. Komm mal zu deinem Fahrzeug. Was haben Sie gesagt? Kommen Sie zu seinem Arschloch? Komm zu deinem Arsch... Haben Sie... Haben Sie... Haben Sie gleich gesagt, komm zu deinem Arschloch? Ja, das habe ich gesagt! Ivanoff, ne? Ich wünschte ganz ehrlich, Sie können froh sein, dass Sie ein großer Mensch sind, ne? Würde ich Sie in den Arsch treten, wirklich. Würde ich Sie so klein boxen, dass Sie nicht mal über die Motorhaube gucken könnten, ne? Ach komm, halten Sie die Schnauze! Ich hasse sie! Die sind... Die klappe ich in eine reinhauen. Machen Sie das? Ja, sie verdienen. Aua! Ah! Oh, meine Faul ist, warum bin ich denn da reingeschlagen? Nein! Oh, mein Gesicht... Au! Warum machen Sie das? Ey, das... Was denken die Leute? Dann stehen sie auf! Ich weiß! Was machen Sie denn jetzt, Ivanoff, hier? Gucken Sie gleich den Spanner schon, die haben das gesehen, die haben Fotos gemacht. Wir sind bei deinem Fahrzeug. Warum ist das so, wenn ich mit Ihnen 10 Minuten unterwegs bin, dass alles immer in Chaos ausbricht, Frau Ivanoff? Wissen Sie, ich bin ein sehr... chaotischer Mensch. Hab ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Ist doch schön, Mensch! Nein, wie geht's Ihnen denn jetzt, Frau Ivanoff, jetzt mal ehrlich? Geht's Ihnen gut? Brauchen Sie irgendwas? Ich meine, das ist jetzt für Sie auch ein herber Einschnitt ins Leben, wenn Herr Gamble einfach weg ist. Ah. Die läuft im Rock und bei den Temperaturen. Irgendwie sieht der... Ich sag mal so... Wir haben in letzter Zeit generell nicht mehr... Wie willst du mir proben? Ja, gerne. Wir hatten in letzter Zeit generell nicht mehr so viel miteinander zu tun, weil der... Ich weiß nicht, was der getrieben hat, wenn ich ehrlich bin. Er ist der Scheiß mit seiner Schildsiegerung und gar keine Ahnung, wer weiß. Auf jeden Fall... Oh, ich merk schon, ihr habt alle keine Lust auf Glühpunsch. Glühpunsch? Was ist denn Glühpunsch? Ja, Glühpunsch. Das ist wie Kinderpunsch. Ist das mit Alkohol? Ja, kann man ja... Nein, ohne. Kann man die mit einer Paracetamol essen? Ja, bestimmt. Ich probier's mal gleich aus. Moment. Och, guck mal hier. Ich hab hier zufälligerweise... Ja, ich hab... Warte. Gucken wir mal hier die Pillen in meinem Portemonnaie. So, jetzt kannst du mir das gerne mal kurz geben, Hanni, bitte. Ja, perfekt. Vielen Dank, Hanni. Bitte schön. Hab ich das richtig verstanden... Oh, lecker. Hab ich das richtig verstanden, dass die Frau Ivanov gerade gesagt hat, ich bin bei deinem Arschloch? Ah, danke. Ich weiß es nicht. Ich hab eigentlich verstanden, ich bin bei deinem Auto. Ach so. Ja gut, da hab ich ja was anderes. Ja. Ja, ich hab... Aber was, aber, aber... Also, ist das jetzt nicht so schlimm für dich? Ja, also... Ich kann mir das Thema... Dein Lebens... Nee, ich will das einfach nur gerne mit dir kurz einmal besprechen. Selbstverständlich. Ich habe Auto gehört. Also, wenn sie gesagt hat, sie ist bei meinem Arschloch, wäre das ziemlich frech von ihr. Oder? Frau Gamble Ivanov. Würdest du mich verteidigen, Hanni? Na, ich boxe die einmal. Danke, siehste? Wir sind das teufelische Du. Ha! So. Ähm... Ganz kurz. Also... Ja. Nee, ich hab die... Ich hab die Frau Ivanov gerade... Boah, das mit dem Schnee ist aber auch echt schön. Ja, also Herr Weiß. Hören Sie zu. Jetzt hören Sie mal ganz genau zu. Okay, reden Sie einmal Tacheles. Ich rede jetzt einmal Tacheles. Ja? Also richtig Tacheles. Wie gesagt, er habe es uns schon länger nicht mehr gesehen. Er hat irgendwie nie auf meine SMS geantwortet. Und... Ich weiß... Keine Ahnung, was los ist. Ich weiß genauso viel, wie... Was im schwarzen Brett steht, ne? Mhm. Was genau abgeht, keine Ahnung. Er hat mir auch nichts erzählt. Nichts, nada. Okay. Ist das eine Erleichterung jetzt für Sie? Weil Sie wollten sich ja sowieso trennen, oder? Äh... Also... Also ich sag mal so, wir sind ja wieder zusammengekommen, ne? Aber sind... Wollten Sie zusammenkommen, oder wollte Herr Gämmel mit Ihnen zusammenkommen? Äh... Ich? Sie wollten mit ihm zusammenkommen wieder? Selbstverständlich! Das klingt überzeugend. Also mit... Ja. Ah ja. Ja, das tut mir auf jeden Fall leid, wie das jetzt gekommen ist. Das Lügen müssen wir noch irgendwie... Oh, Telefon. Mit Gil, Baufirma. Einen wunderschönen guten Tag. Walter Weiß, wie kann ich Ihnen helfen? Schönen guten Tag. Markus Castillo von SmartGee. Schönen guten Tag. Guten Tag. Äh... Ich, äh... Ich denke mal, Sie kennen mich noch damals von Mission Europidi, was ich Ihnen damals übergeben habe. Wenn Sie... Ja, Sie waren der Herr mit dem Bauhelm. Naja, genau. Richtig. Ähm... Ich wurde auch beauftragt, Ihre Zeichnung durchzuführen. Ähm... Ich hab da aber leider ein Problem festgestellt. Würden Sie sich das einmal gerne vor Ort angucken wollen? Äh... Ja. Äh... Wo muss ich hinkommen? Zu Ihrer Firma. Ich, äh... Bin bereits vor Ort und, äh... Seh das Skandal, was hier passiert ist. Achtung, meine Güte. Ich kann Ihnen das... Ich kann es Ihnen nicht beschreiben. Kommen Sie einfach vorbei. Okay, bis gleich. Bis gleich. Ach du Scheiße. Wir müssen zur Wallis Brause Firma. Da soll wohl irgendwas sein. Äh... Der hat gesagt, er kann es nicht beschreiben, was da ist. Was habt ihr wieder gemacht? Kann ich es gemacht? Wir haben es angezündet oder so, oder? Okay. Wo ist denn Ihr Auto, Frau Ibenhoff? Sie haben zwei Türen, ne? Gegenüber Ihnen. Anni, wir fahren... Äh, Frau... Fahren Sie hinterher, Frau Ibenhoff, ja? Wenn wir noch irgendwo Kaffee holen. Herr Enderson! Das war nicht euer... Ah! Ja, Chief! Ja, wie geht's Ihnen? Hören Sie, ich muss... Ich muss... Was sind Sie? Nein, alles gut. Sind Sie heute im Dienst? Ja, Sie werden heute befördert, ne? Bis gleich. Ich meld mich gleich. Ich muss noch kurz was klären gehen. Bis später. Okay. Wo kommt der her? Ja. Ja, wenn Gamble... Gamble ist also weg. Mhm. Und wenn er weg ist, dann müssen wir ja die Stelle neu besetzen. Richtig. Und wen ich da wirklich sehe, ist Enderson. Richtig. Der macht halt auch Sinn. Enderson ist ein guter, ne? Ja. Muss er nur auf sein Liebesglück mit Rose Finkers, äh... Ist das immer noch aktuell mit denen? Ich glaub schon, ja. Boah, der Schnee, der macht mich aber... Wird immer mehr. Wird immer mehr, ne? Irgendwie schon. Ja. Ob das die nächsten Tage liegen bleibt? Hm. Schauen wir mal. Richtig und richtig. Erstmal muss es konstant schneiden. Er tut das auch die ganze Zeit. Ja, jetzt, ja. Aber heute Mittag hat's zum Beispiel immer mal so ein paar Flöckchen geschneit und dann war's wieder vorbei. Ein paar Flöckchen. Kannst du mal Wallis Brause ganz kurz einmal ins Navigationssystem setzen? An die Marshall für die, äh, 1760? Äh, selbstverständlich... Hier vorne? Ne, warte, hier. Mein Gott, klickert das Navigationssystem aber. Ja. Ist alt. Das ist sehr alt. Das war ein Gebrauchtwagen. Den hab ich gebraucht von dir gekauft. Echt jetzt? Ja, du warst der erste alte, ich der zweite. So. Ich hab aber Angst, was jetzt passiert hier. Oh. Ist halt aufgehört zu schneiden, oder? Ja. Würde ich aber auch... Oh, ne. Ach du Scheiße, was ist das denn? Oh Gott, wenn's blinkt, ist es nicht gut. Ist das gefahren gut? Sie stehen die da... Oh mein Gott. Haben die weiße Anzüge an? Ich hab Angst. Was ist denn hier los, Hanni? Ich weiß es nicht. Oh, Ivanov. Ja, bitte? Sehen Sie das da? Es steht doch ein weißer Mann hinterm Truck, ne? Wieso, geh mal hier rein. Ich hab eine Taschenlampe. Soll ich die rausholen? Ich glaub, das macht nicht besser viel. Das ist scheißegal, Mann. Ja, okay. Wir sind jetzt hier im seriösen Dings hier vor Ivanov, ne? Müssen wir die Mützen abnehmen? Ja, bitte. Das ist wegen Geheimagent. Ich glaub, der Mann ist nochmal auf Toilette. Ah, check. Guck mal, die haben sogar ihre Telefonnummer. Guck mal, das ist ein Schild. Am Torrauschen direkt. Ja, aber das ist ein großes Schild. Ist mal die richtige Nummer drauf? Ne, die müssen sie noch ändern, ne? Äh, ja. Können wir die Nummer generell ändern und die 74 durch eine 79 ersetzen? Können wir nochmal nachfragen, ob das geht? Oh. Aber ich glaube nicht. Warte. Naja, Herr Gamble hat dir auch geholfen, das alles ein bisschen mit durchzuplanen, würde ich irgendwie falsch finden. Okay. Also, nur weil er jetzt weg ist, heißt man nicht, dass man sein Erbe mit Füßen treten müssen. Ne, das sag ich auch nicht, aber viel ist ja jetzt da. Ja. Ja, die ganze Zeit da, was wollt ihr von mir? Ja, okay, Entschuldigung. Wie viel Geld haben wir jetzt auf dem Konto von Wallis Brause? Seit ich eingespendet habe, ist genug. Eingespendet. Du hast 25 gezahlt, ne? Boah, was, Frau Ivanov? Dann haben wir 45.000. Dann dürfen Sie gleich die Mula abholen. Ey, geilala! So. Okay. Wo kam das her? Ey, geilala! Ja, das war hier mein, mein Stolz! Aber ich mag die Gegend eigentlich hier, ne? Die ist übelst gut. Wir haben da oben einen Wassertank. Ja? Dann haben wir hier Anbindung an den Freeway. Wir haben ein hohes Tor. Wir haben alles die Kamera überwacht. Ein FD in der Nähe. FD in der Nähe. Stadtkern in der Nähe. Ja, könnte Schlimmes sein. Ja. Und eine Maschine zwischen euch beiden Stänen. Was? Eine Maschine zwischen Ihnen beiden. Wo? Ja, ich! Achso, Sie sind die Maschinen! Ach Gott, das ist mir voll immer noch. Ja, klar bin ich die Maschine! Dann sind wir ein bisschen deutlicher. Das kann ja keiner nachvollziehen, was Sie hier sagen. Das ist richtig. So. Warten wir mal. Der ist bestimmt noch mal pinkelnder her. Gibt auch eine Treppe, ne? Die Sie benutzen können, Frau Ivanov. Ich weiß. Ist da hinten ein pinkfarbener Gabelstapler oder täuscht das? Oh mein Gott. Wo war's? Eröffnet nicht diesen Weg, der Gabelstapler. Wenn ich Gabelstapler fahren darf, dann werde ich nie wieder beim LSPD arbeiten. Wenn wir das LSPD untergehen, Herr Weiß. Meinen Sie, wenn ich nicht mehr da bin, geht's unter? Definitiv. Ja. Hey. Hallo! Hallo, guten Morgen! Wir haben ja gar keinen Helm auf, Sir. Ja, das benötigen Sie aber, wenn Sie da reingehen. Das benötigen wir, einen Helm? Okay, das hört sich nicht gut an. Ja, ich möchte Ihnen das nicht erklären. Ich weiß nicht, was dieses Unternehmen gemacht hat mit diesen Zeichnungen oder ob sie was Falsches geliefert bekommen haben, aber... Oh, Gottes Willen. Ah, jetzt kommt's. Ja. Haben Sie ein Bauhelm dabei? Ja. Haben Sie drei dabei? Drei. Ah, ich hab bestimmt noch welche dabei. Also, wen gehört denn der pinke Gabelstapler da hinten? Ähm, der gehört Magil, aber keine Sorge. Können wir uns den ausleihen? Bestimmt. Können wir den kaufen. So, dann dürfen Sie sich gerne hier an den Kofferraum bedienen. Ja. Andi, du kannst dir das Verkehrshütchen auf den Kopf setzen. Ja, mach ich. Mach ich gerne. Ja. Ähm. Ja. Da fühl ich sehr. Fühl ich. Ja. Oh. So. Ich verrate nichts. Sie dürfen selbst erstaunen, aber ich bin davon nicht begeistert. Gott. Am Ende müssen sie dann entscheiden, ob sie das nehmen oder nicht. Achtung meine Güte, was passiert jetzt? Jetzt hab ich Angst. Ich auch. So. Sie dürfen eintreten. Das ist der von der Bruchbude. Ich würd sagen, wir kommen bei Wallis Brause. Ich hab sie nur hops genommen. Sie sind mir aber einer. Okay. Sie sind mir aber einer. Aber den Helfer hat kurz gedacht, ne? Darf ich den Helfer halten? Ich hab hier noch ein Krummel von oben fällt. Nicht das... Wow. Wir haben natürlich auch nicht an der Sicherheit gespart, ne, Herr Weiß? Sie sind ja sehr... Ja, ich bin sehr, sehr sicherheitsaffin. Sie sind aber auch einer. Sie verraschen mich jedes Mal, wenn sie mir was übergeben. Ja, so bin ich. Guck mal hier. Ach du Sch... Hier können sie fleißig dementsprechend ihre Produkte verpacken. Oh mein Gott, wie geil. Ich glaube, die Tische halten das mit dem Gewicht aus, aber ich denke schon. Ja. Okay. Dann geht's hier weiter. Jetpunks! Flingstrikine ist ganz wichtig, ne? Wichtig. Also ich hab ihnen gleich große Kanister hier liefern lassen, dann großes Waschbecken, dann geht's schneller fürs Personal. Ja. Denk mal, sie haben ja nicht viel Zeit immer im Produzieren. Wichtig. Ja. So, dann haben wir dementsprechend hier ein großes Außenlager und da ein Außenlager. Dann haben sie natürlich hier für ihre Früchte auch ein kleines Lager. Mhm. So. Gehen wir einmal außenrum wieder. Was besch... Ist das bescheuert. Ist das bescheuert. Ist das bescheuert. Ballimat, Junge! Was ist das? Ist das cool. Oder? Ey, er ist richtig wild, ey. Was steht denn da oben drauf, Frau Ivanov? Also war nicht einfach, das Ding hier reinzuschleuten, ne? Es gibt ja hier Konkurrenz im Staat, ne? Ja. Die werden aber noch... Das sind sie von... Sie von McGill, weil sie das so gut gemacht haben, ne? Also ich sag ihnen, die Konkurrenz können sie vergessen. Das hier wird der heiße Shit. Ich sag's ihnen. Also ich hab was demnächst... Also wenn wir hier gleich fertig sind, sowieso ein Großauftrag für sie. Oh. Aber das machen wir gleich. Da steht ja sogar McGill auf dem Helm, guck mal. Wird auch so ein Helm, wo Wallis Brause draufsteht. So, hier können sie dann dementsprechend ihre Zutaten zusammenmixen. Mhm. Und am Ende wird das dann hier rüber gefördert und dann können sie dementsprechend bei jeder Dose einzeln abzapfen. Mhm. Okay. Ja. Dann haben wir hier vorne noch den Mitarbeiterbereich. Die wird mich so schnell nicht wieder sehen. Wie haben sie denn ihre Spinde? Ich denke mal, sie wollen eher Mitarbeiter, die aktiv arbeiten und nicht nur rumstehen. So sieht's aus. Da haben sie recht. Deswegen haben wir das hier kurz und knappig gehalten. Mhm. Ja, aber ist gemütlich. Ja. Reicht, ne? Zum Umziehen. Dann geht's hier dementsprechend noch hoch in ihr Büro. Ja, dann haben wir uns ein bisschen einen Scherzerlaub und ihre Ware natürlich den Kunden richtig präsentiert. Ach, Quatsch. Ahhhh. Geil. Ist das nice. Was ist das? Warte mal. Wassermelone. Ach, die Prototypen. Prosecco. Und was haben wir hier? Und was haben wir hier? Und Wassermelone. Granatapfel, ne? Genau. Granatapfel, ja. Ja. Okay, das ist gut. Wahnsinn. Ja, und dann haben sie jetzt dementsprechend ihr Büro hier noch. Mhm. Und da wir ja wissen, dass PD auch nicht so die Stoppsche erkennt, haben wir auch die Stoppsche Filme. Was soll das denn heißen? Ja. Ja. Super. Aber nicht, dass du zum Feierabend immer mit dem Schild dann rumläufst und sagst Stopp, Fiona. Stopp, Feierabend. Ja. Meinst du etwa? Warte mal, Moment. Kann ich das mal kurz aufheben? Moment. Meinst du, ist aber nicht das hier, oder? So. Feierabend. Ja. Betrieb einstellen für heute. So, ich stelle das mal wieder hin. Als ob sie das jemals sagen würden. Ne, das muss immer laufen, der Rubel. Ja. 24-27-Rubel. Weil die ist raus und dann kannst du eine Doppelschicht schieben. Ja, so sieht's aus. Aber hier oben, hier an der Ecke, muss auf jeden Fall ein Weihnachtsbaum hin, finde ich. Oder? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Also meinen Sie, sie kriegen noch einen so kurz vor Weihnachten? Morgen vielleicht. Ja. Verständlich. Müssen wir mal nachfragen. Aber es ist echt gut geworden. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Schon schön, ja. Oder? Guck mal, da steht hier auch eine Dose. Kann man mal angucken. Das ist, äh, was aus einer dummen Idee so wird, oder? Ja. Jetzt stehen wir hier. Dauert nur ein paar Monate. Gut, meine Frage ist jetzt, wie läuft denn das jetzt mit der Finanzierung ab? Das ist ja hier gepachtet, korrekt? Das ist korrekt. Okay. Können Sie mir das einmal kurz erklären, das Verfahren? Also wir, ähm, haben jetzt, äh, vom Bauamt dementsprechend, äh, noch keine Rückmeldung. Die erwarten wir heute. Mhm. Und dann berechnen wir das mit den Materialkosten. Mhm. Und dann, ähm, gehört Ihnen in dem Moment das Objekt zur Pacht und sollten Sie irgendwann wieder rausgehen. Dann wird hier alles wieder abgerissen und dann ist eine normale Lagerhalle in dem Fall hier. Okay. Und wissen Sie, was für Kosten auf uns zukommt? Ich sage mal zwischen 10.000 und 15.000, äh. Okay. Ja, Schnäppchen. Ja. Äh. Ja. Okay. Anscheinend haben Sie Geld. Also wenn ich, äh... Ja, wir haben ein gutes Investment von, äh, 60.000 inzwischen. Deswegen... Ja, aber wir haben ja bestimmt auch noch Einkaufspreise und so, ne? Ja, 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 ja. Also wir fangen ja bei Null jetzt an, ne? Das war ja praktisch der goldene Stein hier. Und jetzt, äh, werden Meetings, Meetings, Meetings gemacht und dann geht's auch hoffentlich bald schon mit der Produktion los. Ne, LKW haben wir auch schon. Also es läuft. Schön. Es ist echt gut geworden. Muss ich mir das nochmal hören. Gut. Dann, ja, gucken Sie sich das ruhig noch an. Ja, Frau Ivanov, ne? Der König der Welt hier. Gucken Sie sich das an. Das ist unsere Firma, Frau Ivanov. Frau Varschel ist così, aber nicht ich. Ja doch, wir sind ein Dreier-Team. Achso. Ja. So. Sie sind, äh, Fuhrparkmanagement. Ja, cool. Sie haben auch einen LKW-Führerschein, oder? Ja, selbstverständlich. Sonst dürfen Sie Ihren Hintern ja nicht durch die Gegend bewegen. So, ähm. Ach, du erflige ich. Wir sind echt alle recht unglaublich. Ähm. Ja gut. Ne, einmal 15.000, äh, einmal 15.000, Leute. Okay. Okay. Was, was, was brauchen... Also was kriegen wir jetzt von Ihnen? Was, was müssen wir machen? Ach, nee. Ähm, ich würde kurz gleich einmal zu McGill fahren und die Türen und Lager auf Sie, äh, aktivieren. Mhm. Das haben wir soweit vorbereitet. Ähm, und dann, ähm, haben Sie in dem Fall volle Entscheidungsmacht hier, was produziert wird. Okay. Können wir so lange hier warten? Kommen Sie wieder? Schreiben Sie mir eine Name? Okay. Ich würde in fünf Minuten wieder da sein. Sie können sich hier umgucken. Ähm. Dann... Sie haben sogar McGill auf Ihrem Helm stehen. Das finde ich aber süß. Wünsche. 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 Das finde ich gut. Ja. Darf ich Ihren Helm behalten? Ähm, was ich Ihnen schon mal raten kann, Sie können schon mal anfangen zu produzieren. McGill möchte eine ganze Palette ihrer Energies Dosen. Eine ganze Palette? Ja. Okay. Ähm, Anni, komm mal her. Ja. Schreib die erste Bestellung mal. Es ist die aller, allererste Bestellung. Ey. Die aller, aller, allererste. Premiere. Mal gucken, wie das mehr der Pew-Pop geht. Warte. Bestellungen. Ja. Kannst du jetzt auch einfach mal auf den Zettel aufschreiben erstmal. Ja, okay. Jetzt vielleicht einfach. Ich nutze es mir in meine Notiz-App. Was für eine Palette wollen Sie denn? Sie haben ja drei Sorten. Ja, alle drei, jeweils eine Palette. Wir haben 40 Mitarbeiter, die brauchen gut genug Energy-Zeug. Wir wissen, dass eine Palette 4.000 Dosen sind, ne? Okay, dann bleibt aber eine Palette. Ich wollte nur viel andrehen. Ach so, sind es ja. Okay. Geschäftsmann, du im Lüste. Ja, ich merke schon. Beim nächsten Mal beim Auftrag von die, lass ich mir auch noch was einladen. Nein, nein, nein. Ne, okay. Wir machen das fertig. Wir haben das alles aufgeschrieben. Von jeder Sorte eine Palette. Und sobald es fertig ist, würden wir sie dann vorbeibringen. Sie sind unser allererster Kunde. Supi. Ja, wir haben es ja auch nicht weit, ne? Ja, das ist ja direkt um die Ecke. Genau, richtig. Wir leihen uns an den Gabelstapler kurz aus, um es vorbeibringen. Ja, das kriegen wir. Oder unsere Jungs kommen vorbei und holen sie her. Oder so. Kriegen wir auch hin. Okay, dann warten wir hier kurz die fünf Minuten und dann machen wir das ja fertig. Ja, dann bin ich gleich wieder da. Saga, danke schön für die fünf. Bis gleich. Wisst ihr ganz! Bis gleich! Boah voll geil, Anna! Das ist verrückt, oder? Verrückt! Da gehe nochmal runter zu den Dosen! Alleine... wir haben einen eigenen Automaten! Und den in der ganzen Stadt verteilt. Braucht eigentlich mal eine alte Frisur wieder, oder? Nö. Und einen Hals brauche ich. Das hat diese komische Dame aus Indien oder so hieß die. Mosai hieß die. Die hat das Logo gemacht. Die war günstig. Können wir einmal Mosfiebelchen loben, Leute? Die hat alle Icons, alle Dosen, Designs gemacht. Einmal Mosfiebelchen loben, Leute. Ich glaube, ich werde nie wieder schlafen, wenn ich sage, so wie es ist. Verrückt, oder? Hanni, kannst du mal versuchen, bei Dillys anzurufen, ob wir die Mule abholen können? War das bei Dillys oder bei Larrys? Dillys, war das. Dillys gebraucht waren. Haben wir dann erstmal eine Mule? Eine Mule, ja, dürfte erstmal reichen. Also eine Mule hat ja voll viel Kapazität, oder? War bei Larrys. Nein, die war nicht bei Larrys, die war bei Dillys. Ach, nein. Nein. Ich gucke meine Mails. Ja. Larrys, du hast recht, ich habe nichts gehört. Das würdest du nur ohne mich machen. Ach nein, bei Dillys war aber der Speedo, kann das sein? Genau. So rum war das. Ah, Speedo haben wir auch noch, okay. Nein, wollten wir, brauchen wir aber nicht. Ja. So, Grundregel Nummer eins. Benutzen wir die Mule. Nichts erreichbar. Benutzen wir die Mule, so wird die Mule jedes Mal nach Benutzung vor dem Gebäude an der Einfahrt abgestellt. Abgeschlossen und vollgetankt. Und vollgetankt und sauber gemacht. Alles wie warm bei dir, alles klar. Ja? Ja. So. Und Ordnung. Ja, klar. Wir werden an das schwarze Brett von unserem RDP-System, werden wir Einträge machen, was für unsere Grundhausregeln sind. Ja? Und wir brauchen Schutzanzüge, weil wenn wir nämlich Getränke herstellen, müssen wir definitiv Schutzanzüge tragen. Also so weiße Kittel und so. Weil da müssen wir. Hygiene und so was. Ja, ja, klar, klar. Die kriegen wir bei Cypress, glaube ich, ne? So, dann noch eine andere Sache. Ich habe Sams kontaktiert, dass wir Mitarbeiter ein Wallis-Brause-T-Shirt kriegen. Geil. Weißes T-Shirt, wo das Logo drauf ist. Ja, nur die Mitarbeiter kriegen das. Wenn wir vielleicht irgendwann mal als Merchandise verkaufen oder so. Aber aktuell noch nicht. Ja? Ja, verrückt. Pass, jetzt stehen wir hier. 30. 6. War, glaube ich, der erste Termin. Das allererste Mal, dass wir darüber gesprochen haben, ne? Hm, irgendwie so. Irgendwann im Sommer. Sag nur eins. Rainies. Herz auf Rainies. Ja! 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 Fühle ich. Scheiß auf Rainies. Oh, Mann. Die müssen wir dann auch noch RDP-Zugriff geben, ne? Müsste doch schon da sein. Ja, aber ich hab, ne, ich hab keinen Zugriff drauf. Hm? Mitarbeiterverwaltung. Blaine County State Prison. Eudora Gamble Ivanov. Hier ist sie doch. Ja. Auslieferungsleitung. Ja, aber ich hab keinen Zugang drauf. Hä? Ja? RDP-Zugang aktiviert. Ah, jetzt, ja, musst du die Rechte geben, ja klar. Oh. Jetzt? Sekunde. Ja! Geben Sie mir nochmal Ihre Telefonnummer, Frau Ivanov. Selbstverständlich. Das ist die 444-5. Ja. 1-9-4. Ja. 3-2-5. 3-2-5. Und Kontonummer? Äh, weiß ich nicht auswendig. Okay, müssen wir dann auch noch eintragen, ja? Ich möchte, dass das RDP wirklich unfassbar sauber gepflegt wird. Da müssen wir echt drauf achten. Das PD-RDP ist Rotze. Ähm, aber das müssen wir vielleicht. Ich rufe mal die Frau Bahns an. Die kann gleich mal vorbeikommen. Kann sich mal angucken. Kann der erste Mitarbeiter sein? Geht nicht ran. Ach. Krass. Das ist so surreal für mich, hier zu stehen gerade. Weil das war einfach so eine, so eine unfassbar dumme Idee. Ich weiß noch, wen ich anrufen muss. Ich kann jemand bei euch eine Wally-Pause. Ich bin müde. Ja, Chief. Wo sind Sie? Ich wünschte. Äh, warum geht das Handy direkt an? Was ist das? Ich weiß auch nicht, ich hab's gerade auch gemerkt. Was ist denn das? Kowalski. Okay. Wo sind Sie? Ähm, State Prison, Sir. Ach, haben Sie heute Haftantritt? Äh, ja, korrekt, ja. Timber! Okay. Wollen Sie Wallis Brause-Gebäude sehen? Ich, äh, ja, ich hab ja noch schon Geld gespart. Aber sagen Sie es nicht meiner Frau, dass ich da investiere. Ich hab jetzt 15.000 für Sie. Boah, Herr Kowalski, 15.000 Investment! 15.000. Sie werden tatsächlich Fuhrpark-Chef bei uns. Sie werden Fuhrpark-Chef. Ey! Alles klar. Du bist Auslieferungschefin. So, ich ruf Sie gleich. Kowalski, können Sie mal kurz auflegen? Telefon spinnen irgendwie rum. Ich gebe kurz auf Toilette, ja. So. Okay. Walski? Okay. So. Ja. Ja, äh, ist alles auf ihr RDP eingetragen. Ähm, dementsprechend haben Sie jetzt die volle Macht und mein Kittel ist damit raus. Ja, so, ich danke Ihnen. Ja? Ja. Tolle Sache. Ähm, eine Frage hab ich noch. Wissen Sie, wo man solche Schutzanzüge herkriegt? So weiße Kittel und so für die Produktion? Und so Mützchen und Sturmhäubchen. Das macht Cyprus wahrscheinlich, ne? Ja, ich denke auch. Da sind sie in guten Händen. Ja, dann rufe ich da gleich mal an. Ähm, weil Getränke und so herstellen. Da sollte man auf jeden Fall immer die höchsten Hygienestandards ansetzen. Ja, solange sie nicht so wie bei Rainy, äh, nicht, äh, keine Standard haben an Hygiene, dann sollten sie auf jeden Fall hier... Rainy hat keine Standard, keine Standards. Also, also, ich seh da nie Mitarbeiter irgendwie in Kittel oder so. Boah, deswegen schmeckt das Wasser auch noch so. Und ich hab die Scheiße getrunken. Ja, ne, wir machen das schon ordentlich. Wir machen das richtig ordentlich. Wir machen das schön mit Schutz. Hier kann auch das Gesundheitsamt vorbeikommen. Die werden hier keinen einzigen... Die werden nichts hier finden. Kein Krümmel, nichts. Das wird alles richtig gemacht hier. Ja, wie bei Knus, mein Name. Richtig. Da ist auch immer alles Pico Battle Royale. Ja, ich hoffe es. Ja, gut so. Dann hätte ich gern noch die Helme wieder. Der Gag ist ja aufgegangen. Und, ähm, ja. So, warten Sie. Ich geb Ihnen den Helm. Bitteschön. Ich hoffe, ich hab den Helm jetzt echt gerne. Ja, ich hab den liebgeworden. Das bricht mir mein Herz, hätte ich eins. Ja, wenn Sie mal beim Geld anfangen wollen, jederzeit. Ja, danke schön für das Angebot. Ich überleg's mir. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ich danke Ihnen, ja? Ja, kein Ding. Danke schön. Daumen Sie rein. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Es ist... Den gehört einfach uns. Himmel! Krank. Es ist unsers. Mafu, you herz. Okay, noch nicht. Wir haben's noch nicht bezahlt. Können wir das Leichen verspüllen lassen. Es ist einfach uns. Ja, da können wir Leute auch... Ja, das sind einfach nur Säure. Ja, voll geil, oder? Ich weiß. Wir haben mal keine Feinde mehr in der Stadt. Wir müssen einfach alle aus. Ja. Frau Barnes, als meine engste Vertraute... Ja, warum müssen wir diese Ehre zuerst schütteln? Wo sind Sie gerade? Am Arbeiten hier gerade mit einer Kundin im Trailer am Stand neben der Bühne. Können Sie gleich fünf Minuten zu einem Ort kommen? Ich möchte Ihnen etwas zeigen, was noch kein Mensch gesehen hat und Sie werden sich sehr darüber freuen. Ja, aber ich brauche noch kurz einen Moment. Dann rufen Sie mich so, rufen Sie mich an, wenn Sie fertig sind, ja? Okay, bis dann. Bis gleich. Einfach, weil ich's brause. Guck mal hier, die Dosen. Die können wir schön verpacken, ne? Ja, ist cool. Wie ist die Nummer von Cypress Warehouse? Sag ich Ihnen sofort. Sie haben irgendwie 500 Nummern, ne? Ja, das ist echt so. So, das ist einmal die 4141. Ja. Dann einmal die 4242. Was ist denn 4141? Cypress. Aber Cypress Warehouse baue ich. Das ist 4242. 4242. Nicht erreichbar. Besetzt dann, ne? Wahrscheinlich. Guck mal, 4141 an. Cypress Logistics, Alex hier. Wie kann ich helfen? Einen wunderschönen guten Tag, Sir. Ich hätte kurz eine Frage. Wenn ich Kleidung bestellen muss, dann 4242. Richtig? Äh, nicht richtig. 4243. 4243. Okay, dann rufe ich da mal an. Genau, das ist das Warehouse. Genau. Ich danke Ihnen, ja? Bis dann. Gerne doch. Tschüss. 4243 ist die Nummer. Cypress Warehouse. Guten Tag. Es miss. Was machen Sie denn da? Ja, ich bin stellvertretende Geschäftsführung. Sie sind stellvertretende Geschäftsführung? Ja. Schauen Sie mal. Habe ich jetzt aber irgendwie nicht kommen sehen. Herr Smith, hören Sie, kurze Frage. Danke. Haben Sie bei Cypress, verfügen Sie über weiß, also ich wollte mich noch ganz kurz bei Ihnen bedanken, dass Sie letztens bei einem Einsatz geholfen haben, da wegen dem Shop-Hop. Aber jetzt ist eine andere Sache. Ich tue mal ein Bestes, ja. Haben Sie zufälligerweise weiße Kittel und so Sturmhauben für die Getränkeindustrie? Also sprich, Hygienemaßnahmen, Handschuhe und so weiter. Haben Sie sowas? Ja, die haben wir. Haben Sie die vorrätig gerade, dass man sich die mal angucken kann? Müsste ich im Lager schauen. Kann ich Ihnen ungefähr in einer Heimstunde sagen. Okay, dann würden wir bei Ihnen vorbeikommen, ja? Dann sagen Sie mir einfach, rufen Sie mich einfach zurück, ja? Ja, check. Bis dann. Bis dann, shop. Ich hätte gerne, habe ich Sturmhauben, ne? Ich hätte gerne so kleine, ja, hätte ich so kleine Mützchen, die ihr über eure Haare ziehen müsst. So, so blaue. Damit ihr, hallo, wir müssen auch Haare im Getränk, Todesursache. Ja, das ist klar. So. Wenn wir jetzt mal gucken, wir gehen Spinde einrichten und so. Komm, wir geben uns jetzt mal Spinde und so. Oh, ich bin so aufgeregt. Merkt man gar nicht. Ja, das ist, wie lange haben wir denn hier drauf, also, ne, wenn man bedenkt, so, Kowalski wird, also pass auf, die Aufgabe, die Firma wird so aufgebaut sein. Ich bin der CEO. Hanni ist Co-CEO, ja? Frau Ivanov, Sie sind sozusagen der dritte CEO, ja? So. Nun. Gibt es aber nicht. Aber Sie sind die Auslieferungschefin. Das bedeutet, Sie sind für alles zuständig. Wenn jemand, wenn wir Mitarbeiter einstellen und die Sorgen, die liefern das nicht richtig an die 24-7 aus, dann dürfen Sie die in den Auspuff stecken, ja? Oh, geil! So. Okay. Das legen wir noch alles fest. Und Kowalski ist der Fuhrparkchef. Der kümmert sich um unsere Wartung der LKWs. Der fährt LKW, der macht, wir können natürlich auch LKW fahren, aber der fährt auch LKW. Der investiert 15.000 Dollar. So, jetzt bin ich der Meinung, dass wir noch zwei Mitarbeiter brauchen für die Produktion und dann sollte das erstmal reichen. Fünf Stück. Ja. Ja, da könnten wir ja mal rumfragen. Schor hat Bedarf angemeldet. Rahim Schor, der ist ja viel vormittags da. Und einen bräuchten wir dann noch. Habt ihr hier eine Idee, wer es sein könnte? Jemand vertrauensvolles? Vertrauensvolles? Ähm. Oh, Sullivan. Ja, genau. Oder Paul Deary. Dann schwimm ich bald in diesem Topf da drin. Das ist ja wirklich eine Säure. Ich überlege gerade. Ich hätte tatsächlich Anderson gesagt, es würde super passen, aber der hat, weiß nicht. Okay, eine andere Frage. Wie ist die Nummer von Horizon? Äh, habe ich die? Einst du hat alles. Nee, habe ich nicht. Horizon. Die haben die 881100. 881100. Also 881100. Richtig. Okay, ich rufe da mal an. So. Vielleicht haben die auch gerade Zeit für einen Termin. Ich bin schon heute, ich werde schon sehen, dass ich, ich habe mir gerade eine Nummer, ich bin dumm. Ich speichere mir eine Nummer und ich finde die schon mal. Ähm, ich sehe schon, heute wird ein langer Tag für mich. Nicht erreichbar. Okay. Okay. Habt ihr, welche Nummer brauchen wir noch? Also wir müssen Horizon haben. So, die müssen ja, dann brauchen wir noch, ähm, hier. Ach so, wir hätten dem von McGill gleich sagen können, dass das Schild nicht richtig ist, dass die da die Nummer nochmal anpassen müssen. Dann haben wir tatsächlich noch, ähm, noch, noch ein, ähm, was brauchen wir? Horizon brauchen wir hier, wie heißen die denn hier, die, oh, die das Energy herstellen, die, die, äh, Substanz. Human Labs. Human Labs, dafür brauche ich auch mal die Nummer. Und, ähm, wir können uns ja schon mal alle die Nummern einspeichern, die wichtigsten. Ja, Human Labs hat die 11, 2, 11, 2. 11, 2, 11, 2, 11, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 1, 2, 1, 1, 2. 1, 1, 2, 1, 1, 2. Okay. Mhm. Okay, habe ich, so, welche Nummer brauchen wir denn noch? Welchen brauchen wir denn noch als Produktionshersteller? Akko vielleicht? Akko? Ja, nee, die haben ja nichts damit zu tun. Wir müssen jetzt wirklich den Ablauf machen. Also, wir brauchen... Haben wir jetzt endlich unser Rezept eigentlich? Ähm, müssen wir beim DOH gleich mal beim, äh, DOH mal nachfragen. Aber pass auf, folgendes. Also, wir müssen die Dose brauchen wir, eine Dosenform. Ja, wir brauchen ein Rolling der Dose, das ist der Anfang. Und wir brauchen dann, äh, den, den Zusatzstoff. Das sind zwei externe Anbieter. So, dann müssen wir... Ich weiß halt nicht, ob wir nur diesen Zusatzstoff von Human Labs bekommen, oder ob wir auch so Aromadinger von denen bekommen, oder ob wir da frisches Obst, sag ich mal, brauchen von der Farm, von der Wilson-Farm. Das ist jetzt halt die Frage, kommt das Rezept drauf an. Müssen wir mal nachfragen. So, jetzt brauche ich noch die Nummer von, was war das, äh, Cypress war, ähm... D243 für die Klamotten. D2, ne, aber 4141 war Cypress, ne? So. D4141, D4242 und D4243. Ja, der Cypress. D4243. Weil ich würde jetzt gerne mal bei Cypress nachfragen, äh, wo wir Wassertanks herkriegen. Mhm. Soll ich da mal an... Oh, jetzt habe ich bei Cypress Warehouse angerufen, wollte ich gar nicht. Dämpft. Dämpft. Hallo, hier ist Nottes Zakiris von Cypress Logistics. Einen wunderschönen guten Tag, hier spricht Walter Weiß. Ähm, ich habe ein Unternehmen gegründet, das nennt sich Wallis Brause, das ist ein Energy-Unternehmen. Und wir brauchen tatsächlich für die Produktion, ähm, klares Wasser. Kann man bei Ihnen Wassertanks kaufen? Wassertanks? Also, leere Behälter, wo wir... Ich glaube, wir brauchen aber... Ja. Ich glaube, ja. Also, ich, ehrlich gesagt, das ist ein bisschen die falsche Nummer eigentlich. 4141, wir sind mehr so die Auslieferer. Okay, wo muss ich dann anrufen? Die Stellennummer bei uns ist, ist eigentlich die 4242, aber ich meine, dass wir schon mal Wassertanks ausgeliefert haben, deswegen glaube ich, dass es geht, aber... Dann rufe ich da mal an. 4242 wenden, oder eine Mail schicken. Ich rufe einfach 4242 an, ansonsten schicken wir eine Mail, ja? Ja, das würde ich so machen, dann meldet sich jemand irgendwo, früher oder später. Also, sehr, sehr bald gehe ich von aus. Ich danke Ihnen, ja? Dann wünsche ich Ihnen noch was. Bitteschön. Danke. Ich habe es total, dass mir die Nummer ist bei dir. Ja, man muss jetzt erstmal tatsächlich die... Okay, wir müssen also... Wir müssen bei 4242 anrufen. Da ist es so, dass die uns wohl Wassertanks geben können. Die brauchen wir ja, ja? Wir brauchen ja als erstes... Der erste Rohstoff ist ja Wasser, ja? So. Dazu erstmal eine Frage. Ja. Nee, okay. Also, ich kann euch den Ablauf ungefähr sagen, den Produktionsablauf, ja? Ich habe das ungefähr so grob im Kopf. Also, wir brauchen tatsächlich... Moment. Wir brauchen auf jeden Fall einen Wassercontainer, ja? Der voll ist, also Wasser, ne? Dann brauchen wir auf jeden Fall so für eine Palette. Also, schreibt euch das mal mit auf, ja? Ja, machen wir selber. Okay, seid ihr ready? Ja. Also, einmal ein voller Wassercontainer brauchen wir, ja? So. Dann brauchen wir 40 leere, hohe Dosen. 40 leere, hohe Dosen, ja? Dann viermal Wassermelone oder Granatapfel oder Sekt. Das kommt dann dazu. Ja, so ist das Rezept, ja? Dann viermal, äh, dann viertens, dann sechsmal Taurintablette, sechsmal Koffeintablette und 40mal Wallis Etikett. So. Das ist das Rezept. Soll ich das nochmal kurz erklären? Kannst du das ans RDP schreiben, Hanni? Äh, ja. Ich wiederhole es dann nochmal, ja? Dann sag, wenn du bereit bist. Ich hab jetzt notiert einen vollen Wasserkanister. Das, ja, mach denn die Steps auf, wirklich, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So wirklich nach Steps sortieren. Vielleicht ist es bei diesen Ankündigungen rein. Ja, genau, genau. Dann hat jeder die Rezepte, ja. Okay, ready? Ja. Also, erstens. Ein voller Wassercontainer. Danke für deinen unterhaltsamen Streams. Können wir bei Cypress bestellen. Und RPLER Deutschland Smurf youherz, Smurf youherz. Zweitens. 40 leere hohe Dosen. Hohe Dosen, die sind von Horizon, ne? Genau. Drittens. Hier mal Wassermelone oder Granatapfel oder Sekt. Ja. Dann viertens. Ja. Sechsmal Taurintablette. Ja. Fünftens. Sechsmal Koffeintablette. Und sechstens. 40 mal Wallis Etikett. Dann kommen 40 Dosen raus. Ja? Das ist eine Palette. Okay? Ja. So, jetzt machen wir das mit der Verpackung. Erkläre ich euch auch ganz kurz, wie das geht. Ja? Jetzt machst du eine Abseitsverpackung. Bereit? Ja. So, da müssen wir dann mit Green Planet telefonieren, weil wir brauchen viermal Altpapier. Und sechsmal Dosen. Also sechs Dosen. Das heißt, in einem Paket, was wir verpacken. Sechsmal Altpapier war das. Viermal Altpapier, also ein Karton. Altpapier. Viermal Altpapier. Und sechsmal Wallis Dosen. Also die Dosen, die wir dann hergestellt haben. Ja? Oh, Moment. Ja, kein Problem. Machen Sie ruhig. Schreib schnell an, Luder. Habe ich doch. So, warte. Selber, Luder. Ja. So. Okay. Das ist, wie wir es herstellen. Ja? Also wir müssen auf jeden Fall bei leeren Wasserkontainern entweder Horizon anfragen oder Cypress. Und aktiv Kohltabletten kriegen wir von Odeas. Und Wasser bekommen wir bei der Pumpstation. Kohltabletten brauchen wir jetzt für den Wasserkontainer oder wie? Das ist, also das, pass auf. Der erste Step ist wirklich dieser leere Wasserkontainer. Damit müssen wir dann, den können wir bei Horizon anfragen, damit müssen wir dann zu einem Ort fahren. Ja? Sollen wir mal kurz zu diesem Ort fahren, damit jeder weiß, wo das ist? Warte, warte, warte. Ich will es nur einmal notieren. Das heißt, wir haben einen leeren Container und... Dann, genau. Wir brauchen als allererstes, ganz, ganz, ganz am Anfang, müssen wir mit einem leeren Wasserkontainer, das können wir bei Horizon anfragen, müssen wir zu dieser Wasserpumpstation fahren und den auffüllen. Mhm. Und dann müssen wir die aktiv Kohletabletten holen. Die kriegen wir bei Odeas. Okay. Aktiv Kohletabletten Odeas. So, und dann kommen die ganzen anderen Steps, die wir hier machen. Ja? Ja. Wo ich erklärt habe, Taurintabletten, bla 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 bla. Mhm. Ja? Sollen wir mal kurz zu dem Ort hinfahren, damit ihr wisst, wo das ist, wo wir das mit dem Wasser machen können? Ja, warte, ich speichere es nur schon mal ab. Horizon ist keiner erreichbar, ne? Natürlich ein bisschen blöd. Larry ist vielleicht momentan jemand erreichbar? Nee, habe ich gerade auch schon probiert. Mal ganz kurz. Aber wir können jetzt gleich, wir können jetzt aber gleich tatsächlich, wenn wir wollen, schon mal die Mude bezahlen gehen und wirklich die Gelder einzahlen. Kowalski möchte auch 15.000 Dollar investieren. Dank. Ja. So, speichere das mal im RDP-Handy, dann gleiche ich das mal ab, ja? Ja. Sagst du, wenn das da... Ah, da ist es. Okay. So, Produktion, Wallis Brause. Einmal voller Wasserkontainer Cypress. Nee, tatsächlich ist das ja ein Irrspruch. Warte mal. Warte, ich korrigiere das mal kurz, ja? Ja, mach mal. Ich gebe dir schon mal deine Zugangskarte. Das ist auch nicht, ja. Also, ich habe generell auch keine Einsicht auf irgendwelche Sachen, die ihr da macht. Komm, 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 gleich. Wo machen wir den Checkpoint immer? East Taiwan, ne? Ja. Ja, da ist das. Ah, Check. Ja. So, das sind die einzigen, also, ne? Das sind die externen Sachen, die wir brauchen. Moment, ich speichere das. So. Ich denke, wenn wir das einmal in dem Mechanismus haben, dann läuft das auch. Denke ich auch. Das ist sowieso. So, jetzt guck mal, ich habe es aktualisiert. Handi, kannst du der Frau Eva noch, oder der Fee, eben noch ganz kurz die Rechte geben, dass sie dann auch dieses Brett sehen kann, ja, ne? Zugangsberechtigungen und Beleidung... Also, bis 22 Uhr kümmere ich mich heute um Wallis Brause und arbeite die Sachen alle ab. Sollte ja gleich. Wir fallen jetzt gleich erstmal die Orte ab, damit jeder weiß, wohin. Und Spinde kann ich auch mal parallel machen, Hanni, während du die Rechte machst, ja? Mache ich mal die Spinde. Schließfächer, Wallis Brause, aha. Neues Schließfach, Schließfach 1. Wallis Brause. Timber! So, zack, Walter Weiß. Schließfach 2. Ach, jetzt habe ich es. Ist Hanni Marshall. Schließfach 3 ist Ivanov. So, zack. So, Zugangsverwaltung. Berechtigung. Genau, da müssen wir dann natürlich noch gucken, dass wir eine weitere Zusatz, eine weitere Gruppe erstellen, nur für Lieferanten und so weiter. Weil, also der Ivanov und der Kowalski und dir, Hanni und mir, würde ich auf jeden Fall Zugang zu allem geben. Die CEO-Karte, ja? Ja, aber so Mitarbeitern auf jeden Fall nicht, weil da müssen wir gucken. Ähm, genau. Jetzt müssen wir... Der Fee hat ja jetzt vom Rang hier eigentlich eh diesen Auslieferungsleitungsrang. Kommt mal mit kurz, guck mal, ob euer Spind hier geht. Ja, mein Spind geht. Hier, das ist meiner. Ah, guck mal, das ist meiner. So, der ist ja jetzt noch leer, ne? So, das heißt, wir können hier die ganzen Waffen, die wir aus dem PD abziehen, können wir hier drin buchen. Kommt mal, Spaß. Ja, also warten kann man Leerung mal anders, ne? So, okay. Also Spinde gehen schon mal einstempeln. Könnt ihr das auch hier? Ja. Weißt du das mal? Okay, du hast dich eingestempelt. Ja gut, ich verdiene halt noch gar nichts, ne? Weil wir haben ja... Stempelt euch wieder aus, weil Gehalt ist noch nicht definiert. Ja, ja, ja. Müssen wir uns eigentlich... Wir müssen uns rechtlich gesehen Gehalt auszahlen lassen, ne? Also wir müssen... Was ist denn mindestens 80 Dollar, ne? 85. Also wir als CEO dürfen sowieso, glaube ich, nur einen Dollar... Aber wir müssen ja nicht eingestempelt arbeiten, oder? Nein. Okay. Also wir dürfen uns pro Woche, glaube ich, 3000 Dollar als Co-CEO und CEO auszahlen. Wir dürfen aber nur die Stunde einen Dollar verdienen. Und ansonsten gibt es, glaube ich, diese Staffelungen. Okay, okay. So, jetzt haben wir tatsächlich... Jetzt gucken wir mal im RDP. Kunden. Ja, Firmen. Da würde ich dann Plus machen, Cypress zum Beispiel eintragen, ne? Was war das? Mick Gill & Olsen. So, Telefonnummer habe ich jetzt gerade nicht. E-Mail habe ich nicht. Preiskategorie. Nicht vorhanden. Bankkonto. So. So, ich speichere das mal. Das kann man ja alles nachträglich eintragen. So, jetzt haben wir Mick Gill & Olsen als ersten Kunden, ne? So. Jetzt gehen wir zum Beispiel auf Preise... Boah, wie legen wir die denn fest? Das müssen wir auch noch gucken, ne? Wir müssen erstmal unsere Einkaufspreise ermitteln und gucken, was das Ganze kostet. Und dann... Das kannst du, Hanni, wenn ich mal nicht da bin und du hast gerade keinen Bock aufs LSPD, kannst du das ruhig alles machen, ne? Also morgen. Ja, ich vertraue dir da. Du kannst da auch schon Gespräche anleihen und so. Das kannst du alles machen, also wenn du was anderes mal machen möchtest. Ja, ja, ja. So. Genau. Preiskategorien, Preise, Waren, ja? Da müssen wir da Bestellungen. Jetzt können wir zum Beispiel auf Bestellung plus eins gehen. Da können wir Bezeichnung geben, dann nehmen wir Kunde, McGill & Olsen. Da können wir jetzt, äh, McGill & Olsen. So, und da kannst du reinschreiben, ein, äh, eine Palette pro Sorte. Ach, und da können wir auch unseren Einkauf und den Verkauf machen. Alter, und da steht sogar die Summe unten, der Stückpreis, alles. Guck mal. Oh mein Gott, das ist ja mega gut. Das heißt, wir müssen das nicht mal ausrechnen. Und du kannst die Bestellungen alle schon eintragen. Und wenn die dann geliefert worden sind, machst du halt den Haken dran. Wenn es bezahlt worden ist, machst du den Haken dran. Und das Geile ist auch, dass du, dass du das alles ausrechnen kannst. Den Stückpreis und so weiter. Das heißt, da müssen wir gar nichts mehr machen. Mhm. Alles automatisiert, das ist ja übelst praktisch. Nicht schlecht auf jeden Fall. Voll gut. Okay. Ja, krass. So, dann fahren wir mal kurz zu dieser Wasserstation, damit ihr wisst, wo das ist. Hier ist der Ausgang, ne? Da drüben sind Garanten. Ah, warte, 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 ganz kurz. Ach, guck mal hier, wir haben hier Lagerräume. So, Frau Barnes, wo sind Sie denn? Ich stehe jetzt am Eingang vom Weihnachtsmarkt. Okay. Ich möchte aber gleich wieder zur Arbeit. Ja, dauert nicht lange. Wissen Sie, wo Davis ist? Entschuldigung, wo Lamesa ist? Das ist in East Los Santos. Da ist ein Fire Department. Ich hab, nee, keiner. Bei den Ölfeldern. Ein Fire Department? Sekunde. Bei den Ölfeldern. Ganz rechts unten in der Ecke sozusagen. Da, wo Cyprus in der Nähe ist. Ja, Sie meinen, das ist Los Santos Fire Department einfach. In der Elation Fields Freeway Road. Ja, da, wo der Freeway ist. Ja, genau. Fahren Sie mal da hin und dann treffen wir uns da, ja? Ja, okay. Bis gleich. Okay, dann holen wir die Frau Barnes mal. Achso, hier ist doch ein Lager und da ist ein Lager. Das könnt ihr mal abchecken kurz. Und da ist auch ein Lager, glaube ich, hier, ne? Ja. Also Lagerungsmöglichkeiten sind da. Aber wir müssen die halt auch immer wieder abschließen, ne? Gucken, ob die alle abgeschlossen sind, falls hier jemand einbricht. So. Und wir müssen dann einmal nachher den Prozess durchgehen, wie was produziert wird, damit wir das einmal haben. Hier wird ja verpackt. Ne? So, hier ist Verpackungsregal, genau. Hier können wir dann unten die Kisten alle reinstellen. Ne? Wir sollten das auch wirklich so sortieren, dass wir die Kartons hier reintun. Damit man immer ganz... Einfach nach Sorte. Genau. Genau. Hier können wir das alles nach Sorte machen, ja. Okay. So das Chaos, wenn du was suchst. Ja. Also es muss wirklich alles schön... Also ich will, dass das alles immer schön übersichtlich ist. Ja, verstehe. Weil wenn jemand neu hier reinkommt, dass das dann für den dann... Dass man ihn nicht so viel erklären muss. Selbsterklärend. Okay? Gut. Dann, äh... Hauen wir mal los. Boah, noch so einen Firmenwagen würde ich noch fühlen. So ein Emperor. Einfach... Ja, das wäre doch möglich, oder nicht? Ja, Emperor kostet ja nichts. Chad, was sagt ihr zu Wallis Brause, Leute? Zum Gebäude. Ist er abgeschlossen? Ja. Okay. Ist einfach... Guck mal, hier ist das Firmenlogo sogar an. Das ist so verrückt. Das ist einfach so. Ich bin... Es ist so... So, und hier würde ich immer den Truck hinstellen. Hier. Ja, gibt den. Genau hier. Immer rückwärts einparken. Ja, dann kommen wir direkt einladen. Ja. Aber können wir einmal... Leute, heute ist der... 19. Dezember, 20.55 Uhr. Anni, schreib das mal... Oder schreib... Das schreiben wir ins RDP. Das ist der Gründungstag. Der allererste... Die allerersten Minuten. 20.55 Uhr. Am 19. Dezember 2021. Wallis Brause beginnt. Und wenn wir... Soll ich das als Eintrag machen? Genau. Und wenn wir EST... Und dann kannst du das eintragen. Und wenn das läuft, wenn wir die drei Sorten produziert haben, dann kommt Ivar Wodka... Ivar Notka. Ivar Notka. Und Hannis... Früchte-Tee. Na, Hanni kann sich eine Sorte aussuchen. Also, dass wir am Schluss fünf Sorten, also fünf Getränke haben. Ich will einen koffeinhaltigen Eistee mit Honiggeschmack. Ah, das weiß auch. Wie nennen wir den dann? Honey-Tee. Ja. Eishunny. Honey... Barthales freut sich. Oder? Ja. Die werden auch unsere besten Kunden. Oh mein Gott, das wird der Verkaufsschlag im Yellowjack-In. Oh mein Gott. Ich trinke einen wilden Walli. Ich bin kein Wissen gewonnen. Ich trinke einen wilden Walli. Oh scheiße. Ich trinke eine Honey. Habe ich schon an der Honey genug? Oh Gott. Was? Oh, Moment, Anruf. Ja? Ja, ich bin da. Check. Okay, Moment. Frau Ivanov, würden Sie die Frau Barnes kurz hier um die Ecke abholen? Die ist bei dem Fire Department praktisch einen Block nördlich. Selbstverständlich. Aber fahren Sie, wir machen Ihnen das Tor auf. Dann parken Sie hier richtig elegant hier rein. Ja? Ja, check. Ja, bis gleich. Bis gleich. Das ist die allererste, die es sieht. Und dieser Friseursalon wird auch alle alles kaufen. Aber Cyprus ist schon mal gut. Da haben wir schon mal ein gutes Kapital. Jetzt muss ich noch Kowalski fragen, wenn er kommt. Und Hanni, du bist da aufgeregt. Der ist jetzt im Frissen, oder? Ja. Ich freue mich voll. Das war was anderes, ne? Wird zwar Schweine viel Arbeit. Das war halt die ganze Zeit so übelst, die Blödelei. Und jetzt gibt es das Ding hier einfach. Das ist krass. Ja. Berückt. Ja. Wir haben wirklich 45.000 Dollar, ne? Ja, wenn ich das jetzt gleich noch einzahle, sind wir bei 65. Dann kommt noch Kowalski. Dann sind wir bei 80. 80.000 Dollar Startkapital. Können wir uns da dritten eine zweite Mude kaufen? Ich hätte gern einen Firmenwagen. Wirklich? Den Emperor? Ich würde Aziz gerne den Emperor abkaufen. Ich glaube nicht, dass Aziz seinen Emperor verkauft. Ruf den an. Den dann ins RDP eintragen lassen. Das ist dann einfach unser Firmenwagen. In weiß mit schwarzen Händen. Wie kann man denn Autos ins RDP eintragen? Ich glaube, das macht man über dem DOL. Ah, okay. Braucht ihr denn so einen Emperor? Weißt du das? Lässt sich rausfinden. Ja. Ich würde dann sowieso versuchen, dass wir, weil ich es brause, das Konto irgendwann mal auf 500.000 Dollar bekommen oder so, dass das Unternehmen dann einfach... Ja, wir haben jetzt... Sambali, was kostet ein Emperor bei euch? PD-Rabatt? Ich kaufe jetzt nur Luxusautos. Mr. Smith? Ja, er weiß. Ich habe leider nur für die Frauen diesen Anzug-Rad aktuell. Ja, aber könnten Sie für Männer nachbestellen? Ja, natürlich. Das geht dann. Okay. Wissen Sie, wie da die Lieferzeit ist? Wenn Sie es jetzt telefonisch bestellen, ist es in ein bis zwei Tagen da. Aber können wir kurz zu Ihnen kommen, so um 22 Uhr und das mal anprobieren? Wie das aussieht? 22 Uhr, ja. Okay. Dann einfach zum Cyprus-Gelände kommen? Ja, wir treffen uns beim Hauptgelände. Also bei Cyprus. Ja, in East-LS, ne? Genau. Okay. Alles klar, Herr Smith. Dann bis gleich. 22 Uhr, ja? Ja, bis gleich. Ciao. Hanni, du musst jetzt gleich leider... Hanni, du musst jetzt gleich leider modeln, ne? Okay. Emperor kostet 4.900 Dollar. Okay. Aziz wird mir der für zwei geben. Als ob. Ich werde Aziz so dafür kriegen. Nein. Ich sage, der verkauft den nicht. Doch. Nein. Der hat mir gesagt, das ist sein erstes Auto, das wird er nicht verkaufen. Das ist das, was ich denke, was es ist. Ich habe nämlich gerade ein Schild gesehen. Frau Bahnz, kommen Sie mal mit. Ja. Genau das. Oh Mann, Herr Weinbaum. Gucken Sie mal hier, Frau Bahnz. Erstmal sollten Sie sich dieses Schild anschauen. Oder? Das ist ja immer der Schild schild. Mit sich selber drauf. Wunderbar. Jetzt gucken Sie mal unsere dezente Produktionshalle an. Warten Sie, ich schließe auf. Ist schon auf. Okay. Geht ruhig mal zuerst rein. Ihr beide könnt eine Rundführung machen. Das ist ja dezent, ja. Frau Ivanov und Frau Marshall, machen Sie doch mal eine Rundführung. Ja, Frau Gumm Ivanov. Selbstverständlich. Natürlich. Kommen Sie mal mit, Frau Bahnz. Ich komme mit. Wie Sie sehen, wird hier das ganze Zeug produziert. Ja. Das sind schöne Geräte. Oh, sehr aufwendig auch. Sehr aufwendig. Von Bona XL auch noch. Ich habe gehört, das soll eine tolle Maske sein. Ja, komm, du warst mit. Das ist die Beste auf dem Markt. Gucken Sie sich das mal an. Wer weiß, wo ist alles XL? Hier findet die Verpackung statt. Oh, das sind ja verschiedene Sorten sogar. Ja, Mann. Die werden oben noch was ganz Schönes sehen. Das können Sie mir glauben. Kommen Sie mal mit. Ach, die gibt es dann auch in 24-7-Laden zu kaufen. Cool. Ja. So der Plan. Das ist ein wunderschöner Lager, wo wir unsere Leichen verstecken könnten, falls wir welche haben. Nein, aber riesengroße Lager mit einer riesengroße Produktion, um irgendwann riesengroß reich zu werden. Ich freue mich so, dass Fee dabei ist. Einfach ein Imperium. Ein Imperium. Lass mal wieder auf die andere Seite gehen. Oder, Chad? Mit Fee ist schon cool. Das muss aber ziemlich viel Geld gekostet haben, oder? Also ich will es nicht unerflich sein, aber... Peanuts. Peanuts. Peanuts, mhm. Gucken Sie sich mal das hier an, Frau Bart. Da dachte. Oh, nee. Jetzt ist es... Nee, stehen Sie dann in Los Santos rum, oder was? Ja, der Erste wird uns raus verlässt stehen. Ganz Los Santos. Egal, wo Sie nicht vor werden, Frau Bart. Nein, der Erste wird gegenüber eines Friseursalons in Palito Bay stehen. Oh ja, weißt du... Also, ich habe nichts dagegen. Oder im Friseursalons. Ich glaube, dann... Ja, im Friseursalons, das wäre doch auch was. Ähm, er weiß. Also, da haben wir Lust, ähm, so ein bisschen an Kooperationsgesprächen, Werbung und sowas. Müssen wir sowieso mal machen. Ja, dann sagen Sie mir Bescheid. Wir haben tatsächlich schon einen Großkunden heute bekommen. Ist das so? Ja. Naja, machen wir mal weiter. Okay. Hier sieht man nochmal die ganze andere Produktion. Wenn Sie sich einmal hier oben schon mal hinstellen, da sehen Sie schon die Maschine, die schon leerlauft Wasser, ja? Oh ja, oh. Ja, meine Schuhe sind auch nicht zu dafür gemacht. Oh. Ey, nimm sie mal schön mit den Fingern da raus. Frau Barnes. Ich habe die Finger doch gar nicht drin gehabt. Ich habe mich vor, ich habe mich vor, ich habe mich vor, ich habe mich eingeguckt. Ey, das kenne ich. So, weiter. Kann man darin auch Leichen auflösen. Hier, kannst du dir deine Hände waschen. Waschen Sie sich mal die Hände, Frau Barnes, bitte. Ja, wasch mal die Hände. Ja, Sekunde, ich wasche mir jetzt die Hände. Schön. Ich werde mir jetzt die Hände waschen. Ja. Sehen Sie, wie ich mir die Hände hier wasche? Das machen Sie gut. Nicht das Gesicht, aber. Das machen Sie gut, ja. Tatsächlich geben wir jetzt gleich solche, Frau Gamble-Iwanow, wir haben jetzt gleich tatsächlich einen Termin bei Cypress, dass wir unsere Schutzanzüge bekommen, aber erst für Damen, ja. Das heißt, Sie beide, Sie, Hanni und Ivanov, Sie beide müssen jetzt gleich modeln. Kein Problem, mache ich doch gerne. Und wie viele Mitarbeiter haben Sie jetzt? Drei. Vier. Vier, ne, wir haben noch einen vierten. Cool. Ja, Kowalski ist unser Chef der Lkw-Flotte. Äh, Frau Ivanov ist die Chefin der Auslieferung, das heißt, wenn jemand mal nicht richtig zeitig ausliefert, kann die die Leute dann fertig machen. Hanni ist Cosio und ich bin CEO, richtig. Das ist cool. Haben Sie denn auch eigene Lkws dann? Ja, und wir haben schon einen eigenen. Eine Mude, eine schwarze. Auch gebrandet? Nee, lieber nicht, der wird nämlich immer angezündet. Nee, ich finde das wirklich, also ich finde das sehr beeindruckend. Ja, wir sind noch nicht fertig, hier, guck mal. Ja, Fuzerwande. Hier, Mitarbeiter, artgerecht behandelt werden oder so, aber die müssen arbeiten, die haben hier nichts verloren. Oh, ich kann die Spinde. Ja, ja, okay. Jetzt geht's hoch. Das ist echt so, Fuzerwande, am wenigsten reingebuttert. Nein, Walter, Butter gleich auszieht, 20.000 rein. Gucken Sie mal hier, hier sehen Sie alle Sorten. Gucken Sie mal. Lesen Sie mal vor, lesen Sie mal vor. Das hier ist welche Version? Wassermelone. So, und wissen Sie, was das in der Mitte heißt? Das ist Valiseko. Valiseko. Natur-Sekt von Walter Weiss, ja. Granatapfel, weißt du, das sind aber, das hält sich gut an, leckere Sorten. Ja. Und hier ist das Büro mit einem LSPD-vermerkstabschild, ne? Du weißt, das ist eine Ariane. Ich beobachte dich. Ja, ja. Tatsächlich achte ich immer sehr auf Stoffschild. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich bin die Einzigen, ganz das Santos. Boah, das ist aber, ne, schön. Oh, da steht ja auch eine Dose. Darf ich mir die nehmen? Nein. Schade. Die ist, ähm... Haben Sie ein Probeexemplar für mich vielleicht da? Tatsächlich hatte ich irgendeinen Kofferraum liegen, die. Ich habe die gerade nicht hier. Ähm, so, schade. Ähm, ja, 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 aber kann ich organisieren, so ein Muster kriegen wir auf jeden Fall hin. Habe ich hinten in dem Auto, ich weiß nicht, ob das in... Also gerne den Walliseko. Ähm, ja, aber Sie sollten vielleicht zwei, Sie sollten sich richtig mal den Energy reinkicken. Ich sage Ihnen, dann stehen Sie wirklich so hier, ja, da haben Sie wirklich das Gefühl, Sie können... Habe ich aktuell nicht. Oh, Moment, Telefon. So, Mr. Fuhrpark, wo sind Sie? Äh, im State Prison Chief. An der Kaffee mitbringen, bitte. Sind Sie heute ein bisschen länger da? Ich bin heute länger da, ja, 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 ich bin länger da. Stellen Sie sich mal vor, wollen Sie was Witziges hören? Erzählen Sie mal. Einer im State Prison haut dem Werter in die Schnauze. Ja. Was müssen wir denn da machen? Rechte vorlesen und einen Anwalt besorgen. Ja. Im State Prison. Ja. Auch das ist kein strafrechtlicher freier Raum. Nee, ist er nicht. Herr Kowalski, wie viel haben Sie denn da heute? Es sind einige jetzt. Also, wir haben jetzt sechs Insassen und zwei Wärter, die verletzt sind. Ach, oh Gott. Okay. Alles klar, Herr Kowalski. Aber, Sir, also Rechte vorlesen und 90 Minuten Untersuchungshaft im State Prison, also... Ja, da müssen Sie sich nicht bei mir beschweren. Nee. Aber... Einen haben Sie ja genug. Ja, das stimmt. Kowalski, bis später, ne? Rufen Sie mich an, wenn Sie bereit sind, ja? Ja, alles klar, Schief. Bis gleich. Ciao. Also, Frau Bahns, ähm... Was haben Sie für einen Führerschein? Ich, ähm... Wollen Sie den sehen? Haben Sie einen Lkw-Führerschein? Da muss ich sehen, da ist er draufgeguckt, ich bin aufgestoßen. Ich hab, äh... Ja, ich hab einen Lkw-Führerschein. Sie können ja... Wie hast du das geschafft? Ja, das ist ein Fehldruck, ich weiß nicht, das ist Ewigkeiten her und... Sie können ja als freiberuflicherin, äh, freiberuflicher Lkw-Fahrer hier mit Frau Ivanov arbeiten. Ja, aber Herr Weiß, das steht nur drauf, ich darf nicht Lkw fahren. Du darfst neben mir aber Lkw fahren. Ja, Bock bestimmt irgendwann, aber ich muss natürlich auch, ich hab ja schon einen Job, da muss ich natürlich auch... Was verdienen Sie denn da die Stunde, wenn ich fragen darf? Ähm, ich lebe tatsächlich viel vom Trinkgeld und dann krieg ich am Ende noch einen Bonus und die Transferleistungen. Und verdienen Sie gut damit? Ich bin aber echt zufrieden. Wenn ich viel arbeite, dann ja, aber ja. Aber? Nichts, aber das ist... Ich bin eigentlich zufrieden damit, aber natürlich, Geld verdienen ist immer sehr schön. Ja. Ich mag meinen Job aber wirklich sehr. Ja, verstehe ich. Ja, gut. Ähm, alles klar. Ja, dann, ähm... Boah, ich würde aber schon gerne mal Lkw fahren, ja, okay. Ja, die Mule, die wollten wir eigentlich abholen, die steht... Hanni, hast du das nochmal versucht? Ja, die ist nicht erreichbar. Meine Güte, was hast du mit denen? Okay. Vielleicht könntest du mich aber zu meinem Auto fahren, damit ich nochmal... Oh, äh, Barnes, holen Sie ein Investment-Tätigen in Wallis-Brause? Ne, so viel Geld hab ich leider nicht. Haben Sie 200 Dollar da. Wieso soll ich denn investieren 200 Dollar? Was krieg ich dafür raus? Jeder Cent hilft. Bei Erfolg dann, äh... Und eine Reisegutschein kriegst du dich. In die Hölle? Okay. Ja, dann, äh, würde ich jetzt mal wieder arbeiten fahren. Ja. Ja, gut, wir müssen nämlich jetzt auch los. Ja? Ich fahre gleich zum Auto, Ariane. Danke. Das ist doch sehr geil. Ich komme dann zu Cyprus hier vorne um die Ecke, ne? Ne, wir treffen uns bei, ähm, der Wasserstation, ja? Da, ähm, am East Highway. Ich, äh, check heute. Ja, ich, äh, genau. Check. Ne, so, abschließen, nicht vergessen. Bis gleich, ne? Ja, bis gleich. Bis gleich und viel Erfolg auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, ja? Ja. Bis dann, Frau Bansch. Mach's gut, mach's gut, tschüss. Ciao. Ist du abgeschlossen, Hanni? Ja. Okay. Mein Gott, die ist aber auch ungeduldig, ne? Schade, dass wir die Moodle heute nicht abholen können. Ja, ist echt ein bisschen blöd. Habe ich dir eigentlich das Passwort schon gegeben für das, weil ich's Brause E-Mail-Post war? Nee, solltest du noch machen. Okay. Oh, ich habe eine Nachricht. Können wir das abschließen? Ja, ne? Ja, klappt. Okay. So, das müsste ja jetzt... Ach, guck mal, das ist auch gar nicht so weit weg. Da können wir von hier aus so geil hinfahren. Das ist ja hier so auf der Höhe, ne? Warte mal. Ist hier. Weißt du, wir haben hier direkt die Freeway auf, die Location ist mega gut für uns. Besser, also die ist deutlich besser als Palito. Besser als Palito. Ja. Guck mal, wir haben hier auch Pilswasser wegen dem Sekt-Geschichte. Mit dem müssen wir dann auch nochmal reden. Nee, den Sekt kriegen wir doch von der... Von der Winery, glaube ich. Ach, sind wieder Rennautos, ne? Hm. Da so aus. Ah, da müssen wir dann auch nochmal... Boah, wir müssen so viele Gespräche jetzt führen. Ja. Dann würde es erstmal reichen, wenn die Dosen mal produziert werden und sowas, wenn das alles mal läuft. Und wenn man so ein Grundgerüst einfach hat. Ja, ja. Ich würde halt gucken, dass wir direkt, keine Ahnung, 400 Dosen kaufen. Weil, ähm, sonst müssen wir jedes Mal immer gucken, dass sie das nach... Müssen wir jedes Mal einzeln nachbestellen. Das dauert ja ewig. Ja. Ja, ich meine, solange wir halt wirklich dieses Investment erstmal haben, können wir halt erstmal was davon aufbauen. Wir wollen ja auch wirklich die Sachen so ein bisschen in der Stadt verteilen. Also die Mule kostet ja 31.000. Genau. So, das heißt, wir haben noch über 30.000 Dollar übrig. Sogar mehr. Ja. Ja, easy. Das müssten noch 49.000 sein. Ja, easy. Dann die 15.000 sind noch fürs Gebäude weg, aber es sind halt auch immer noch knapp 30.000 Dollar dann. Wenn man ein Unternehmen will, da muss man immer investieren. Ja. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das Kovasti so viel Geld da springen lässt. Ja, ein übelst Bock LKW zu fahren, aber richtig. Was denn hier? Hier leuchtet ja alles. So. Hier können wir das Wasser abfüllen. Hä? In diesem Riesentank. Ja, genau. Ja. Hier müsste das gehen. Hier sind auch die Wasserkanister. Weil wir alle müssen wahrscheinlich hier hoch, ne? Oder was? Wie kommt man denn? Ich habe keine Ahnung. Lass mal angucken kurz. Ja. Chat, ey, ich habe so Bock auf das RP, ne? Ich hoffe, ihr auch. Aber wir müssen jetzt hier gucken. Hier können wir irgendwie das Wasser abfüllen. Da müssen wir ganz kurz mal gucken, wenn wir die Kanister haben. Sieht auf jeden Fall sehr vertrauenswürdig hier aus. Ja, wieso? Das ist eine Wasserpumpstation. Guck, da oben sind die dicken Rohre, die hier runtergehen. Ja. Ja. Hier wahrscheinlich, oder? Das, ja. Guck mal, ob ihr da was aufdrehen könnt. Oder machen wir das hier, hier drüben? Dann müssen wir uns dann nochmal, weil hier sind ja auch Schläuche und so weiter. Vielleicht hier drüben. Warte mal hier rum. Ne, hier ist ein E-Werk, ne? Wo der Gabelstapler da drin steht. Sieht sehr nach Strom aus, ja. Sieht sehr, ja, sieht sehr unwässrig aus. Unwässrig. Ja. Ähm. Ich kann auch sagen. Moment. Ähm. Ähm. Ne, das ist tatsächlich, also ich hab, ich hab von so den Wasserwerken hab ich eine Info bekommen, dass man das tatsächlich hier macht. Hier. Ich glaube, hier brauchen wir tatsächlich den leeren Wassercontainer und ich glaube, hier brauchen wir die Aktiv-Kohltabletten, die das Wasser säubern. Ähm. Ja? Direkt hier. Ja. Okay, dann machen wir das quasi. Alles klar. Okay. Na gut, dann haben wir auf jeden Fall schon mal jetzt alle verstanden, wie es geht. Also, was wir jetzt brauchen, ist, wir müssen Gespräche mit Horizon führen. Ähm. Genau, wir müssen Gespräche mit Horizon führen, wir müssen Gespräche mit Human Labs führen und Odeas. Das sind unsere drei Baustellen. Ja, und dann hol die Wilson-Farm noch wegen den Wassermelonen und dem Kanadabfeln. Ne, das sind, glaube ich, äh... Was sind das Aroma-Stoffe, die wir bekommen? Sind Aroma-Stoffe, so ich das verstanden habe. Hä? Wo kriegt man die her? Ja, dann wahrscheinlich auch von Human Labs. Äh, aber ähnlich auch bei den Taurin-Tabletten und Koffein-Tabletten. Die kriegen wir auch bei Human Labs wahrscheinlich. Das ist genau bestimmt auch die gleiche Sorte da, ja. Check. Also, Horizon, ja, okay. Wo kriegen wir Wallis Etikett her? Ja, wahrscheinlich dann auch Horizon. Vielleicht eher bei... Bucht das Horizon? Boah. Bye-bye-here, äh... Bei diesen Papier-Leuten da. Green Planet, ja. Sicher? Einer von den beiden wird sein, Horizon oder Green Planet. Kann ja beides mal anfragen. Ist bei Green Planet gerade jemand da, erreichbar? Man macht ja nun mal schauen. Green Planet. 1, 3, 7, 7, 3, 1. Ja, dann probier doch mal anzurufen. Ja. Ja, ich mach mal. Ja? Okay. Guten Morgen, hier gehen wir lieber noch von Wallis Brause. Ich hätte mal eine Frage an Sie. Erstmal brauchen wir Alpapier, was das kostet. Genau. Äh... Man kann vermutlich Alpapier bei Ihnen kaufen, richtig? Wie viel kostet das denn? Pro Stück 70 Cent, okay. Okay. Wie viel kostet das 400? Wie viel kostet das 400 dann? Ja... Gibt das so völlig den Massen... Statt Sie ausreden. ...Aufschlag? 380 Dollar. Ah, okay. Alles klar. 380 Dollar, ja, ist da gar nichts. Okay, 280 Dollar. Alles klar. Ähm... Gut, da weiß ich Bescheid. Und noch eine andere Frage. Kann man bei Ihnen Etikette für... ...Gendrei Kattose machen lassen? Wird schwierig, okay. Ich frage da gleich mal bei Cypress nach. Kann sein, dass das importiert wird. Okay. Ah, okay. Okay, da weiß ich diesbezüglich Bescheid. Dabei, dabei! Gut. Andi, kannst du Kowalski schon mal unsere... Hast du unsere Konto... Warte, ich will nur ganz kurz notieren, dass Altpapier je Stück 70 Cent kostet. Okay. Du denkst mit, das gefällt mir. Alles ausschreiben, damit wir alles in der Übersicht haben. Äh, Kowalski unsere Kontonummer mitteilen? Ja. Warte, ich brause. Und mir gleich auch, dann gehen wir das Geld gleich schnell überweisen. Dann... Nee, wir bestellen erst mal nur Kartons, Leute. Altpapier. Okay, das werde ich so weiterleiten. Gut. Ebenso. Hauen Sie rein. Und kann man das abholen, oder wie läuft das, Hanni, sei schon? Wie läuft das, Ivanov? Also, nee, das war gerade noch so ein... Annemarik und ihm wegen der Müllabfuhr, dass man diesbezüglich noch was aushandeln müsste. Aber, ja, Etikette gehen nicht. Was, dass sie es abholen, oder was, oder wie? Dass sie es entweder abholen, oder so, ja. Was abholen? Die, die... Ja, Müll. Den wir produzieren? Ja. Scheiße, dann müssen wir ja dann auch noch da hinfahren, ne? Okay. Nicht hinfahren, sondern die holen das eben halt ab. Ach so, okay. Aber dann fahren wir erst mal jetzt zu Cypress und können ja mal wegen den Etiketten und wegen der Kleidung fahren. Dann haben wir das schon mal weg, ja? Weg. Alles klar. Wo man alles dann drängen muss, ne? Müllabfuhr. Ja, ist schon krass. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn wir es einmal haben, wenn es einmal läuft, dann haben wir unsere Ruhe. Ja. Ja, das stimmt. Das soll ich sagen. Ivanov, wir fahren erst Geld einzahlen, ja? Weg. Geh, fahr ich einfach kurz zum ATM im Stadtpark. Ja. Schade mit der Mule, ey. Das wär cool gewesen, wenn wir die heute schon gehabt hätten. Hm. Ne, dann einfach sofort im Gebäude schon steht. Ja. Was hat Larrys denn für Öffnungszeiten? Ähm, gute Frage. Hat keiner gesehen, hat keiner gesehen, hat keiner gesehen, hat keiner gesehen? Bin nicht im Dienst, alles gut. Oh fuck. Er hat's gesehen. Scheiße. Oh nee. Ich bin hier keine Öffnungszeiten von denen. Ich glaube, wir müssen auch echt mal hineinwachsen. Wir werden auch viele Fehler machen, Hanni. Wirklich. Ja, aber das gehört dazu. Ja. Aber irgendwie haben die keine Öffnungszeiten anstehen. Wo ist der Larrys? Das ist ein Sandy, oder? Ähm, ja, irgendwo im Norden. Sandy-Stroß oder Armini oder so. Können wir gleich auch mal ganz kurz hinfahren und uns die Mule mal angucken. Ja. Weil wir müssen dem Typen von der Mule, ich gebe dir jetzt gleich die Kontodaten, dann kannst du das schon mal vom Wallis-Brause-Konto überweisen. Mhm. Weil dann ist das schon mal durch. Dann müssen wir das theoretisch auch bei den Bestellungen mit einschreiben, oder? Wie viel mehr jetzt haben wir denn? Wenn wir das ja eingekauft haben. Das Fahrzeug? Ja. Ist ja ein Einkauf, genau. Ist ja eine Ausgabe. Oh, ich höre Sirenen. Auch. Ich habe tatsächlich ein Ziel noch, ja? Langzeitziel. Siehst du das Gebäude links hier an der Ecke, ganz hinten, dieses Café? Ja, das hast du mir schon mal gesagt, dass du da so eine Art Kopf-Café haben möchtest. Wallis-Brause. Wo wir endlich mal nicht Hausverbot bekommen. Wallis-Brause-Café soll das hier werden. Das ist schon cool. Unser einziger Laden. Aber, ähm, das fühle ich, wenn wir so einen Store haben. Wo wir dann unsere eigenen Getränke... So ein Pop-Up-Store muss ich machen. Ja, genau, 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 genau. Da kann man dann auch Festivals und so drin machen. Das ist ja witzig. Können wir uns mal informieren, was das kosten würde. Na, du, äh, fünf. Ach denn? Also, ich würde hier gerne, das ist mein Langzeitziel, Frau Ivanov, links hier auf der Ecke ist ein Café. Das steht leer hier. Ah, ja? Das würde ich gerne kaufen oder auch pachten für Wallis-Brause. Das wird ein Wallis-Brause-Pop-Up-Store mit dem Logo obendran und so weiter. Und, ähm, das würden wir dann richtig cool einrichten. Und dann würden wir dann da zum Beispiel auch immer Events machen, wo wir dann unsere Getränke vorstellen, wo Leute hinkommen können. Eine Cop-Kneipe halt. Ja, voll geil, Alter. Ja. Wo wir nicht mal Angst haben müssen. Ich würde dann endlich mal nicht hausverboten. Yes! Ja. Etwas, was jeden Tag angekündigt wird. Richtig. Da fliegen Mullis rein ohne Ende. So. Das wäre schön. Okay, pass auf. Hanni, ich gebe dir jetzt mal, wir überweisen erst mal die Mule, ja? Machen wir erst mal, dann sage ich dir das mal eben. Okay, dann lese ich dir das im Vor-Kaufvertrag, Larrys. Also, Kontonummer ist 288 36 274. Verwendungszweck Walter Weiß, dann ein Strich in der Mitte, Mule und das Kennzeichen ist 6G 05M. Das können wir auch direkt anmelden beim LSPD. Ja. Und der Betrag ist, der steht hier gar nicht drin, ne? 31.000 sonst, glaube ich, oder? Ja, aber der steht hier gar nicht drin, warte mal. 35.000. 35.000. So. 288 36 274. 35.000 Dollar Walter Weiß, Mule 6G 05M. Check, jetzt muss ich eben ganz kurz die, äh... Ich brauche so dringend Kaffee. Ja, wir holen gleich was. Welches Datum machen wir heute? Den 19. Immer noch. Ja, du Freche. Eben war es doch so ein besonderer Tag für dich. Ist es überwiesen? Ja. Möchtest du noch die Kontonummer haben, dass du dein Geld auch mit drauf überweisen kannst? Ja, warte. Wie viel Geld habe ich denn auf dem Konto? 22.000, okay. Ich überweise 20.000. Ja. Äh, okay. Geld überweisen. Hast du die Kontonummer auswendig? Ja. Okay, sag mal. 942. 942. 942. 777. 777. 533. 533. Ja. 20.000 Dollar. Walter Weiß Investment, Wald, Wallis, Brause. Zack. Wie viel Geld hat, Wallis, Brause jetzt? Wie viel? 30. Wir haben... Wie viel haben wir? 100. Haben wir 100.000? Hä? Nee, 30.000 sollten es eigentlich sein. Ah, 30.000. Ja, ich bin... 30.000 Dollar. Soll es Kowalski noch dazu dann? 45.000? Mhm. Das heißt... Und ich... Ja? Ich habe noch einen Puffer von 25.000 Dollar. Ähm. Falls es irgendwann nötig sein wird. Leute, was kann man machen, wenn man am Automaten feststackt? Ich gehe mal, glaube ich... Ah, mein Telefon. Ich gehe mal ganz kurz pinkeln. Ja, mach das. Ja, alles gut. Bis gleich. Ich habe... Ich bin irgendwie festgestackt. Ich konnte nichts machen. Ja. Aber, Leute, wir haben die Mule. Wir haben Wallis Brause. Jetzt müssen wir nur die ganzen Unternehmen an die Strippe kriegen. Und dann läuft's. Dann läuft's, Chad. Ist das nicht nice, Mann? Ach, krass, Jasmin. Okay. Dann kommt noch Frau Turner, die macht auch noch ein Investment. Ja. Pinkel in den Geldautomaten. Ja, safe. Dann müssen wir uns jetzt gleich noch um die LSPD-Sachen kümmern. Ja, ganz kurz OOC. Kurz eine Info, Leute. Ähm. Wenn ihr Bock habt auf Wallis Brause-Merch. Es gibt jetzt ein Display von Wallis Brause. Und es gibt auch ein Real-Life-T-Shirt von Wallis Brause. Was ich üblich geil finde. Das findet ihr im lucky5.de Slash Shop Slash Und, ähm, ja. Also, mein Wunsch ist wirklich mein Endziel, den 40-Tonner zu kaufen, ne? Der 40-Tonner, Leute. Boah. Der wär mein Traum. Welches Türschild? Ja, am besten mal Jasmin anhauen. Die kann das an die Mapper weiterleiten. Fürs LSPD meinst du, ne? Der ist weiße Türschild. Ach so. Äh, ja. Auch da Jasmin anhauen. Die kann dir das weiterleiten. So. Moment. Ich find's so geil, dass Wallis Brause so eine spontane, dumme Idee war. Und jetzt Wirklichkeit wird. Also, das ist schon, ist schon geil. Oh, warte mal. Hä? Passwort ist falsch. Ach so. Moment. Ja, eigentlich. Ach, ich hab das falsche Passwort genommen. Also, 40-Tonner würde ich, äh, würde ich richtig, äh, fühlen. Ich nix weiß. Ja, aber du kannst das ja an Talk, äh, Talker weiterleiten, Jasmin. Sollte Jasmin gehauen werden. Leute, danke für den großartigen Support heute übrigens wieder. Der nächste Stream ist morgen, am Montag von 13 bis 20 Uhr. Am Dienstag Open End, am Mittwoch wahrscheinlich frei. Am Donnerstag ist dann der ein Stream. Freitag ist frei, weil Freitag ist ja Weihnachten, ne? Ja, gerade irgendeiner versucht anzuholen. Ich weiß nicht. Winters. Wir sollen mal investieren. Echt mal, ne? Herr Winters? Einen wunderschönen guten Abend, Chief. Einen wunderschönen guten Abend. Wie kann ich Ihnen helfen? Ähm, Sie haben die Informationen, also laut Homeland, haben Sie die Informationen mit Herrn Gamble schon bekommen, ja? Habe ich von Frau Ivo noch bekommen, die Informationen, ja? Okay, alles klar. Im internen schwarzen Brett, also es gibt einmal bei uns auf dem normalen schwarzen Brett vom Dienstag Drittlesen einen Hinweis von Frau Turner und nochmal einen in diesem extra Dokument auf dem schwarzen Brett ein etwas ausführlicheres, dass er wohl nicht nur auf Fortbildung ist, sondern wohl sehr, sehr lange wohl weg ist oder wahrscheinlich nie mehr zur Verfügung steht. Ich hatte jetzt mit Commander Herr Racko, jetzt mit Herr Hederson schon gesprochen und wir hätten da tatsächlich etwas, worüber wir mit Ihnen reden wollen, wenn Sie da sind, ganz in Ruhe. Scheinen Sie heute noch im PD oder sind Sie erstmal... Ich bin ab 22 Uhr bin ich im PD. Ab 22, also eine halbe Stunde alles klar. Ja. Wenn Sie dann die Möglichkeit kurz hätten, das sollte auch keine allzu große Angelegenheit sein, dann würden Enderson und meine Wenigkeit gerne kurz mit Ihnen ein paar Worte wechseln und dann müssen wir mal gucken. Okay. Alles klar? Ja. Bis gleich dann, ja? Perfekt. Super. Bis gleich, Chief. Ciao, ciao. So. Okay, dann fahren wir ganz kurz zu Cypress, würde ich sagen, oder? Okay. So, also wir haben Geld überwiesen wegen Mule. Ich habe Geld eingezahlt, das heißt, jetzt fehlt nur noch Kowalski, dann haben wir 45.000 Dollar Budget. Ja. Okay, let's go. Dann fahren wir zu Cypress, ja? Warum laufen Sie so komisch, Frau Ivanov? Ich fühle mich gut. Das ist eine Maschine. Ach, ich wollte noch mal kurz jemanden anrufen. Collins hat mich weggedrückt, ne? Okay. Aber ist ein bisschen komisch gestern, als sie da... ...dann auf dem Weihnachtsmarkt warst. Geht niemand ins Telefon. Da weicht mir aber jemand gezielt aus. Das ist krass, sie hat absolut keinen Rückgrat, ne? Null. Das hat wie lange gedauert? Eine Woche? Dann hat sie wieder... Da ist sie wieder weich geworden, wie ich es ihr gesagt habe. Walter, ich habe Abstand zu ihr. Ich möchte mit ihr auch nichts mehr zu tun haben. Dies, das. Ja, ja. Ja, dafür hatten wir gestern sehr viel Spaß miteinander. Ich frage mich halt... Also, was müssen Menschen morden, damit sie mal aufwacht? Was für abscheuliche Menschen es gibt? Keine Ahnung. Gott, was war das denn? Mein Handy. Ich habe ein SMS bekommen. So. Mhm. Ja, schon wieder. Ah, mein Gott. Wer schreibt die denn da? Hast du eine Verriere oder was? Nee, Fee schreibt mir immer. Die schreibt immer, wer in dem Auto fährt. Das ist ganz schlimm. Wohl, die selber fährt. Ja, die ist total unvernünftig. Sollten wir aber vielleicht mal mit dem LSPD rangehen. Jetzt macht das eine riesen... Welche Leistele anrufen? Jetzt macht das eine... Jetzt macht das eine... Jetzt macht das eine riesen Aktion, ne? Weiß ja, dann muss ich gleich das FT wieder anrufen. Ja, und du kommst weniger, ne? Kommst weniger? Ja, wegen Grant. Ach so. Ach so. Ach so, wir haben SMS unfehl. Die kannst nicht lassen. Ja. Ach nee, du meintest das am Allermuse jetzt, ne? Ja. So. Ich dachte, du meintest den Anruf, wenn wir zivil unterwegs sind beim LSPD. Nee. Können wir hier aufs Gelände fahren? Ja. Ne, kommen wir doch nicht. Äh, nee. Ich sag nicht. Ich hänge sehr an diesem Auto. Mach's bitte nicht kaputt. Sagst du. Ja. Werte mal, dass das hier ein paar Plätze sind. Ja. Checkt sich da jemand im Auto? Nee. Das ist jetzt nicht passiert. Hallo? Hallo. Ich hab doch gar... Ich kling mal bei Warehouse. Vielleicht ist da jemand da. Ich hab's ja mal ein Kaffee oder Energy drinken. Ich hab ne Cola nur. Ja, Cola macht mich hyperaktiv, aber nicht wach. Ich möchte auch ganz dringend Koffein oder... Kann man gleich kaufen gehen. Ja, check. Witzig, dass wir so ein Unternehmen haben, aber noch kein... Ja, ich ruf dir mal beim Warehouse nochmal an. Ich bin einfach sehr live-chandet. Cypress Warehouse, gut. Ja, zumindest wir sind jetzt schon bei ihm bei Cypress. Wo sind sie denn? Also falls sie jetzt... Ich bin genau an der Schnellerei. Dann komm ich jetzt kurz vorbei. Okay, dann warten wir kurz hier, ja? Bis gleich. Ja, bis gleich. Auf Wiederhören. Dann können wir mal bei Cypress klingeln, ob da jemand da ist. Wir nehmen... Wir nehmen die Etiketten. Aber wir machen das einfach auf die Automodische Art und Weise. Ja, klopfen sie mal. Ja, klopfen einfach mal. Hallo? Ist hier jemand? Nein. Ruf da mal an. Ne, keine Ahnung. Geht keiner ran bei 4-2-4-2. Müsst du nämlich wenigen Etiketten nachfangen. Ist halt ungünstig, dass du nimmst, wo heute jemanden erreichst, ne? Boah. Wir haben auch Sondergaben, ist ein bisschen schwierig, ne? Ja, gut. Dann machen wir uns schon besser aus. Weihnachten. Hoffentlich. Es ist übrigens unverantwortlich, dass du mir die ganze Zeit SMS schreibst, während du selber Auto fährst. Ja, tut mir leid. Ja, Frau Ivanov, was ist denn da los? Ja, weiß ich doch auch nicht. Weißt du, du gefährdest damit dein eigenes Leben. Ja, so sieht es nämlich aus. Adi, was? Wo willst du dich herausreden gerade? Aus gar nichts. Aber du hast mir doch SMS geschrieben. Hier, guck doch. Ach du Scheiße. Das Wetter heute Nacht sieht aber ganz böse aus, ne? Das ist ein Ausrufezeichen. Ja, ich habe es auch gerade eben gesehen. Deswegen glaube ich heute Nacht zu Hause, dass ich woanders hingegangen wäre. Was? Was war das? Was für ein Meter? Oh, elegant. Ach, was wir auch noch machen müssen, ist, wir müssen mit den ganzen Gastronomieunternehmen noch quatschen, dass sie dann die Dosen auch, dass sie was bestellen und... Ja, klar, das kommt aber dann alles. Wir müssen uns halt vorstellen bei denen. Ja. Das wird alles dein Träubchen! Ich weiß, sie haben ja dieses Geschäftsfadenmäßiges drin, dieses... Das schaffe ich schon. Ja, das gehe ich hin. Wenn sie cool Sachen verkaufen. So, guten Abend. Es müssen uns wunderschönen. So, wunderbar. Und selbst? Ja, auch. Soweit. Ja, gehen wir mal in mein Büro, da war ich noch nie drin. Deswegen... War ich noch nie in Ihm Büro? Nee. Ja. Gehen Sie hinein? Wo hin, aber auch kalt. So ein schönes Büro, was haben Sie denn? Und das ist ja kleine Uhr. Ja, unser... Unser zweites Hauptgebäude wird der Akt renoviert. In der Reihe. Gut, ich will mal kurz die Probestöcke und dann können Sie sich gleich auf dem WC umziehen. Okay. Das Komplette, ja? Mit Handschuhen, mit allem drum und dran. Mit Handschuhen aus. Ich muss Ihnen noch eine Sache sagen. Ja. Automaten, die müssen sich schleunigst ersetzen durch ein Wallis-Pause-Automaten. Naja, wir können dann über eine Kooperation reden, ne? Ja. Rainy. Wussten Sie, dass... Also ich habe alles außer, ähm, eine Maske, da muss ich mal was Passendes rausnehmen. Und eine Maske habe ich im PD. Wussten Sie, dass Rainy ihre Mitarbeiter gar keine Schutzkleidung tragen, wenn die Trinken produzieren? Habe ich heute von Cypress gehört, äh, von McGill and Olsen gehört. Ziemlich eklig. Ja. Das ist sehr unkühlerisch. Das heißt, wenn Sie Wasser trinken, können Sie sein, dass da Haare drin sind und so weiter. Boah. Boah. Na, weiß ich ja, wo ich in Zukunft nur essen, äh, trinken kaufen muss. Richtig. Ja, so sieht es aus. So, ja, dann holen Sie mal. Ich schau mal, ich schau mal kurz, wo das Lager ist. Check. Ja. Da können Sie mir aber bestimmten Versachen abnehmen, oder? Wir können diese Information richtig toll in der Stadt streuen. Ja. Ähm, und die Information kommt nicht mal wegen, also durch uns. Das heißt, wenn uns jemand wegen Rufschädigung oder Wettbewerbsverzerrung anzeigen möchte, können wir immer auf McGill and Olsen verweisen. Schreibt doch mal eine anonyme Mail an Vox Veritatis. Oder an Wiesel News. Also, no scheiß jetzt, ne? Ja. Und die, ne, dann wird Wiesel News darüber berichtet, wie unhygienisch verliebt ist. Können wir ich mal machen, ne? Ich meine, wir sind wirklich gute Menschen. Aber das sollten wir erst dann machen, wenn wir unser Produkt auf dem Markt haben, dass es wirklich eine hygienische Alternative gibt. Einen wunderschönen guten Tag, Isabel. Wie geht's dir? Ja, äh, ganz gut. Bin gerade noch am Weihnachtsmarkt mit David. Okay, ich bin irritiert. Warum? Ähm, hast du gestern einen schönen Tag mit Stoney gehabt? Ja, wir waren auf dieser Vorstellung auf dem Weihnachtsmarkt. Isabel, genau das, was ich dir gesagt habe, erinnerst du dich in unserem Gespräch? Eine Woche hat's gehalten. Ja, Asche über mein Haupt. Bin ein schlechter Mensch, denke ich. Nein, du lässt dich nur ausnutzen, du merkst es gar nicht. Aber inwiefern nutzt du mich denn aus? Ich kann dich einfach nicht mehr ernst nehmen, weil du einen Rückgrat hast. Das kannst du dir nicht ausmalen. Ja, aber das... So, ich hab sogar auch noch was Männliches gefunden. Ach Gott, das Willen. Also können Sie alle drei gleich mal da rein schlüpfen. So, erstmal für die zwei Damen. Machen Sie erstmal die Damen. Und natürlich auch hier für den... Wie viel wird's denn? Wie viel, das ist klar. Frau Ivanov, können Sie sich bitte in der WC umziehen? Ähm, ich war gerade selbst, ich war... Ja klar, das mach ich sofort. Also deine... Deine... Deine Knöchel gefallen mir in den Ding. Das ist ein bisschen schwierig gerade. Man braucht da auch noch so passende Schuhe zu am besten. Ja, die Schuhe. Ich kann dir da noch mal was raussuchen, aber aktuell erstmal die Anzüge. Die gibt es, soweit ich weiß, auch nur in verschiedenen Farmen. Aber da würde ich mich jetzt nicht drauf festbeißen. Okay. Ich teste mal kurz im... Ich geh mal hier. Ja. Ja, geh sich mal am besten umziehen. Mein Gott. WC. Ja, einer... Ach so. Ich dachte mir das... Einer... Ah ja. Wollte ich noch die passende Hose dafür, ne? Ja, sie soll einfach ihre Hose ausziehen. Das ist ein kompletter... Mein Inventar... Ach Mist, irgendwie das... Das macht nicht so viel her. Ach so, klar. Klar, hab ich gewusst. Und zwei Dosen weg, Echsen. Mh. Brownie ist mein Ding. Yeah. Ja, die sehen wir alle aus, das hätten wir durchgefallen. War jetzt noch... Oh, die Handschuhe. Ja. Ja, die Handschuhe, die sind geil, ne? Ja. Die sind da in den... In den Ärmeln einfach so eingesteckt. Ja. Deswegen ist es auch so enger am Händgelenk, glaube ich, gerade bei dir, ne? So. Jetzt noch die passenden Schuhe. Ne? Ja, ihre Schuhe passen ja perfekt dazu. Und haben sie auch Mützchen dafür? Noch nicht. Ja, würde ich was Passendes rauswuchen für sie. Okay. Masken und Mützen wären gut noch. Ja. Ne? Ne, Frau Iwanow. Was kostet denn so ein Anzug? Lassen Sie mich mal kurz im System schauen. Moment. Wind Breaker kostet 180. Okay. Ich würde dann viermal weiblich, viermal männlich bestellen. Okay. Soll ich dann auch jeweils passende Schuhe? Ja, das wäre sehr gut. Also, ne, mit Maske und mit allem drum und dran. Also, viermal jeweils komplett. Genau. Ja, und dann können sie einfach die Rechnung an Wallis Brause schicken. An Wallis Brause. Genau. Das ist ja das Bild. Okay, das ist notiert. Check. Okay, dann gebe ich ihnen die Sache mal wieder einen Moment. Komm. Also, kurze Frage noch. Wissen Sie, ähm, Moment, bitteschön. Wissen Sie, ob, also, was wir noch brauchen? Also, man soll wohl, also, wo kriegen wir die Wallis Brause Etiketten her? Haben Sie da eine Ahnung? Soll wohl ein Importprodukt sein? Wissen Sie, dann von Cypress, Logistik. 4242, ne? Ja. Oder 42141. Ach, komm, das ist gar nicht klar. Aber das ist ja Lieferdienst. Schuhe mal an. Ja, aber wenn er einmal dran ist, kann er vielleicht ihnen auch Auskunft geben. Hallo, hier ist noch der Stakiris von Cypress Logistik. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hätte eine Frage. Können Sie da mal nachschauen? Ich bräuchte Informationen. Wir müssen tatsächlich etwas importieren lassen bei Ihnen. Ja? Das sind so Wallis Brause Etiketten. Haben Sie da schon eine Info? Ja, okay. Läuft das bei Ihnen? Also normalerweise alles, was mit Bestellungen zu tun hat, ist eigentlich immer 4242. Ah, geht keiner ran? Ja, gut, dann ist ja gerade keiner da. Kann ich auch nicht erinnern. Hast du jetzt bei dem anderen Beantworter geklappt? Das ist immer alles über unser Büro und Buchhaltung. Okay, und wofür sind Sie zuständig? Was machen Sie nochmal? Einfach nur Logistik? Ich liefere aus. Genau, also Logistik heißt, das ist ein bisschen komisch beschrieben mit Logistik. Also eigentlich sind wir die Lieferhauter. Das heißt, wenn eine Bestellung da ist, dann verpacken wir das und liefern es. Und wir sprechen dann die Termine ab für die Lieferung. Ja, check. Okay, weiß ich Bescheid. Alles klar. Gut, dann werde ich das ansonsten per E-Mail einfordern. Einfach an Cypress Logistik die E-Mail dann, ja? Genau, genau. Das funktioniert auf jeden Fall auch. Okay, dann machen wir das so. Dann danke ich Ihnen, ja? Bis dann. Jo, bis dann. Ciao. Tut mir leid, ist egal. So. Okay. Alles klar. Das läuft dann über Cypress... Oh, das läuft immer. Endlich muss ich mal hier alles rauslassen. Das läuft dann über... London. Über Cypress Logistik. Da müssen wir dann tatsächlich das per E-Mail anfragen. Okay. Gut. Man kann sich aber auch mal wieder entspannen. Ja gut. Also, ne? Ich müsste dann wissen... Die Rechnung können Sie dann an Wallis Browser schicken. Und ich müsste wissen, wie lange das dauert. Also bis wann das ganze Set sozusagen da wäre. Ich werde das gleich ins System eintragen. Wir haben heute den 19., ne? Ja. Genau. Wenn nichts schief läuft, dürfte es zum 22., 23. da sein. Okay, perfekt. Ja, perfekt. So. Ja. Okay. Alles gut aus, sogar schon zum 21., aber eher 22. Ja, sollten wir... Ja, aber dann haben wir genug Zeit, die Gespräche noch zu führen mit den anderen Lieferanten und so. Ja. Okay, check. Dann erst muss ich danke Ihnen für die Zeit, ja? Ja, kein Problem. Dann wünschen wir einen angenehmen Amt. Wollen wir mal schon auf Sie aufpassen. Lito, machen Sie es gut. Auf drei, ne? Nun. So. Also, dann fahren wir jetzt zum LSPD, würde ich sagen, oder? Weil ich's brause, können wir ja heute an sich nichts mehr machen. Ne, das ist richtig. Wir müssen uns noch eine To-Do-Liste irgendwie aufschreiben, was wir alles machen müssen. Das ist ja schon viel. Ja. Ach, wir schon. Dann schreiben wir einfach im RDP. Ja. Okay. Dann bis gleich. Bis gleich. Mein Gott. Komm mal auf, Hanni. Ja. Ich bin dein Schlüssel schon wieder. Ne, ne, alles gut. Hier siehst du diesen Truck hier vorne? Diesen hier. Den gelben? Ja. Den vor uns. Den hätte ich gerne. Ohne Witz. Ja, irgendwann. Ja, irgendwann. Und dabei noch so ein Sattelzug, also so ein Anhänger. Boah. Der dann aber wirklich mit dem Logo, oder? Das eigentlich mit dem Logo, ne? Wenn wir uns sowas kaufen können, ich glaube, dann haben wir es geschafft. Ja. Ja, Collins war gerade voll uneinsichtig. Ja, Schande über mein Haupt. Ich bin ein schlechter Mensch. Jetzt einfach jedes Mal lässt sie sich bequatschen von den Leuten. Dann erzählt sie mir immer was von Bären. Ja, Walter, ich halte mich. Ich habe da Abstand. Ich werde ihr das nie vergessen. Eine Woche später. Hallo. Schwierig. Das ist echt schwierig. Ich habe Angst vor meinem E-Mail Berg. Ich habe dir eine E-Mail weitergeleitet. Wegen Flywheels. Ja. Die haben es uns endlich geschafft, uns ein Angebot zu schreiben. Ja. Da müsstest du mal drüber gucken und mir sagen, was wir machen sollen. Beim DOL haben wir immer noch keine Info bekommen wegen unserem Abschleppfahrzeug. Das ist eigentlich das hier links. Das zieht sich auch schon sehr lange wieder. Komm mal, jetzt koppelt der an, siehst du. Guck mal. Das könnten wir sein, Hanni. Guck mal. Mit unserem eigenen Wallis-Brauser-Lkw. Ja. Irgendwann. Ich habe tatsächlich letztens Galusera gefragt, ob der mit mir den Lkw-Führerschein machen möchte. Und? Da sehe ich dich. Das waren seine Worte. Ja, ja. Total. Das waren seine Worte. Die bei der Fahrschule hassen mich eh schon von dem her. Warum nicht? Ja, warum nicht? Ich glaube, du hättest auch dann Spaß mit der Mule rumzufahren. Ja. Mule die Kuhle. Wir müssen ja da noch einen Namen geben. Mule. Da haben wir so eine Kuh da drauf. Das ist auch witzig. Ja. Denken alle, wir können so eine Milch unternehmen. Eigentlich gar nicht dumm. Ne? Aber fällt halt keiner. Nee. Mit dem Helm hier so unterwegs. Mit dem Jalbern Helm. Ja, Safety first. Sieht aus, noch nicht anders. Da passiert ein Unfall. Ja. Sehr schlecht. Definitiv. Können wir jetzt kurz hier bei der Tankstelle halten, wegen dem Kaffee? Anni, wenn du da einen Kaffee haben möchtest, dann musst du dich jetzt gedulden. Wir fahren jetzt erst zum Pd. Nein, Spaß. Warte ich, Alter. Ich hätte gerne noch für unser Büro einen Weihnachtsbaum. Ein Weihnachtsbaum? Ja. Ich kann mal morgens schauen, ob es noch einen gibt. Ja. Ich kann mal morgens schauen, ob es noch einen gibt. Wo hast du denn du den Kaffee her? Ach. Hier in der Kasse, schau mal. Weißt du, das Ding ist... Unter den ganzen Zigaretten und so. Das Ding ist... Ah ja. Ich finde das total schade, was aus Isabel geworden ist. Die schätzt auch vieles nicht so. Weißt du, wo es ihr so schlecht ging und sie bei April am Grablahnzeit lag, bin ich da nachts noch hingefahren und hab da mit denen zwei Stunden gesessen und mit denen geredet. Aber es ist immer so, kannst du es ihr irgendwie nicht recht machen. Weißt du? Also egal was ist, alle anderen sind immer scheiße und sie macht immer das Richtige. Habt ihr mal in Ruhe drüber gesprochen, ohne dass jetzt so diese ganze Pd-Altal zwischen... Also ich vertraue ihr null mehr, weil das Problem ist, sie sagt jedes Mal, schau mal, ich könnte ermordet werden. Ja, oder sagen wir mal, einer von den Mayhems köpft mich. Ja? So. Und der Typ hängt meinen Kopf am LSPD auf und man sieht, wer es ist. Sie würde eine Woche später noch mit ihm zusammensitzen und sagen, ja, also ne, jeder macht mal Fehler. Weißt du? Das ist so das Problem. Ich finde, hat sich, keine Ahnung, die lässt sich immer so schnell beeinflussen. Leute begehen Schandtaten und lässt sich so leicht beeinflussen. Schwierig. Das ist halt irgendwie schade, ihr wart doch mal voll eng miteinander so. Ja, aber dann ist sie gegangen. Sie ist gegangen, nicht ich bin gegangen. Sie ist gegangen. Wollte ja auch ihre Gründe gehabt haben, oder? Ja, wegen Eddie ist sie gegangen. Und dann kam sie wieder und wollte dann, dass alles wieder gut wird und dass wir ein Pärchen werden und so, als nichts wäre. Die war drei Monate weg. Drei Monate. Sie tut mir eigentlich nur noch leid. Weiß ich nicht. Ich, ich erkenne Isabel Collins nicht mehr wieder, sag ich dir ehrlich. Na ja. Ja gut, mit der Zeit veränderten sich halt, ne? Das stimmt. Liebes in dem Gespräch im 24-7. Das ist toll. Man kennt es. An der Kasse. Ja. Wir sind ein St vitrik an dem Kaffee koffen. Ja. 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 Das ist eigentlich aus der Aussage geworden. Was sagst du? Ich telefoniere kurz mit Fee. Okay. Ja, aber hat keine Eile mit den Klamotten, alles gut. Schmeiß die einfach in den Spind mal für die Tage. Okay. Bis dann. Ciao. Äh, die Aussage wegen April? Mhm. Ja, war die letzten Tage bisschen schwierig. Okay. Ich hab's dir jetzt für morgen nochmal vorgeladen. Ich hab auch noch nicht mit Sophia Gaines sprechen können, die erreich' ich auch irgendwie nicht. Ich kann das bestätigen. Ihr hat's dir das auch erzählt. Okay. Okay. Wann mach ich das? Du, der Camper, der ist aber... Mhm. Er ist abfahrbereit. Was ich auch krass fand, das wollte ich dir auch nochmal sagen, ich find die... Ich find die Einstellung von Isabel auch krass, was Freundschaft betrifft. Ich finde, Freundschaft macht sich doch dadurch erst aus, dass man der anderen Person komplett vertraut und ihr alles erzählt, oder? Ja. Dass man sich so gegenseitig was erzählt. Oder ist das nicht so? Ich würde sagen, nee, ich find Vertrauen ist schon sehr wichtig. Ja, aber dass man sich auch alles erzählt? Ja. Ja. Ja, sie sagt halt, das ist nicht so, dass man auch vor Freunden, dass man nicht alles erzählen muss. Dann frag ich mich halt, ob man seinen Freunden da nicht vertraut. Ich find halt gerade, wenn du dich nicht mehr deinen Freunden öffnen kannst und denen halt wirklich alles erzählen kannst, was dir irgendwie, weiß nicht, was dich bedrückt oder so, oder auch wenn du irgendwie Scheiße gebaut hast und dir da einfach auch einen Rat irgendwie einholen kannst, dann ist das nicht so viel wert. Das stimmt. Aber das sieht sie komplett anders. Sie sagt, man kann ja auch für Freunde lügen, dies, das und so weiter. Ja, für Freunde lügen ist was anderes als Freunde zu belügen. Ja, genau. Also auch, sie belügt ja dann jemanden. Und auch für Freunde lügen kommt immer sehr auf die Situation drauf an. Ja. Naja. Ich bin mal gespannt, wohin das noch alles geht. Schauen wir mal. Ich find das bei uns ganz cool so. Wir erzählen uns alles. Wir teilen alles. Ich find das gut so, wie es ist. Ja. Weh, du hintergehst mich mal. Bitch. Nicht so frech. Dein Geburtstagsgeschenk wird sonst gestrichen. Ein Geburtstagsgeschränk? Geschränk, ja. Du hast das schon gestrichen, weißt du? Ich bin mega gespannt, was das sein soll. Ja. Mein Traum ist, dass wir am 10. Januar eine Feier haben und dass wir dann Wallis Brause verteilen. Du hast das schon Knussmann quasi gebucht, das Gelände. Schatz, hab ich das? Ja, da stand die mit dem Foodtruck hier vor dem PD. Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Oh nein. Aber ich weiß auch gar nicht, ob wir das wirklich so voll genommen haben. Müssen wir nochmal nachfragen. Aber das wär cool, ne? Das wär schon cool, ja. Und dann kommt der Dirk vorbei an meinem Geburtstag. Oh. Das wär wirklich ein krasses Geschenk, wenn Dirk Knussmann für einen Flug nochmal zurückkommen würde und einfach da wär. Das ist schon schön. Einen Abend. An meinem Geburtstag. Vielleicht hat ja hier Kate von der Wurstpumpe noch Kontakt zu ihm. Vielleicht kann die das irgendwie organisieren. Das wär schön. Ja. Würde ich ihn auch am Flughafen abholen. Mit der Mule. Das wär witzig. Ja. Er würde auch denken, was haben wir hier alles gemacht, ne? Ein Energydrink, dies, das. Mhm. Oh. In den letzten Monaten hat sich einiges getan. Hast du eigentlich mal überlegt, beim LSPD zu kündigen? Wegen Unzufriedenheit oder so? Dass du mal was anderes machen möchtest? Mhm. Kündigen jetzt nicht direkt. Aber als ich das letztens gesagt hatte mit, ich will einfach den Officer 2 wieder. Das war zu dem Zeitpunkt schon sehr ernst gemeint. Mhm. Warum? Ja. Weil ich es temporär sehr, sehr anstrengend finde im LSPD. Und ich manchmal auch ein bisschen das Gefühl habe, dass die Arbeit von uns aus der Ausbildungsabteilung von oben nicht so wertgeschätzt wird, wie man es sich vielleicht wünschen würde. Dass das irgendwie so als selbstverständlich angesehen wird. Und oben meinst du auch mich damit? Ne, das nicht. Eher so innerhalb der Abteilung, dass man halt nicht sieht, dass man sich da wirklich zum Teil echt den Arsch aufreißt. Weil, ja, ich mache halt doch noch ein paar andere Dinge, außer nur auszubilden. Und es ist halt auch wieder was anderes, wenn du halt mit einem voll ausgebildeten Kollegen auf Streife fährst, als wenn du jetzt halt die ganze Zeit nur von Rekruten umgeben bist. Ja. Und dir da halt auch wieder die ganze Zeit einfach nur den Mund fusselig reden musst. Und halt, es ist halt wirklich jeden Tag so mehr oder weniger dasselbe, was du da vor dich hinherziehst. Monoton, ne? Ja. Aber ich dachte, das ist ja das, was so Spaß macht. Dass man immer neue Kollegen kriegt, dass man da ausbildet, dass man die formt, dass man die kennenlernt. Ja und nein. Mhm. Äh. Mit manchen ist es halt einfach und mit manchen ein bisschen schwierig. Es kommt halt auch immer so ein bisschen drauf an, wie die Leute drauf sind. Ähm, wenn das jetzt halt wirklich ein Rekrut ist, der halt so total schüchtern und zurückhaltend ist und du dann halt wirklich auf Streife sitzt und nicht so wirklich viel hast, wo du quatschen kannst und die halt auch nicht so wirklich viele Fragen stellen oder so, ist halt schwierig. So ein trockener Typ meinst du, ne? Ja, und mit einem Rekruten unterhältst du dich halt auch ganz anders, wie mit einem Kollegen, mit dem du halt schon mehr zu tun hast, weil du da auch so ein bisschen auf diese Distanz wahren möchtest. Und weil du ja auch in gewisser Weise einfach so ein Vorbild bist für die Leute. Aber witzig eigentlich, weil letztendlich muss man mal überlegen, du hast beim LSPD als Verwaltungsfachkraft angefangen, wolltest nie Polizistin werden. Ich würde es jetzt schade finden, wenn du sagen würdest, dass du die Ränge runtersetzen würdest und Officer 2 werden würdest. Weil ich finde, dass du schon sehr viel im LSPD mitprägst, auch wenn dich das manchmal sehr, sehr belastet. Aber ich finde, ich finde, ja, ich glaube, das wäre schon ein Verlust für das LSPD, wenn du das machen würdest. Bin ich mir nicht mal so wirklich sicher. Doch. Ach, du bist da ein Quatsch. Du denkst immer schlecht über dich selbst. Nee, aber ich mache jetzt nichts, was du nicht durch jemand anderen ganz, ganz einfach ersetzen könntest. Doch. Nein, das ist Quatsch. Doch. Nee, ist es nicht. Vertrauen nicht vielen Leuten im LSPD. Dir schon. Und ich weiß, dass du es richtig machst. Und das ist das Ding so. Und das ist, ihr habt eigentlich den wichtigsten Job, weil ihr die Leute formt und aufbaut im LSPD. Ohne euch hätten wir diese Leute ja gar nicht, dieses Verständnis gar nicht und so weiter und so fort. Also ich glaube, ich glaube, dass du, ich glaube, dass du dich viel zu schlecht siehst und vielleicht deine Arbeit optimieren müsstest, aber dann wieder mehr Spaß an der eigentlichen Sache hättest. Ja. Also das mit dem Optimieren, dass man wieder mehr Spaß hat, definitiv. Ich wüsste jetzt nur nicht, was der richtige Weg dahin ist, weil mir geht es mittlerweile so ein bisschen wie dir. Ich habe schon mitbekommen, dass du nicht mehr häufig durch den Haupteingang gehst, sondern auch gerne mal einfach hinten über den anderen Aufzug reingehst. Und ich mache das mittlerweile auch fast immer, weil ich laufe rein, bin an der Leitstelle und dann kommen schon drei Leute auf mich zu. Frau Marschall, wann machen wir das Modul? Honey, kannst du mal das gucken? Weißt du darüber Bescheid? Und ich denke mir so, ich weiß eigentlich gar nichts. Ich habe hier nichts zu entscheiden. Ich will einfach nur mich einstempeln, die E-Mails checken, will meine Akten kurz angucken, will mich einlesen. Aber tatsächlich wirst du bald mehr zu tun haben. Wirst du meine Ruhe haben. Warum? Weil du nur Assistant Chief wirst. Nee. Oh doch. Nee. Oh doch. Hast du das Auto abgeschlossen? So, let's go. Assistant Chief, Annie, Marshall. Nein. Oh doch. Würdest du es ablehnen? Ja. Glaube ich nicht. Nein. Doch. Nein, würdest du nicht ablehnen. Würdest du nicht ablehnen. Doch. Nein. Das ist ganz anderes Arbeiten. Delegieren. Nicht mehr selber machen. Oh. Glaub mir. Macht nur Spaß, Leute. Wird kein Assistant Chief. So. Da sind wir doch. In der guten alten Butze. Oh. Mit Kata muss ich auch noch Leitstörnmodul machen. Oh. Hallo Frau Kata. Hi. Hallo Herr Weiß. Hallo Hanni. Wie heißt er nochmal? Der, der so selten da ist, ne? So. Aber wenn wir beide diesen Laden hier leiten würden. Boah, was soll hier für Feuer? Wenn. Eigentlich müssten wir das. Kannst du nochmal Feuerlösch umstecken. Eigentlich müssten wir das alleine aus, äh, alleine aus dem Grund mal machen. Das wäre eigentlich schon witzig. Oh, Telefon. In der Woche. Ja, ich bin gerade in den Dienst gekommen. Kommen Sie da hin. Ja, hört sich. Ja, okay. Dann gebe ich 15.000. Miau, miau. Alles klar. Nee, sie geben mir die nicht. Sie überweisen sie auf das Konto. Dann sagen sie mir nachher das Konto. Das ist einfach Hanni anrufen. Ja, bis gleich. Konto einfach Hanni. Okay. Ja, bis gleich. Ciao. So, was hat sie denn da an? Äh, das sind die Pullover, die sie wohl bestellt haben. Ja, holen sie mir meinen Pullover und holen sie mir meine Jacke. Ich warte dann kurz im Büro, ne? Äh, ja, alles klar. Der macht es wirklich. Winters ist einfach ein Quatschkopf. Ja, ich bin in meinem Büro. Wo sind sie? Äh, ich komme hoch. Nee, Gamble wird kein Assistant Chief mehr. Alleine Hanni zum Assistant Chief zu machen, nur damit man wieder, dass es, dass es Hölle auf Erden im, äh, im LSPD gibt, wäre schon witzig fürs RP. Ne? Das wäre schon witzig. Äh. Was für Tier, wird Tier eine Lästerkanone? Das wäre eine Läster-Explosion. Das wäre so witzig. Ja? Boah. Oh, schau, Arbeits-T-Shirts. Das ist, weil ich's brause, ne? Maschallah, Leute. Maschallah, Leute. Hallo. Die sagen mir zu. Wann können sie diese denn liefern? Liebe Grüße. Beuchte. Geh mal männlich. Geh mal weiblich. Na, mach mal. Ja? Äh, ich hab gehört, du hast die Krokett versenkt. Sie ist wieder Generalüberholt und kann wieder gefahren werden. Möchtest du sie auch wieder abholen? Wo steht da? Wir haben, also was? Die kann doch fahren. Die wurden repariert. Was? Was? Das U-Boot? Okay. Ich hab grad übrigens die E-Mail bekommen von Sams. Die T-Shirts von unserem Wallis Brau sind fertig. Ach, Quatsch. Ja. Ich hab zehnmal weiblich, zehnmal männlich bestellt. Die kosten ja nichts. Ich glaub, ein Dollar, zwei, drei Dollar irgendwie pro T-Shirt ist nicht so teuer. Ähm, okay. Ja, dann, äh, kannst du die abholen gehen mit der Ivanov? Alles klar, weiß ich Bescheid. Bis später. Ciao. Da kommen sie rein. Die versenkt der Krokett. Ja, das wär sehr nett. Die versenkt der Krokett. Die hat überlebt. Die hat überlebt? Ja, die steht bei Flywheelz und kann abgeholt werden. Gibt's jemand, dass der Kampffullover steht da am Etikett? Ach so, ihr T-Shirt. Sie bekommen gleich eigentlich ein extra Pullover. Die Zeit geht aber auch schnell rum. Oh nein, was haben sie wieder? Nein, was haben sie wieder? Nein, nein, nein. Es ist der Pullover mit den ganzen Abzeichen für sie. Wo ist der denn? Ja, den hat Smith noch. Ja, dann holen sie den mal. Ich geh mich mal umziehen. Warten sie. Ich ruf den mal an, ja. Frau Ivanov, was ist los? Ich muss was melden. Okay, dann gehen sie ruhig schon mal da rein. Bischloff im Dienst. Mit Bischloff. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, guckt euch auf meinem YouTube-Kanal die Folge an, wo ich mit Bischloff den Stunt meiner LSPD-Karriere hingelegt habe, Leute. Also, Real Talk. Guckt es euch an. Jetzt haben wir hier, guck mal, das sind neue Klamotten fürs LSPD. Kampfpullover. Alter. Egal, was ist denn das andere? Warte mal. Das andere? Eine Jacke, ne? Guck mal. Guck mal. Nice. Das ist ja mal übelst nice. Ist ja jetzt auch kalt. Wenn du übrigens auf Lucky File spielst und du achtest nicht auf deine Kleidung aktuell, ne? Wegen den Temperaturen. Nicht so gut. Solltest du drauf achten. Aber kann man das mit der Schutzweste koppeln? Mit Gürtel und so. Geht das alles? Warte mal. Die Gürtel. Klar geht das. Guck mal, Funkgerät hier. So, kann man da jetzt die Schutzweste auch drüber ziehen? Ah ne, warte mal. Das ist die falsche. Das ist die falsche, Leute. Das ist die. Sakko, warte mal. Ich kann mal ganz kurz schon mal hier die Sachen reinlegen. Die Jacke. Die Jacke. So, jetzt müsste ich irgendwo noch eine normale Schutzweste haben. Hier, LSPD-Schutzweste. So, kann man die jetzt... Alter, das sieht ja mal übelst wild aus. Es sieht ja mal übelst wild aus. Oh, so Beanies wären doch geil, ne? So LSPD-Beanies. Aber die müssen wir jetzt tragen, die Sachen, weil es halt kalt draußen. Nice. Sieht schon geil aus, ne? Boah. Endlich bequeme Klamotten bei der Kälte, ne? Ja, ja. Der Smith kommt gleich mit ihrem Spezialnehmt vor... Äh, Proberer vorbei. Okay. Okay, Frau Ivanov, Sie wollten was melden. Ja, ich wollte was melden. Jetzt muss ich kurz... Hier. Die SD71 Tremblay hat mir das heute gemeldet. Die SD71 Tremblay war Leitstelle. Und er musste halt die Leitstelle irgendwann abgeben, weil er einen Termin hatte. 18 Uhr. Ja. Auf jeden Fall hat er erst eine Streife reingeholt mit Milos, mit dem Herrn Milos und einem Rekruten. Mhm. Äh, auch von Anfang an gesagt, wegen Übernahme der Leitstelle. Die sind angekommen und haben gemeint, ne, wir gehen jetzt doch außer Dienst. Das war, wie gesagt, äh, äh, Streife mit Milos. Dann hat er eine andere Streife angefunkt, das war mit dem Herrn Sankt-Claire. Selbiges, die kamen an und haben, also beziehungsweise angerufen und gemeint, ne, wir gehen jetzt alle doch außer Dienst. Ja, danach hat er noch die andere Streife angefunkt, die Streife 1, da waren die beiden Silvers drin. Herr Silvers und Frau Silvers. Und dann haben die beiden zu ihm gemeint, ah ja, muss das wirklich sein, wir wollen erst mal mit ihm schief sprechen, bevor wir die Leitstelle übernehmen. Hä? Ja, keine Ahnung, wieso, auf jeden Fall war Tremblay, hat natürlich kein Plan, wieso zum Fick und so. Und dann meint er so, ne, ihr übernehmt jetzt die Leitstelle, ey. Ja, Riks mit schief sprechen, ne, keine Information ist da, dass ihr das nicht machen sollt. Ähm, aber ja, äh, in letzter Zeit wird es dementsprechend auch wieder, äh, schön versucht, das ab, abzuwimmeln. Und ja, Milos, Sankt-Claire und die beiden Silvers, die sind da jetzt diesbezüglich aufgefallen. Okay. Frau Ivanov, könnten Sie, Sie kriegen von mir die Erlaubnis, als Sergeant der Sache nachzugehen und da mal aufräumen, ja, dann nehmen Sie sich der Sache mal an, dann machen Sie so eine mini-interne Sache daraus und schicken Sie mir dann bitte eine E-Mail mit allen Resultaten dann, ja, oder SMS, äh, was die klärenden Gespräche dann gebracht haben, ja? Soll ich eine Supervisorakte dazu machen? Ja, das wäre wunderbar. Dann sagen Sie mir Bescheid, wenn die Akte steht, ja? Dann mache ich. Okay, warst du das schon? Ja, das war's. Okay, weil die Frau Marshall wird jetzt mit Ihnen zu Two Wheels fahren, oder wie die heißen? Fly Wheels. Fly Wheels, Entschuldigung. Und Sie werden... Da wurde schon, glaube ich, abgeholt, der Wagen. Sicher? Von wem? Ich glaube, der Arpa wollte sich... Arpa darf das Auto noch gar nicht fahren, der hat noch gar keine E-Mail davon bekommen. Er meinte, Sie hätten ihm die Erlaubnis... Nein, habe ich nicht. Über... Nein, habe ich nicht. Wann wurde das Auto denn abgeholt? Ich weiß von gar nichts. Ich weiß gerade auch nichts. Arpa, kurze Frage. Die Kokette, wurde die abgeholt? Habt ihr die abgeholt? Ihr habt die abgeholt, okay. Ja, der darf das gar nicht fahren, das Auto. Was war mit dem Chief? Der hat dir die Erlaubnis gegeben, oder wie? Nein, habe ich nicht. Hattest du die Erlaubnis? Ich wusste jetzt erstmal... Überführungsfahrt. Nein, ich wusste, dass das Auto jetzt da erstmal steht. Vor allem, wie kommt der an die Rechte? Die habe ich gegeben. Ah, okay, Sie haben das. Ja, okay. Er ist da. Nee, weiß nicht, Bescheid. Danke. Er meinte, das wäre damals wohl mit Ihnen geklärt sein? Nein. Sex Überführungsfahrten, dass das okay ist? Nein. Er ist da. Na gut, dann... Also, ich darf das Ding auch nicht fahren. Ich habe auch noch keine Frage. Ich wusste, mein letzter Stand ist, dass das Auto in dem Becken liegt und wir das dann erstmal rausholen müssen. Ich wusste nicht mal, was damit passiert ist. Also, wie soll ich denn dann jemandem die Genehmigung dafür geben? Nein, eine grundsätzliche Genehmigung, Sex Überführungsfahrt. Nicht jetzt explizit für den, äh, für die Fahrt jetzt. Ja, also, das ist aber auch wie ein Generalschlüssel, den man sich da geholt hat, ne? Ja, ich glaube, das ist eher, um Fahrzeuge von A nach B vom Departement zu bringen. Soll ich jetzt wieder rausgehen, oder? Das ist halt das Vorparkmanagement. Die machen das halt. Trotzdem machen die das nicht ohne Erlaubnis bei diesen Fahrzeugen. Wenn Sie gesehen hätten, Herr Ennersen, was mir und Bischloff mit dieser Karre passiert ist, ja? Dann hätten Sie aber ganz anders geguckt. Deswegen wissen Sie auch, warum es vorsichtig ist mit dem Auto. Morgen bin ich ab 13 Uhr hier, ja? Ja. Und morgen ist mein Bürotag. Und da wollte ich tatsächlich die Dokumente fertig machen, ähm, für diese Fahrzeuge. Aber bisher hat noch keiner ein Dokument bekommen, ergo darf noch keiner dieses Fahrzeug fahren. Außer Frau Ivanov, Frau Marshall und zu dem Zeitpunkt auch Frau Stone, die ja nicht mehr hier arbeitet. Weil die nämlich bei den Fahrten mitgemacht haben. So. Achso, okay. Andere Leute haben noch keine Genehmigung dafür bekommen. Dann, äh, korrigiere ich den Fuhrpark, äh, daraufhin. Also, die, das Management. Richtig. Und die Frau, äh, Ivanov und die Frau Marshall hätten das Auto jetzt abholen können. Aber das hat sich jetzt komplett erledigt. Hat sich erledigt. Check. So, okay. Sie können dann wieder rausgehen, Frau Ivanov. Danke. Ja. Check. Wunderbar. Viel Spaß. So. Also, sie wollten mit mir reden, sie zwei. Äh, ja. Ich weiß ja nicht. Also, das mit der Gamble ist natürlich ziemlich bitter. Aber er war in letzter Zeit ja... Übersucht. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber er war in letzter Zeit ja sowieso etwas seltener da, muss man fairerweise sagen. Und Herr Anderson, Sie haben ja schon als Herr Gamble seinen Vertreter sehr gute Arbeit gemacht. Ich höre auch sehr gutes Positives, auch wenn Sie sich mal wieder über Ihre Befugnisse hinausgesetzt haben und Beanies erlaubt haben, obwohl Sie das erstmal absprechen sollten und davon noch kein Grob bekommen haben. Aber, ne, das sind... Deswegen habe ich das nur temporary erlaubt. Ja, aber Sie sollten es gar nicht erlauben. Ich ruf zurück. So, Herr Kowalski, was ist los? Schicke Shirts, ich soll hier rein, oder? Nee. Okay. Sie können wegen... Kowalski. Sie können wegen der Wallis-Brause-Geschichte mit der Frau Ivanov reden oder mit der Frau Marshall. Ja? Ja, kein Problem. Wird erledigt. Aber ich ruf Sie gleich nochmal an, Herr Kowalski, ja? Alles klar. Mal kurz dieses Gespräch. Danke Ihnen. Ich habe tatsächlich auch noch ein paar Sachen, aber dann... Das ist ein Rekus draußen. Das dauert nicht lange, glaube ich. Kein Problem. Ja. So. Ja. So. Also, enden Sie. Passen Sie auf. Ja, warten Sie. Stopp. Also, das ist ja die Kleiderordnung, die Sie ändern. Das können Sie nicht einfach so machen. Ja? Das müssen Sie dann ein Go von mir bekommen. Ich bin ja jetzt wieder regelmäßiger da. Ja, ich war jetzt drei Tage mal nicht da, weil ich tatsächlich auf eine Fortbildung war in Washington. Man hat überlegt, mich als Präsident einzusetzen. Ich habe aber abgelehnt, weil ich hier viel zu tun habe. Ja, Sie werden lieber qualifiziert dafür, Sir. Ja, danke. Wie geht es Ihnen nun, Frau Finkers? Wie läuft es? Hören Sie auf. Okay, ja, gut. So. Gut. Officer Larsen, ne? Officer Larsen. Wegen dir, guck mal, weil du rausgegangen... Ach, egal. So. Wie wegen mir? Was? Du bist rausgegangen aus dem Raum. Wenn wir zu zweit hätten wir den Body checken können, dann wäre er auf den Boden gefahren. Der hat seine voll geschissene Hose dir ins Gesicht gehalten, Junge. Boah. Was? Ja, es wird Luft an. Fragen Sie einfach nicht. Ich hätte mir gewünscht, Sie wären dabei gewesen. Können Sie das ganz kurz annehmen, Herr Anderson? Natürlich. Ich komme runter, ich hole den Dings ab, ja. Ich danke Ihnen. Bis gleich. Sind Sie denn traurig jetzt, Herr Winters? Weswegen? Warum läuft der denn so langsam, der Innocent? Weiß ich nicht. Wegen Herr Gamble, meinst du? Richtig. Ja, weiß nicht. Sie wissen ja, Homeland kommt nur dann, wenn man Blödsinn gebaut hat. Ansonsten reisen die Leute einfach aus. Und deswegen... Ich habe seine Zugänge einfach gesperrt, so wie es üblich ist. Erstmal spinnt nachgeguckt, ist alles in Ordnung. Es hängt jetzt ein bisschen natürlich einiges in der Luft, aber da werden Sie sich ja Gedanken gemacht drüber haben, beziehungsweise da wird ja jetzt was nachkommen. Ja. Das ist auch mitunter einer der Gründe, warum ich mit Ihnen, beziehungsweise mit Herrn Anderson als erstes mit Anderson gesprochen habe. Also ich sage, ich habe ehrlich, ich sehe Herrn Anderson als Nachfolger und Herr Pearson als einen Käpt'n. Ich habe mit Anderson auch gesprochen. Ich habe Anderson auch gesagt, er ist vom logischen Verständnis her absolut derjenige, der als nächstes nachrutschen muss. Ja, definitiv, absolut, 100 Prozent. Ich habe mich da tatsächlich aber angeboten, beziehungsweise ich habe mit ihm gesprochen. Ich wurde gerne, beziehungsweise ich wollte schon damals von Anfang an in die Operations. Die Administration habe ich damals ja eigentlich nur gemacht wegen dem Herrn Tanaka. Also anfangs hat sich dann ja mit der Zeit halt einfach ergeben, der Käpt'n und vor allen Dingen ja auch der Commander-Posten. Ich habe mit Anderson gesprochen, deswegen würde ich eigentlich gerne warten, bis er da ist, weil er das dann auch gerne so bestätigen kann. Er macht sehr viel, er ist ein absolut herausragender Officer, er macht super Vertretungsarbeit, 100 Prozent. Und das, was ich mit ihm abgesprochen hätte, wo er auch zugestimmt hat, das kann ich ihm gleich hier selber nochmal sagen, was meine Vorstellung wäre, dass ich gerne in die Operations wechseln würde, als Commander diesen Posten übernehmen würde. Anderson würde als Käpt'n ganz normal bleiben und wir hätten die Möglichkeit, dass wie Initial ja damals mal angedacht, den Herrn Tanaka wieder in die Administrative zu heben. Der Herr Anderson macht absolut perfekte Arbeit, gar nicht zu kritisieren. Okay, stopp. Also. Ja. Als erstes. Ja. Okay, warten wir, bis der Ende ist wieder da. Es ist was anderes, ne? Es ist halt was anderes, ich weiß das, ne? Also, ich bin ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich, ähm, also Winters. Also, Hand aufs Herz. Hau raus. Ja, okay. Ich finde nicht, dass wir das so machen sollten. Ich finde, dass das Ding ist, ich verstehe deinen Punkt. So, du bist jetzt ziemlich lange in der Administrativen unterwegs und das ist auch ein wirklich undankbarer Job, du musst den Leuten die Scheiße hinterher räumen. Da warten wir ganz kurz, bis der Anderson kommt. So. Was haben sie eigentlich, was hat die Finkers mit ihnen gemacht, dass sie so komisch laufen? Was denn? Ach, Sir, ich laufe schon immer so. Also. Hier ist ihr Hemd, äh, ihr Pullover am Kackhemd. Okay, warten Sie, drehen Sie sich mal um jetzt hier, damit sie... Wie soll ich, soll ich mich umdrehen? Ja, beide, sonst sehen Sie ja mal einen Körper, den Sie, der Sie in Warnung bringen. Dann wären wir neidisch. Dann ziehen wir mal drüber, da warten Sie mal. Dann waren wir mal verstanden. Ach, so. Alles gut. Sieht gut aus, oder? Ja. Können Sie sich umdrehen. Super steigen Kragen macht, bling, bling, alles ist... Oh, ja. Oh, ja. Das ist jetzt ein bisschen eng, oder? Nee, das ist jetzt super. Willen Sie mal nichts ein, hier. So, also. Also. Äh, folgendes. Passen Sie auf, Anderson. Mein Plan ist folgender. Ich hab das jetzt von Herrn... Ich hoffe... Also, ich hab mir das von Herrn Winters jetzt angehört. Ja? Dass er gerne der Commander der Operations wäre. Das sehe ich aber aktuell nicht so. Ich würde es gerne so machen, weil... Kimme! Herr Winters hat einen Ruf im LSPD. Ja? Ähm... Neben dem Beschwerde-Heini ist er aber auch der... Shotgun-Heini. Der Shotgun-Heini. Nein. Es ist jemand, der sich... Würde ja dafür sprechen. Nee. Herr Winters, passen Sie auf. Sie haben... Sie haben den Dreh rausgehabt und machen das auch gut. Ich würde das jetzt nicht so sehr mit dem Verschieben. Ich würde das eher so machen. Mein Plan ist folgender. Würde Sie, Herr Anderson, zum Commander der Operations machen. Sir, ganz kurz. Lassen Sie mich ausreden jetzt. Ja, ja, Sir. So, und... Und als Stellvertreter würde ich Ihnen Herrn Pearson geben. So, als Käpt'n. Ja? Das wäre erstmal die erste Maßnahme. Herr Winters, wiederum, würde ich als Commander der Administrativen lassen, aber den Herrn Tanaka als seinen Käpt'n einstellen. So hätten wir folgende Vorteile. Herr Winters kennt sich Punkt A ohnehin sehr, sehr, sehr gut aus mit der Administrativen. Der weiß, wo er ansetzen muss. Er hat das mit der Gesetzeslage wunderbar drauf. Er weiß, wie er den Kollegen in den Arsch treten muss und kann ohnehin auch bei operativen Einsätzen, ja, eingesetzt werden. Das bedeutet, wenn ich jetzt Herrn Winters aus der Administrativen abziehen würde, wäre das ziemlich doof. Weil er kann ja ohnehin einen Satz unterstützen. Ja? Und er hat die Hand da drauf. Es wäre dumm, da jetzt rumzufuschen, weil wir sowieso da ein bisschen geschwächt sind. So, wenn wir jetzt Tanaka als Käpt'n noch einsetzen, arbeiten die beiden sehr ergänzend zusammen. Das heißt, das ist die Speerspitze in der Administrative. Besser geht's gar nicht im LSPD. Wenn ich jetzt zur Operations gehe und ich nehme Sie, Herr Anderson, als Commander, weil Sie ohnehin schon sehr viel im LSPD machen, Sie das taktische Verständnis dafür haben, sich ohnehin sehr häufig einbringen. Sie denken an jeden einzelnen Todestag von Police Officern. Sie bringen sich engagiert selbstständig ein. Sie arbeiten Pläne aus. Dies, das. Plus, wenn Herr Pearson Ihr Käpt'n ist, dann ist es so, dass Sie beide eine ziemlich starke Operations bilden. Wenn ich jetzt noch die Ausbildung nehme, die ja sowieso von Herr Kokum läuft, bloß Herr Johnson als sein Vertreter, sage ich Ihnen, da haben wir unfassbar starkes Personal, sogar das beste Personal in den einzelnen Bereichen. Ich weiß, dass Sie mir jetzt gleich sagen werden, dass Sie vielleicht kein Commander werden wollen, aber das würde ich nicht annehmen. Ich möchte, und ich sehe Sie da auf den Posten, Herr Winters, wirklich nicht falsch verstehen, aber für mich gibt es aktuell keinen Police Officer, der geeigneter für solch einen Job ist. Und ich muss meine Ressourcen... Verstehe ich, nehme mich auch nicht übel. So, ich muss, weil, das wäre das Gleiche, wenn ich Herr Anderson jetzt in die Administrative stecke, würde ich auch den Kopf schütteln, weil da sind Sie der Beste, Herr Winters. So, mit Herrn Tanaka zusammen. So, was ich jetzt damit sagen möchte, ist, ich würde kurz vor Jahreswechsel, würde ich Folgendes tun. Nun, ich würde das so machen, das ist jetzt mein Plan, ja, da können Sie drüber nachdenken, da müssen Sie jetzt nicht Ja sagen. Ich würde das gerne so machen, ich würde Herr Tanaka auf dem Posten des Captains legen, also wenn er die Sergeant-Ausbildung beendet hat, auf dem Posten des Captains legen, der dann mit Ihnen zusammenarbeitet. Ja, wenn Herr Walker damit einverstanden ist, da können Sie mit Herrn Walker ja das Gespräch suchen. Und Sie, Herr Anderson, würde ich mit, ich weiß nicht, ob Herr Pearson mal wieder im Dienst war, wenn er sich dafür fähig fühlt, als Captain in der operativen Einsetzen. So, dann bin ich der Meinung, dass, da muss ich Herrn Pearson einmal einen Rang degradieren. Das Ding ist allerdings, dass Herr Pearson einen Kenntnisstand von 2015, glaube ich, oder 2013 hat, 18 hat, genau, Entschuldigung. Das heißt, er müsste sich erstmal wieder hier einfinden. So, das ist keine Degradierung aufgrund der Leistung, sondern weil ich glaube, das würde ihm guttun, wenn man ihm etwas die Verantwortung wegnimmt, sag ich mal. Aber er sich dann selbst damit schützt, indem er dann einen beratenden Commander hat, der sowieso denkt wie er. Ja, das heißt, so oder so wäre es eine Win-Win-Situation. So, das bedeutet also, wenn wir diese Hierarchie nutzen, die ich gerade aufgestellt habe, das ist die stärkste und, ich glaube, die beste Hierarchie, die das LSPD bis dato hatte. Und ich glaube, stärker geht es gar nicht mehr mit dem Personal, was wir haben. So, und dann würde ich weiter nach unten arbeiten. Wer will Lieutenant in welchen Bereichen? Das können Sie sich ja selber überlegen. Bei Ihnen, Herr, mein Gott, jetzt habe ich den Faden verloren. Herr Winters. Herr Winters, mein Gott, da habe ich so viele Namen gerade im Kopf. Bei Ihnen, Herr Winters, würde ich tatsächlich den Herr Walker als Lieutenant sehen, ja? Genau, das soll er ja auch schon seit Monaten. Genau, ja, er muss diese Sergeant-Ausbildung fertig machen. Ja, soll ich Ihnen, gute Stichworte. Ich meine, führen Sie erstmal aus, dann können wir ja nochmal, Sie sind ja gerade im Flow, deswegen führen Sie erstmal aus und dann... Aber bei Ihnen, Herr Anderson, wüsste ich nicht, wer der Lieutenant werden könnte. Ich wüsste nicht, wer die Nummer drei wäre. Also, es war Herr Grant damals geplant, der sollte Lieutenant werden, ja? Also, ihr Stellvertreter. Hätte ich da auch gesehen, ja. Ja, aber der ist ja leider nicht mehr da. Ich habe ja auch versucht, nochmal mit ihm das Gespräch zu suchen, geht leider nicht ran. Ich kann es verstehen, nach wie vor, ist jetzt auch durch das Thema. Aber aktuell... Also, die DTU ist jetzt... Schwierig. Ja, die DTU ist aktuell auch sehr stark aufgestellt. Das läuft auch in eine gute Richtung. Das bedeutet, eigentlich halten wir jetzt wirklich diese Hierarchie mal fest und legen das alles mal fest, ja? Also, wir übereinen das ohne neue Konzepte, ohne neue Strukturen. Einfach eine Dienstanweisung halten. Und wir arbeiten, wir arbeiten das so ab, wie wir uns das gesetzt haben. Wirklich mit diesem Konzept. Mit diesen Entscheidungen. Ich sage Ihnen, ich glaube, das ist ein Selbstläufer. So, jetzt bin ich fertig. Okay. Jetzt die, Anderson. Ähm, zunächst erstmal eine kleine Frage. Sie sind sicher, dass Sie mich als Commander wollen? Ja. Okay. Alleine Sie haben die Bombe Finkers überlegt. Ich meine, wer soll da noch drüber kommen? Ach so, ja, wenn das die Hürde ist, dann muss man ja einfach nur langsam weglaufen. Nein, nein, passen Sie auf. Ich sage Ihnen ganz ehrlich. Damals habe ich Sie für ein Pearson 2.0 gehalten. Sie haben auch eine Einsatzleitung mal verkackt. Das haben wir alles mal erlebt. Aber ich sage Ihnen, Sie haben ein Comeback gehabt. Das war unfassbar stark. Sie haben sich hier reingekniet. Sie haben mir bewiesen, dass Sie einer der besten Police Officer sind, die das LSPD hat. Sie haben dieses Polizeidasein im Blut. Ja, wenn ich Sie anschieße, kommt blaues Blut raus. Sie sind der Imbegriff vom Polizist. Ja? Korrekt, fair, aber auch immer schön den Überblick über alles behalten. Sie sind ein unfassbar starker, taktischer Police Officer. Und ich glaube, Sie haben Ihren Platz hier gefunden. Keiner, also ich glaube, Sie sind die Speerspitze mit Herrn Winters in der Administrativen, Herr Kukum in der Ausbildung und dann Herr Bischloff in der DTU. Ich glaube, besser kann man es nicht so setzen. Da sind Sie, Sie sind, also, ne? Jetzt, bevor ich hier gleich kotze, verlobe. Aber ich mag Sie auch so. Sie lachen auch mal mit, Sie machen mal ein Speerskin mit und so. Sie sind nicht so, genau wie der Winters, Sie sind nicht so ein Stock im Arsch, Mensch. Wissen Sie, was ich meine? Und das ist gut so. Die Chemie stimmt einfach. Oder, Herr Winters? Absolut. Deswegen habe ich ja auch gesagt. Prinzipiell stimme ich, also, ja, bitte, sprich du jetzt mal. Ähm, also, sehen Sie keine Möglichkeit, irgendwie den Winters irgendwie mit in die Operation zu integrieren? Aktuell nicht. Weil, schauen Sie, nochmal. Also, Sie sehen das ein bisschen schwarz-weiß malerein, ja? Ähm, inzwischen ist es so, ich schenke Ihnen beiden jetzt zum Beispiel und Herr Bischloff und Herr Kukum. Schenke ich ja schon viel Vertrauen, ja? So, wenn ich jetzt weiß, wir haben einen Einsatz, ist es meistens so, dass ich Herr Winters anrufe, ja? Der sagt, ich sage zu ihm, koordinieren Sie das mal, machen Sie das mal, weil ich weiß, der kann das, ja? Ja? So, aber der hat auch seine Abteilung in den Griff, wissen Sie? Deswegen, der hat Leute da, es wäre so, also wirklich taktisch gesehen, wäre es der dümmste Move, ihn da rauszunehmen. Weil, den können Sie ohnehin ja berufen, ja? Ja? Das heißt, wenn Sie sagen, wir haben einen Einsatz, dann können Sie den Herrn Winters ja kontaktieren und hinzuziehen, ja? Der ist ja da, der soll ja auch nicht, Herr Winters soll ja auch nicht den ganzen Tag mit der Nase in den Akten drinstecken, weil dann verliert er den Spaß an den Job, ne? Ich möchte, dass er, ähm, dass er ja auch den Alltag des Police Officers, äh... Ja, ja, so habe ich das gar nicht gesehen, ich habe da nur gerne, also ich... So selber fühle ich mich auch nicht, also... Ja, genau, das will ich, das will ich auch sagen, also ich habe auch in dem Gespräch, was ich mit, ähm, Anderson gerade eben geführt habe vorhin, ähm, habe ich auch direkt gesagt, ich will ihm auch auf gar keinen Fall das Ganze streitig machen, er hat das mehr als verdient und, äh, deswegen haben wir gesagt, wir fragen natürlich, oder Sie entscheiden es ja so oder so, unabhängig davon, was wir uns vorstellen, ähm, ich würde das gerne so machen, Sie sagen nein, dann akzeptiere ich das auch, äh, beziehungsweise Sie haben Ihren Schlachtplan und dann wird ja auch so umgesetzt. Ja, ich will aber nicht, dass einer von Ihnen enttäuscht ist. Ja, was, ja, was heißt enttäuscht? Ich, äh, wollte schon immer in die Operations, Sie sagen, das funktioniert so nicht, ich mache dann meine Arbeit trotzdem halt einfach... Naja, ich sage mal so. Also ich war schon immer mehr der Typ, der einfach mehr auf der Straße hing, als in den Akten. Ja. Jetzt ist ja Herr Tanaka wieder da, also ich sehe das auch nicht schwarz, weil ich komme ja auch auf die Straße und ich weiß auch, wenn irgendein Einsatz ist oder so, die rufen mich an, sie rufen mich an und ich, ich kann ja auch, äh, unabhängig davon, dass ich in der Administration bin, kann ich ja trotzdem auf der Straße, was das Maul aufreißen und den Office dann sagen, so, macht mal so, macht mal so. Das ist ja gar nicht, das weiß ich ja. Ja, die Legende haben so Sprüchen, ja. So, was? Jetzt folgen Sie mal! Dann war ich nicht dabei. Das ist aber auch nervig. Nein, okay, ich kann, ich kann damit leben, alles gut, dann machen wir das so, dann, äh, ist mir, alles gut, ich kann damit leben. Ja, ja, Anderson, würden Sie sich denn bereit fühlen als Commander? Und Sie wissen, was das noch bedeutet, oder? Äh, was das noch bedeutet? Sie werden das SWAT-Lied. Oh. Okay. Ready or not? Ready or not? Sind Sie ready or not? Nicht wirklich ready für das SWAT-Lied. Ja. Fassen Sie auf, ich kann auch was langsamer angehen. Warten Sie, lassen Sie uns beim SWAT, würde ich Ihnen Folgendes vorschlagen, um Herrn Winters auch entgegenzukommen. Was halten Sie davon, wenn Sie beide sich einen Plan machen, ein Konzept, also nicht Konzept, bitte nicht, also einen Plan machen, Entschuldigung, einen Plan machen, dass Sie das SWAT aufstellen, ja, und Sie beide dafür verfügen. Dann hat Herr Winters etwas Operatives, etwas Praktisches in der Hand und Sie, Herr Anderson, haben eine Unterstützung. Weil ich glaube... Also, wenn ich noch weitere für das SWAT benennen kann, wie... Ja, ja, nein, es geht ja nicht nur um einen Mitglied, sondern es geht ja darum... Um Leitung, meine ich ja. Ja, genau. So, dann holen Sie noch den Herrn Pearson dazu, ja, so, der dann selber in diese Einheit integriert wird, er war ja bis jetzt immer so der Ausbilder. Okay, ja, wenn Pearson dabei ist, dann ist gut. Was dann? Dann ist gut. Warum? Weil der kann dann so ein bisschen primär, also ich würde dann zusammen mit Winters so ein bisschen die Übersicht und Pearson kann dann so halt komplett den Leiter machen, oder? Okay, und da... Oder so, ja, Sie müssen das halt beaufsichtigen. Und er kann seine Einheit anführen. Das ist eine Aufgabe als Commander, genau. Er ist der SWAT Lead als Einheitsvorsteher und du bist als Commander in der überwachenden Funktion, genauso wie ich und Nazi quasi. Er ist der SWAT Lead und Sie beide sind die Kontrollinstanz. Das ist ja keine Abteilung, das ist ja ein Los... Genau, ja. So, Herr Winters. Und jetzt kommt eine wichtige Sache. Jetzt kommt eine wichtige Sache. So, Sie müssen... Also einmal, was machen Sie da? Nein, das ist gut, ich frage nur Ihre Sterne. Okay, jetzt kommt... Ah, da hin weht der Winters. Da weht der Winters. Noch ein Rang, noch ein Rang. Ich dachte, ich dachte, der eine Stern, der hängt da so ein bisschen komisch raus auf der linken Seite. Ich war letztens, ich war letztens, ähm, ich war letztens, ähm, ich war letztens, ähm, bei Herrn Winters zu Hause, ganz kurz, hat er vergessen, die Tür abzuschließen, war die Tür so auf, hab ich aufgemacht, hab gesagt, Winti, bist du da? Hab ich gerufen. Und da war da so eine Wand, ne? Und da war immer so ein Strich an der Wand, wissen Sie? Immer so, wie in dem Gefängnis. Und dann bei fünf so durchstehen. Und dann stand da Tage, bis ich die Sterne bekomme. Und glaub mir, die Wand war noch nicht weit gefüllt. Also, hast du eigentlich noch die Weihnachtsbrücher? Ich hab die noch im Spind, ja, das ist ein scheiß Lametta, was da jedes Mal raushält. Also, ähm, ich würde das so machen, dass ich, ich würde, ähm, Herr Bischloff ist ja auch in dem Spot, ähm, den würde ich aktuell aber, glaube ich, da rausziehen, weil ich Herrn Bischloff... Wegen der DTU, die wir gut haben, was ich gehört habe. Die von der DTU sollen wirklich nur sich darauf fokussieren, ja? Ja, das heißt, Anderson, Winters, Sie holen sich ja Pearson ran und Sie suchen sich noch drei weitere Mitglieder. Frau Ivanov gehört ja, glaube ich, dazu. Ja, dann haben Sie schon mal jemanden. Ähm, die würde ich auf jeden Fall da drin lassen. Dann suchen Sie sich noch zwei, drei Mitglieder. Miller ist, glaube ich, auch noch ein Teil davon. Miller, Harper. Ja, genau, dann nehmen Sie da wieder die Übungen auf, ja? Okay? So, jetzt kommt aber eine Sache, die mir sehr, sehr wichtig ist. Also, ich bitte, dass Sie dann einmal bitte mit Herrn Bischloff nochmal reden. Vielleicht ist er ja da und ich mache das gleich. Aber jetzt kommt eine wichtige Sache, das ist mir äußerst wichtig. Bitte berufen Sie das SWAT nicht bei jeder Kleinigkeit. Das bedeutet zum Beispiel, wenn wir einen, ähm, Geldtransporter begleiten, fahren wir nicht mit dem SWAT. Nein, äh, ja, klar. Ja, so, wenn wir, ähm, eine Geiselnahme haben und die Geiselnahme spitzt sich zu, dann kommt das SWAT. Ähm, wenn wir ein Shooting haben, also eine Schießerei, kommt das SWAT, wenn sich dieses Shooting hinaussieht, ja? Ja. Also, Sie verstehen, das ist das aller, aller, allerletzte Einsatzmittel. Ja, wenn es in die Richtung vom Davis-Shooting geht, zum Beispiel. Genau, richtig, richtig. Okay. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Wohnung gestürmt werden muss, dann können Sie auch darüber nachdenken, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, durch eine Detective Ihnen mitgeteilt wird, dass erhöhtes Gewaltpotenzial gegen diese Person herrscht, ja? Ähm, und diese Person schon mehrmals auffällig war und Waffenbesitz und so weiter, dann können Sie auch die David-Einheit einbeziehen. Ja. Ja? Ja? Also Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Ich weiß, in welchen Situationen die eigentlich zum Vorschein kommen sollte, ja. Weil in letzter Zeit waren die sehr häufig unterwegs, sogar beim Geldtransport. Also. Beim Geldtransport? Ja, ja, ja. Das, da wurde mir tatsächlich gesagt, das wäre mit Ihnen abgesprochen gewesen. Ja, das war immer so zwischen Tür und Angel, ne? Also das, das bitte auch wirklich dann regulierter festlegen, sonst verbrennen wir diese Einheit ganz schnell. Ich hab, ich hab, äh, ich weiß nur, dass Leute mitgefahren sind, Anmarkt, undercover. Ja, ne, 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 ne. Auch das, das Wort und nach Rücksprache mit, ich hab ja mit Büschloff geredet, wieso, weshalb, warum. Ja. Und da wurde mir gesagt, das hätte er, aber dann hat er das wahrscheinlich zwischen Tür und Angel und sie hatten es nicht richtig auf dem Schirm, weil. Ist vieles. Husch, husch. Also ich war jetzt vier Tage, drei Tage nicht da, ich hab meine E-Mails geguckt, ich habe 15 Mails. So, ne? Ja. Und sehr viele SMS. Also, ähm, jetzt noch der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte. Ähm, ich möchte, und das müssen wir durchsetzen, ja, das, das werden wir jetzt auch durchsetzen, zwanghaft. Egal, wie es draußen brennt, ähm, wir müssen die Captains und Commandersitzungen wieder durchführen, ja. Am liebsten wären wir eigentlich Commandersitzungen, ich sage es Ihnen ehrlich, ohne Captains, weil bei den Commandern geht es schneller, ja. Und wir brauchen nicht so viele Ressourcen. Das heißt, sie müssen von ihren Captains die Information einholen, ja, was da gerade brennt und wir setzen uns dann in den Führungsrat, ins Gebäude 5, in meinem Büro dort und können in Ruhe miteinander reden, ohne dass uns irgendjemand nervt. Das heißt, wir werden alle zwei Wochen, alle 14 Tage die Commandersitzung einberufen. Also alle Führungskräfte des LSPDs, ja. Alles klar. Aber keine Captains erstmal, weil wir müssen den Prozess beschleunigen. Wenn wir nämlich zwei Stunden im Raum stehen und reden. Ja, ja. Außer der Commander kann nicht, würde ich vorschlagen, ja. Dann kann ich das Schild vorkommen. Dann dreht er, ja klar. Okay, genau. Okay, perfekt. Nur, wenn wir gerade bei dem Thema sind, äh, bisher wurde immer, glaube ich, nur eine Stunde eingeplant. Vielleicht sollten wir da ein bisschen mehr einplanen. Ja, also ich sage Ihnen ganz ehrlich, ne. Wir müssen hier eine Sache bedenken, passen Sie auf. Das ist jetzt so ein Punkt, Sie müssen nach Relevanz gehen, ja. Ja. Ich komme jetzt zum Beispiel, ähm, äh, zu Ihnen, Herr Endersen. Sie sind jetzt, ähm, Commander der Operations und der Herr Harper vom Fuhrparkmanagement kommt zu Ihnen und sagt, ja, wann können wir denn, äh, die Anmarktfahrzeuge, die Scheiben tönen? Das ist kein Thema für eine Commandersitzung, wissen Sie? Ja, ich hab's, ich priorisiere da auch schon. Richtig, ja, also wenn da irgendwelche belanglose Kacke kommt, brauchen wir gar nicht. Ja. Okay. Gut, ähm, alles klar, dann machen wir das so, wie Sie das gesagt haben. Also das ist nichts gegen Sie, Herr Winters, passen Sie auf, das Ding ist... Nein, nein, ich ver... Nein, Chief, ich verstehe das auch. Ich hab, ich hab mehr, ich hab mehr Bock einfach nur auf den operativen Bereich, ich bin aber in der Administration trotzdem zufrieden, so ist es ja nicht. Mhm. Ähm, ein, ein Bitte hab ich dann. Eine Bitte. Das ist wirklich ernst gemeint, eine Bitte, das ist wirklich ernst gemeint, was den Herrn Tanaka und den Herrn Walker betrifft. Der Herr Johnson, und das ist 0,0 gegen den Herrn Johnson, sondern das ist einfach nur die Feststellung. Mir wurde gesagt, vom Herrn Tanaka, weil ich ja selber da hinterher bin, meinen Officern zu sagen, seht mal zu, kriegt den Arsch hoch, dass ihr die ausüben kriegt. Zu selten da, ne? Der Herr Johnson, ich glaube, er ist einfach privat momentan eingespannt, was vollkommen in Ordnung ist, 0,0 böse. Ich hab gesagt, gut, dann redet mal mit Kukum und Kukum sagt, er ist nur für die Rekruten zuständig, das ist nicht seine Aufgabe. Das ist das, was mir gesagt wurde. Verstehe ich nicht? Er ist Commander. Richtig, er muss sich um seine Abteilung kümmern, er braucht das Personal. Also ich kann auch nicht sagen, nee, an die Justiz wird keine Akten mehr weitergeleitet, weil das macht der Herr Walker. Nee, wenn der Herr Walker nicht da ist, muss ich das machen. Also was ich vorschlagen würde, sag ich Ihnen ganz ehrlich, und ich weiß, jetzt werden Sie erst mal sagen, wissen Sie, wen ich da als Ersatz sehe, sag ich Ihnen ganz ehrlich. Als Ersatz für den Herrn Johnson, meinst du? Ja, sag ich ganz klar, Frau Marschall. Frau Marschall? Mhm. Sie wissen gar nicht, wie die sich in der Ausbildung reinhängt. Also das ist so krass. Aber auch die Frau Ivanov. Ja, aber die Frau Ivanov können Sie nicht daran binden. Ist um eine Esti, ne? Nee, 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 das ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Also das Problem ist, die Frau Ivanov kann das nicht machen, selbst wenn sie wollen würde, weil sie zeitlich immer springt. Ja, das heißt, sie kann nicht zuverlässig sagen, ich bin jetzt da. Verstehe ich. So, aber ich würde jetzt erst mal versuchen, mit Herrn Johnson zu reden, weil ich hätte Herrn Johnson, würde ich eigentlich nicht gerne, also ich würde Herrn Johnson, würde ich gerne da lassen, wo er ist, weil er ist schon sehr stark. Aber wenn er viel privat zu tun hat, soll er uns das auch mitteilen, ja? Genau, und ich würde immer mit Hanni reden. Alternativ müssen wir gucken, wen wir da hinsetzen, weil die Ausbildung, die ist immer so ein bisschen, ist eine ganz schwierige Nummer, weil er ist halt sehr monoton und wiederholt sich viel, ne? Was halten Sie denn davon, vielleicht in diesem Thema Ausbildung, also was dieses, nur was die Sergeants angeht, dieses auf Streife fahren und so, dass das vielleicht die Leute aus der Operations auch mitmachen können? Weil die sind ja da, ein Herrn Anderson oder vor allen Dingen ein Herrn Pearson, der es damals eh gemacht hat. Was, dass sie ausbilden? Also zumindest nur diesen Sergeant-Bereich, wissen Sie? Achso, dass sie Sergeants ausbilden. Genau. Ja, das ist ja der Plan gewesen damals, das ist ja der ursprüngliche Plan, dass alle ab Sergeants ausbilden können, vor allem ab Captain. Das heißt, Sie, Herr Winters, ja, ja, das war ja damals die Idee, deswegen, also Sie, Herr Winters, Sie können ja zum Beispiel, wenn Sie wollen, Sie haben jetzt zum Beispiel den Herrn Tanaka, aber ihm würde ich den Herrn Tanaka nicht geben, weil ich weiß, dass Sie da ein Auge zudrücken würden. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt den Herrn Anderson zum Beispiel nehme und ich sage, Herr Anderson, passen Sie auf, Sie können jetzt den Herrn Tanaka mal ausbilden, nehmen Sie mal Nachmittag mit, machen Sie mal mit ihm Streife über eine Woche, ja? Nehmen Sie, haben Sie mal beiseite, gucken Sie mal, wie der arbeitet und Sie sagen mir dann, ja, schauen Sie, schauen Sie das und das und das sind für mich die Kriterien, das erfüllt er und ich sehe ihn auf dem Sergeant, dann kriegt er die Prüfung, ja? Und dann wird er, dann wird er, dann wird er die Möglichkeit haben, dann Sergeant zu werden. Aber eigentlich ist es so, dass ich das System, wie wir es vorher hatten, eigentlich ganz gut fand, dass Herr Johnson sich immer darum gekümmert hat, aber wie gesagt, ich sehe ihn aktuell etwas, etwas seltener so, ne? Deswegen, und das ist ein bisschen schwierig. Also bei der Ausbildung, ich bin ganz ehrlich, eigentlich war die Idee damals, das wirklich sehr praxisorientiert zu machen, damit wir viele Offices im Dienst haben, aber... Das Thema ist, wenn Sie es, also da ist es ein schwieriger Punkt, wenn Sie es nur praxisorientiert machen, sehen Sie, dass es den Leuten in der Theorie halt leider fehlt und die da schlampen. Das ist, beim Thema Akten ist das momentan richtig schlimm. Deswegen machen wir da jetzt auch diese Pflichtveranstaltung, dass jeder Officer zum jetzigen Zeitpunkt nochmal diese Akten- und Leitstellenschulung durchläuft, weil teilweise werden Sachen diskutiert. Wahnsinn, mein Mann. Kowalski, kommen Sie doch rein, Sie sind ja auch Commander. Ich habe es voll vergessen. Der ist ja auch Commander. Ja. So, Kowalski, ich war jetzt irgendwie auf dem Schlauch gestanden, Entschuldigung, Sie haben hier den Commander-Posten, Sie sind ja genauso, ganz kurz für Sie. Ist Herr Kukum eigentlich auch gerade da? Ich glaube nicht. Perfekt, okay. Ich glaube nicht. Ich rufe ihn mal kurz an. Ich muss ja auch nicht alles für meine Uhr. Na, doch, 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 Sie sind Commander. Sie sind der Chef des Estis, natürlich sind Sie hier involviert. Ne, ist nicht erreichbar. Also, Herr Kowalski, folgendes, es wird alle zwei Wochen, wird es Meetings geben, nur die Commander-Abteilung, ja, und ich, ja. Das heißt, Sie müssen sich von Ihrem Captain Sergeants, all dies, das müssen sich Informationen, müssen sich einholen, ja, und die tragen Sie dann hier vor. Aber wirklich relevante Sachen, wenn jetzt zum Beispiel ein McGarrett mal wieder ein Auto kaputt gemacht hat, ist das für mich nicht wichtig. Das ist Ihr Ding, ja, verstehen Sie, was ich meine? Absolut. Ganz kurz noch für Sie, der Herr Gempel, der ist jetzt wohl erstmal über Wochen, Monate, Jahre, was weiß ich, ist der aus dem LSPD-Dienst abgezogen worden, ja, und deswegen müssen wir weitermachen. Und aktuell ist der Plan, dass er, also es wird auch so durchgesetzt, der, also die Hierarchie des LSPDs wird so aussehen, ähm, ähm, genau, Sie, Herr Kowalski, werden nach wie vor Commander des Sheriff Departments und der State Prison. Das machen Sie ja wunderbar, ja, Sie haben Ihren Laden da oben im Griff, läuft, ich vertraue Ihnen auch hundertprozentig, sind guter. Danke, Chief. Ähm, dann Herr Anderson wird Commander der Operations, sein Vertreter wird möglicherweise, wenn er wieder fit ist, müssen wir schauen, ich weiß jetzt nicht, wann er das jetzt mal im Dienst war, wird Herr Pearson. Herr Pearson wird zugleich auch das Lead der Swats, also der kümmert sich um die Swat-Abteilung, ja, was der Herr Anderson beaufsichtigt mit Herrn, ähm, Winters zusammen. Herr Winters ist Commander der Administrativen, möglicherweise, wenn Herr Tanaka damit einverstanden ist, wird dieser der Käpt'n. Das heißt, Herr Tanaka kümmert sich um all dies, das drumherum mit Herrn Winters zusammen, dass das läuft. Und jetzt kommt der letzte Punkt, dann haben wir die Ausbildung, da ist Herr Kukum, ja, der Commander, und aktuell die Vertretung ist der Herr Johnson. Da der Herr Johnson allerdings etwas eingespannt ist, muss ich mal mit ihm reden, ähm, ist ja gut, wenn der Herr Johnson, ähm, wenn er wieder da ist, müssen wir mal das Gespräch führen. Ähm, Herr Johnson ist die Vertretung, das würde ich auch gerne so lassen, wenn Herr Johnson das zeitlich aber aktuell nicht schafft, sehe ich die Frau Marshall da zum Beispiel, ja? Ja. So, äh, da müssen wir dann aber gucken, weil eigentlich möchte ich Herrn Johnson den Posten geben, weil er ein unfassbar starker Ausbilder ist, ja? Ähm, um ihm das Wasser zu reichen, ist auch schon schon entschuldig. Ja, Herr Johnson kann man ja die Aufgabe einfach erweitern, also an mehr Leute aufteilen. Ja, 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 sonst muss man zwei Vertretungen machen in der Abteilung der Ausbildung, weil, ja, muss man schauen. So, und jetzt gibt ja noch einen Lieutenant quasi, ne? Genau, ja. Dürfte ich noch eine Frage stellen? Sie dürfen alle wahrstellen. Okay, da wird die Hierarchie im LSPD, ja, das ist uns dieses Jahr uns sehr wichtig, oder? Mhm. Genau, ich habe ja auch einen Stellvertreter. Der Garrett? Oh, Gamble-Tiver noch. Und, äh, ich glaube nicht so. Ganz kurz, ganz frech, hat wer was zu essen und trinken? Ja, hab ich. Oh Gott, der fängt, ja, du kommst den Stern näher und greifst mit dem Team an mein Essen. Nein, ich hatte, ich hatte die ganze Zeit, ich hab, ich hab, äh, egal. Ja, warte, ich hab Pancakes, Junge, hier, warte, ich packe mal zwei, drei aus hier aus meiner Tasche. Ja, guck mal, da kriegst du schon. Du hast durchgefuttert vom Onkel, so wie du meinst. Ja, darüber muss, wir müssen aber vorziehen. Ja, brauchen wir noch einen Sip Wasser raus. Jetzt kommt das durch. Ach, du kriegst gleich einer. So. Okay, was wollten Sie denn jetzt sagen, Herr Kowalski? Also, die Frau, die Frau Gamble-Ivanov macht einen hervorragenden Job im Sheriff's Department. und sie ist auch mit vollem Elan dabei und ich brauche einen Stellvertreter, der auch Zugriff auf die, ähm, ja, auf die Waffen hat und allem drum und dran. Welchen Rang hat Frau Gamble-Ivanov, ne? Und sie wollen die als Lieutenant haben. Als Captain. Als Captain. Ist schon manchmal sehr verpeilt, die Frau Ivanov, ne? Ja. Was wir, was wir machen können, da komme ich Ihnen, da komme ich, ja, jeder von uns hier, dann, da würde ich Ihnen entgegenkommen, Chief, wir können ja eine Möglichkeit schaffen, wenn Sie der Frau Ivanov zumindest das Vertrauen geben, an diese Schränke zu kommen, könnte ich einrichten, dass nur speziell Frau Ivanov da rankommt. Aber ist nur der Vorschlag, wie Sie wollen. Ich finde das aber, kommen Sie, die Ivanov ist eigentlich eine gute. Da vertraue ich dem, ich habe ja das Gefühl, dass Sie bald was miteinander anfangen, Kowalski. Nee, was liefst du? Ach du Scheiße. Ach, bitte nicht. Ich habe da ganz andere Sachen gehört von der Frau Ivanov. Aber das würde ich mir schon vorstellen, mit dem weißen Haar auf deinem Haupt. Der hat jetzt einen Pullover, ähm, da sind ganz viele kleine Bodenkugeln drauf und da steht überall ein K und da habe ich gefragt, was es heißt, hat sie gesagt, mein Kowalski. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Und außerdem magst du, glaube ich, Hunde, wegen deinen Welpen. Ja. Ich habe gestern ein Reh umgefahren, Kowalski, ne? Was? Ja, haben Sie mitgenommen? Was? Sie sind so ein Hengst. Was? Hast du es aber abgehängt, oder? Wir haben, wir haben einen Schuss gegeben. Irranov, Sie kommen sofort in mein Büro. Das ist ja in Ordnung. Das ist mein Fire Department. Okay, wollen wir jetzt Drama machen? Ein bisschen Drama machen? Ja, machen wir ein bisschen Drama. Lassen Sie uns einen Grund anfangen. Kowalski, Sie machen jetzt Drama. Erzählen Sie irgendwas, Kowalski, was die falsch gemacht hat. Ja, gleich, gleich, gleich. Das war aber... Warum? Hallo? So, Herr Kowalski. Ja, so, ich habe jetzt gemeldet. Ganz kurz, ganz kurz. Ich habe jetzt den Rückruf auch vom Chief Justice bekommen, wegen der Sache hier. Also, das ist kritisch. Herr Kowalski, Sie haben die Ehre. Ja, okay. Ja, Frau Gambi-Livanoff, der Chief möchte ich Ihnen was sagen. Nein, Sie haben die Ehre, Herr Kowalski. Ich weiß, dass das unangenehm ist. Jetzt drücken Sie... Ich weiß, dass das unangenehm ist. Ja, ich weiß. Das ist deine Aufgabe als Commander. Ähm, also... Ich sperre schon mal parallel die Zugänge. Dass Sie ja mit den Gedankenspielen, das LSPD zu verlassen, dann... Und Sie mir das ja auch gesagt haben. Mhm. Dann würden wir Sie... Ich würde Sie gerne als meinen Stellvertreter sehen. Frau Gambi-Livanoff. Ach, Frau Walski, Sie sind so ein... So ein... Nein, ey, Gott. Das ist doch kein Drama. Du bist... Kein Drama. Wir haben draußen Drama genug. So geht das, Kowalski. Ivanoff! Ivanoff, du bist gekündigt. Ich habe gehört, Frau Ivanoff, dass Sie ihre Nase in Koks gesteckt haben. Stimmt das? Ähm, kommt drauf an welcher Koks? Deswegen sind die Haare weiß. Nicht eins. Frau Ivanoff, folgendes. Sie werden hiermit zum Käpt'n des Sheriff-Departments ernannt. Jo, danke. Und jetzt wird raus. Also diesmal offiziell. Diesmal wirklich. Posten Sie das nicht wieder auf Venture, ne? Der Herr Kowalski lag hier auf Knien. Der lag hier auf... Auf Venture. Kann man ein Selfie machen? Der lag... Das ist ein Selfie? Ich kenne nur Selfie. Der lag auf dem Boot. Selfie. So. Der Kowalski lag hier auf den Knien. Der hat schon ganz rote Knie. Und hat gesagt, der weiß, bitte, bitte, ich... Das war so unangenehm. Bitte, ich... Die Ivi und ich, wir beide sind... Die Ivi und ich... Ja, das hat... Oder Herr Winters? Herr Winters. Darf ich hier eine reinhauen? Ohne Schein. Herr Winters, hat er das gesagt oder nicht? Was macht er denn jetzt hier? Hä? Das ist... Mit dem neuen Rang, wissen Sie... Das ist mit dem... Live-Edate. Herr Winters, hat er das gesagt oder nicht? Ja, er war wie so ein Eichhörnchen, hat er meine Backen voll... Bitte. Ich habe echt... Ich bin so... Also, ich weiß auch nicht. Also, Pinocchio und Baron von Münchhausen... Nein, ich brauche mal... Dass der Winters eigentlich mit seiner Nase nicht mein Auge aussticht, das ist nur ein Wunder. Der Winters arbeitet manchmal für den ACLS als Wagenheber. Aber nicht wegen der Nase. So. So, passen Sie auf, folgendes. Also. Nehmen Sie die Position an, Frau Gamble-Iwanoff. Jo. Captain der Sheriff Departments. Stellvertretung von Mr. Kowalski. Wir werden mal sterben, Kowalski. Ich sage, wie es ist. Oh Gott, toll. Ach du Scheiße. Was, werden wir sterben? Ja. Dann würdest du wohl Commander. Nein, danke. So. Sind Sie damit einverstanden, Frau Ivanoff? Ich bin damit einverstanden, ja. So, sind Sie damit einverstanden, dass Herr Anderson... Commander des LSPDs, der Operations wird? Damit bin ich sehr einverstanden, ja. Sind Sie damit einverstanden, dass der Herr Tanaka, der Stellvertreter von Mr. Winters wird? Definitiv, ja. Und wären Sie damit einverstanden, wenn Hanni Marshall, die Stellvertreterin von Mr. Kukum wird? Jetzt stehe ich auf den Schlauch. Ausbildung. Ja, klar. Aber, äh, aber jetzt, so, nee. Und Sie, die Maria, die ist doch gerade da vorbeigelaufen mit ihrem pinken Oberteil. Barschel! Party! Kopf des Willen! Alter! Die Dame hat ein Organ, unglaublich, oder? Ohne Scheiß, ne? Dieses PD, Alter. Das macht der in Ordnung mit dir. Weißt du noch, dass, wissen Sie noch, dass Jeremiah Carsten gesagt hat, dass nach einem Jahr diese Führung zusammenbricht? Ähm. Der hat so viel Mission Row 99 geguckt oder so. Wo ist die denn? Mission Row? Was ist die auf Toilette? 69. Also Mission Row 69. Ja, ja. Ohne Scheiß. Ich vermisse das irgendwie so ein bisschen. Also Mission Row, ja. Mission Row 69, die habe ich mal im Internet zum Trailerfolgen gesehen. Ich habe auch so, ich habe das auf Venture Tube gesehen. Habe ich immer so. Auf wo? Auf Venture Tube. Was ist das denn? Da habe ich, da habe ich, da. Ja, Venture Tube war ich. Die sind so. Also. Mensch, Hanni. Hallo. Hast du schon von Mensch, hat Ju gehört? Passt fast zu meinem Sakko, was ich vom Tisch bekommen habe. Also, Hanni, folgendes. Pass auf. Wir sind hier gerade die Zukunft des LSPDs am Plan. Warum auch immer. Okay. Da Herr Gamble weggefallen ist und wir jetzt gerade hier in Ranglaune sind, würden wir folgendes machen. Also. Der Herr Anderson wird Commander des LSPDs im Bereich Operations. Sein Stellvertreter wird. Wer? Danke. Was denkst du? Weiß ich nicht. Pearson. Ja, okay. So, wenn er das will. Oh, stark. Das heißt, die Operations, ich sehe schon bald nur noch Helikopter in der Luft. Das Esti hat eine Upgrade bekommen. Kowalski, der alte Bulldozer, hat jetzt eine Unterstützung. Und zwar Captain Ivanov. Oh, Glückwunsch. So, Herr Winters, die Ringe müssen wir noch alle anpassen. So, dann Herr Winters bekommt den Herrn Tanaka, wenn das mit Herrn Walker abgesprochen ist und die damit glücklich sind und der Herr Tanaka seine Sergeant-Ausbildung abgeschlossen hat, wird der Herr Tanaka Captain der Administrativen. So, und jetzt komme ich zu dir. Ich würde dir gerne den Vorschlag machen, dass du darüber nachdenkst, ja, weil das ist ganz gut mit Delegationen und so weiter, dass auch du eine Beförderung bekommst und zwar zur Assistant-Chiefin. Nein, Spaß. Ich wollte nur, dass der Winters ausrastet. Das hätte ich gefühlt. Sie hätten warten sollen mit dem Spaß, aber... Ich habe schon mit ihm Auto... Hättest du das eigentlich angenommen? Nee. Schade. Einfach nur, um ein Feuer hier zu legen. Nee, ich würde dir tatsächlich vorschlagen, falls du Lust darauf hast, falls du Lust darauf hast, und ich möchte, dass du darüber nachdenkst, Captain der Ausbildungsabteilung wirst. Mit Herrn Johnson zusammen. Bei Captains, oder wie? Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Weil Herr Johnson, also die Ausbildung ist eigentlich die Abteilung, die am meisten Unterstützung braucht. Und die eigentlich am meisten am Rudern ist. Weil das so, wie sagt man, immer das Gleiche ist. Und ich glaube, wenn du dann mit Delegiers, mit den Sergeants, mit den Ausbildungen Pläne ausstellst, mit dem Herrn Kukum zusammen, ich glaube, das könnte ganz gut werden. Und als Lieutenant sehe ich Herrn Musqueira. Aber der ist es ja ohnehin schon. Dann müsste nur mal bitte in Richtung, also das ist ja das Fährste, in Richtung Kukum kommuniziert werden, dass jegliche Person ab dem Rang Lieutenant aufwärts, egal welcher Abteilung, auch die Sergeants ausbilden dürfen. Naja, es macht aber keinen Sinn, dass ein Sergeant ausbildet, oder? Naja, doch. Also jemand, der gerade erst Sergeant geworden ist, soll ja ruhig erstmal im Sergeant-Bereich ankommen. Denn wir lassen ja schließlich auch keine Officer 1 und 2 direkt... Leute, Santi, Hanni ist Sergeant oder was? Das System ging damals schon in die Hose. Und dann rühren wieder zu viele Leute im Brei rum, meiner Meinung nach. Okay, ja, aber muss der Chief, ja. Entschuldigung, ich habe akustisch gerade nicht zugehört. Was hast du gesagt? Also ich habe gesagt, dass wir natürlich dann auch kommunizieren müssen in Richtung Kukum, dass jeder, das wäre mein Vorschlag, ab dem Rang Lieutenant die Sergeants ausbilden darf. Aufgrund dessen, ein Sergeant sollte kein Sergeant ausbilden. Warum nicht? Weil wir da meistens Leute drin haben, die ja gerade erst vielleicht selber erst Sergeant geworden sind und dass wieder zu viele Köche sind, die den Brei verderben. Weil das kommt dann wieder dasselbe hinaus, wie das damals die Officer, die Rekruten ausgebildet haben. Müsste ich mal das einlegen. Moment, da geht es ja nur um die Fahrten, ne? Ist ja auch nur mein Vorschlag, ne? Da geht es ja nur um die Fahrten, da geht es ja nicht um das Theorieunterzeug, ne? Naja, alles eigentlich, oder nicht? Oder wollen sie nur, dass... Also auch wenn es keinen interessiert, aber ein Sergeant, der Sergeant geworden ist, ist der Elite des Streifendienstes. Richtig. Und ich finde, der kann das weitergeben. Bin ich ganz... Also ich finde, der Sergeant kann auch Sergeants ausbilden. Finde ich vollkommen. Also der Sergeant muss... Also ich verstehe den Ansatz, Winters, dass da nochmal ein Rang drüber steht, ne? Also das ist ja logisch. Aber ein Sergeant muss einen Sergeant ausbilden können, weil das ist wirklich... Also wer an Johnson vorbeigekratzt kommt, der ist Sergeant. Und der muss das weitergeben können, das Wissen. Okay, na, alles gut. Das ist die Creme de la Creme. Also wir als Sesselpupser hier, als Sesselfurzer hinterm Schreibtisch, haben garantiert nicht das drauf, was der Sergeant draußen im Streifendienst drauf hat. Darf ich ganz kurz unterbrechen? Hat einer von euch zufällig Kaffee oder so? Alter, ist der... Wir haben drüben... Könnt ihr ja kurz da gucken, ob wir im Kühlschrank sind. Nee, haben wir nicht. Das sind die Flammkugel von Inderzen drin, die man nicht anguckt hat. Warten Sie mal, stopp jetzt, mir fällt gerade was auf. Passen Sie auf, wir machen das kurz anders. Also passen Sie auf, Herr Winters, Sie reden mit Herrn Walker, ja? Sie reden mit Herrn Walker, ob er damit einverstanden ist, wer ein Lieutenant wird, ja? Das ist schon quasi so, okay. Und der Herr Tanaka wird Captain. Der Herr Tanaka kann seine Sergeant-Ausbildung, der kann seine Prüfung vorziehen, wenn Herr Johnson da ist. Der Herr Johnson, das können Sie ihm so mitteilen, der soll ihn sofort prüfen, weil ich bin mir sicher, dass Herr Tanaka das mit links macht. Ja, das ist nur Zeitverschwendung. Für Herrn Johnson ist das Zeitverschwendung, für Herr Tanaka, ja? Ich nehme jetzt mal das Recht hier raus, um das so zu setzen, ja? Also Herr Tanaka wird Captain, Winters will Lieutenant, äh, Walker wird Lieutenant, ja? Okay, also Walker kann ich aber einfach draufsetzen, weil der ist ja schon seit Monaten dran, oder? Der ist aber Sergeant, oder? Nee, der ist aktuell noch... Der ist fertig, soweit ich weiß. Ich frage ihn gleich mal. Genau, wenn nicht, dann schreiben Sie dem Herrn Johnson eine E-Mail. Er soll den Herr Walker und den Herrn Tanaka direkt zur Prüfung nehmen, ja? Direkt zur Prüfung nehmen. Und dann, wenn Herr Johnson sein Go gibt, wird Walker Lieutenant, also er springt einen Rang, weil er arbeitet ja auch seit gefühlt drei Millionen Jahren hier und macht gute Arbeit. Absolut. Und, ähm, Herr Tanaka war auch schon drei Millionen Jahre hier, der wird dann ihr Captain, okay? Alles klar. So. Perfekt. Kowalski-Brington ist das ja schon durch, ja? Das haben wir jetzt geklärt. So, äh, nehmen Sie mal... Ich stelle das gerade um. Genau. Äh, passen Sie das mal an. So, Hanni, hättest du denn Interesse daran? Weil dann würden wir das angehen. Ähm, ich habe zwei Punkte, warum ich Nein sag. Okay, sag. Ähm, der eine Punkt ist, dass ich mich persönlich nicht auf einer selben Stufe wie einen Herr Johnson sehe. Und der zweite Punkt ist der, dass ich glaube, dass das für noch mehr böses Blut innerhalb der Ausbildungsabteilung sorgen würde, wenn ich diesen Post... Also erstens ist das beides Quatsch. Punkt eins ist, du kannst Herr Johnson, also dann, da müsste jeder von uns, jeder von uns müsste dann klar sagen, wir sind, äh, unterqualifiziert. Herr Johnson ist eine durch und durch und durch starke Maschine. Allerdings ist Herr Johnson jemand, der sich über Unterstützung freut. Ich glaube nicht, dass du... Das ist nämlich dumm, wenn man im LSPD sagen würde, pass auf, der ist stark und deswegen kann ich das nicht machen. So weißt du, du unterstützt ihn ja mit und bist auch in der Delegation mit ihm. Und er ist so der... Du bist ja sowieso, also, du bist ja sowieso jemand, der sehr viel in den theoretischen Teil, in Planung und so weiter, sehr gut aufgeht. Ja, das habe ich ja selber bemerkt. Und Herr Johnson ist der, der in der Praxis sehr stark ist. Und wenn ihr euch beide gut ergänzt, ich glaube, das wäre eine gute Kombi. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, warte, ganz kurz, Punkt zwei ist, wegen böses Blut, ich glaube, du ziehst auf Kokum, oder? Mhm. Also, ich bin ganz ehrlich, also Natschi ist... Ich weiß nicht, was ist denn da zwischen euch immer? Es funktioniert nicht, das sind so viele Reibungspunkte. Ja, aber das ist nicht Natschi seine Entscheidung. Ich setze den Käpt'n. Und dann dürfte man dich ja niemals befördern, weil man ein persönliches Problem mit dir hat. Also, finde ich beide... Also, ich... Also, wir können das ja mal hier in der Gruppe abstimmen. Ich finde, das ist ja bei mir genauso. Also, ist bei mir genauso. Ich habe ja auch meine Reibungspunkte mit Natschi. Ja. Ja, aber du hast deine eigene Abteilung und musst nicht direkt ihm zuarbeiten. Das ist wieder was anderes. Das ist tatsächlich richtig, ja. Also, ich kann, um meine Meinung da einfach einzubringen, ich kann das Argument von Hanni absolut nachvollziehen. Ähm, ist halt schwierig. Natschi ist da halt, unabhängig von seiner Arbeit, die er tut, die macht er ja gut, ähm, ist er da schnell dabei. Ja, hätte ich jetzt nicht genau so gesagt, aber ich glaube, es wird schwierig und das könnte wirklich Reibereien geben. Aber eigentlich müsste man ihm vielleicht klar machen, sie sind der Chef, sie entscheiden das. Wenn sie die Frau Marshall da sehen, dann, ähm, das ist keine Ahnung. Das sind persönliche Differenzen, Marshall? Es funktioniert einfach nicht so, ich weiß nicht. Okay, dann sollte man eigentlich drüberstehen und halt die Arbeit machen, ne? Ja, ich würde auch ganz gerne was dazu sagen. Und zwar, es ist ja nicht wichtig, dass man gleich auf dem gleichen Level ist, sondern sich gegenseitig ergänzt. Also, wenn ich zum Beispiel... Nee, wir haben auch arbeitstechnische Reibereien, wo es kritisch zusammenläuft. Ja, aber was denn zum Beispiel? Wir sind oft unterschiedlichen Ansichten und Natschi ist so jemand, wenn du nicht seine Ansicht teilst, dann habe ich manchmal das Gefühl, will er dir nicht so richtig zuhören. Aber wir haben einen Dienstag. Ja, habe ich auch. Und wir haben einen Gesetz, und davon halten wir uns. Ich glaube, du, Habba, da muss ich tatsächlich mal sagen, zur Verteidigung, hast aber den allerbesten Standpunkt, weil wenn es danach geht, dass versucht irgendjemand, jemanden hier anzukacken, ist man, wenn man dich ankacken will beim Chief, an der ganz falschen Stelle. Also, da, ich glaube, wenn Natschi irgendwie sich was rauspicken würde, um dir an den Karren zu pissen, wäre der Chief der Letzte, der da dich rausschmeißt, ohne dich anzuhören oder so. Also, ich glaube, da hast du die besten Karten. Nee, verstehe ich. Also, du willst ja nicht die Abhängigkeit haben. Aber es geht ums Prinzip. Ja. Es geht ums Prinzip. Ja, darum geht es. Also, Hanni, wenn du das nicht haben möchtest, kann ich das verstehen. Also, ich akzeptiere das auch. Aber ich finde es schade, weil ich finde, wenn man deinen Werdegang im LSPD sieht, ja, wie gut du das machst, wäre es unfassbar dumm. Also, ich bin, guck mal, du musst dir vorstellen, ich bin wie ein Fußballtrainer. Das habe ich schon mal gesagt. Ich muss ja immer meine Top-Spieler setzen, ja? Und du gehörst dazu. Frau Ivanov gehört dazu. Winters, warum auch immer, gehört dazu. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Fäh, hör mal auf, rumzumarscheln. So, was ist denn rummarscheln? Oh nein, sie haben sich vergessen, sich einzustempeln. Ich bin nicht eingestempelt. Arbeiten, ja. Hä? Hä? Was? Du bist nicht eingestempelt. Oh, was? Tja. Jetzt müssen sie erst zum SD hochfahren und sich einstempeln, ne? Weil hier, das geht nicht. Wir haben das, wir haben, äh, wir haben von Taku die Information bekommen. Das haben wir gesperrt. Genau, Taku hat gesagt, man darf ja immer beim SD arbeitet nur in sich in Palito Bay einstempeln. Aber leider ist das Gebäude abgebrannt. Genau, und das SD kriegt kein Weihnachtsgeld. Was? So. Also, gehen Sie sich mal kurz einstempeln, Frau Ivanov. Ganz kurz, weil ich dran bin. Hier, der Herr Bischloff ist noch als DTU-Captain im System geführt und der Herr Kane als Captain. Ja. Können Sie, können Sie da erstmal auf Officer 3 setzen? Ein Sargent 1, ne? Nee, der ist, der ist in der DTU gar nicht dran. Der ist nirgendwo dran gerade. Ich muss mit ihm erstmal sprechen. Oder Sargent, setz Sie ihn auf Sargent 1, Sargent 1, stimmt. Ja, ja, ja. Ich meine nämlich, er war ja Sargent. Ja, 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 ja. Gut, und was ist mit dem Herrn Bischloff? Der ist auf DTU-Captain vom Gehaltsrang. Ja, es passt. Ja, ja. Okay, wenn Sie sagen, das bleibt, weil eigentlich ist er ja Lieutenant, soweit ich weiß. Ja, nee, er ist der Leiter der DTU, passt. Okay, perfekt. Achso, ja, stimmt. Ja, nee, perfekt. Okay. Dann habe ich hier Johnson, Fae, Kowalski-Commander, Winters, Pearson. Soll ich den schon mal auf Captain setzen, den Pearson? Wenn er das... Ja, setzen Sie ihn mal auf Captain. Okay. Ich denke, daran hat der schon Interesse. Das nimmt ihn etwas Verantwortung. Er kann sich in Ruhe wieder einarbeiten. Und Herr Anderson, würden Sie das Gespräch mit ihm suchen? Ja, ja, natürlich. Okay. Sagen Sie ihm nochmal ganz, ganz kurz, das Ding ist, es ist keine Dekadierung. Das ist super wichtig, dass er das versteht. Ja? Ich glaube, der wird... Ich weiß schon, worauf es sich hinausfällt. Der wird es schon verstehen. Okay. Also das ist... Also Pearson ist der Top-Police-Officer. Nicht falsch verstehen. Ja, klar. Also zweifelt er dran an der Aussage. Er hört er schon 50.000 Mal am Tag, aber... Ja, 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 ja. Aber das ist ja gut, dass Leute das sagen. Alleine wie er uns bei dem Shooting den Arsch gerettet hat, das darf man nicht vergessen. Das hat er richtig gut gemacht. So. Andi, also, ich verstehe deinen Punkt so, aber wenn du dich da reingedrängt fühlst, kann ich das auch verstehen, aber ich würde es schade finden, weil ich bin ganz ehrlich, eine persönliche Empfindung, die ihr da habt, schmälert ja deine Karriere im LSPD und das ist ja übertrieben schade. Eigentlich müsstet ihr drüber stehen. Vielleicht sollte man mit Kokum und dir nochmal das klärende Gespräch suchen, dass ihr wirklich mal versucht... Du wirst da auf keinen grünen Nenner kommen. Nicht in diesem Leben. Vielleicht wäre es ja auch fair, ganz kurz, vielleicht wäre es auch fair, Natschi gegenüber zu sagen, sie machen einen Termin mit Frau Marshall, Herrn Moschera, Johnson, wenn er dann da ist und Kokum zusammen, dass sie das beschränken können, weil es ist ja immerhin in Anführungsstrichen seine Abteilung. Ja, aber ich bin der Chef der Abteilung und darf darüber bestimmen, wer welche Position bekommt, weil das Problem ist... Verstehe ich, verstehe ich, aber es ist nur fair, wenn sie ehrlich sind. Ja, das Problem ist nur bei Herrn Kokum, das ist auch ein kleiner Diver, der sagt nie das, was... Also bei ihm hört man das dann acht Wochen später bei neun Ecken, wissen Sie, das ist auch ein bisschen Ärger immer. Ja, und wenn sie ein Gespräch mit ihm führen, kriegen sie es direkt gesagt. Nein, nein, das stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht. Nein, 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 nein. Ja, und wenn er dann meckert, können sie ihm sagen, sie haben ihn gefragt. Sie standen vor ihm und haben ihm gesagt, die Frau Marshall, was hält er davon? Und wenn er da sagt, ja, nee, ist okay, dann können sie ihm immer wieder vorhalten, dass sie es ihm gesagt haben, weil da hätte er die Chance gehabt, als Commander zu sagen, nein, möchte ich. Wenn ich jemanden in meiner Abteilung nicht will, dann sage ich ihm das, wenn sie das dann trotzdem durchsetzen, muss ich es akzeptieren. Ganz ehrlich gemeinte Frage, bist du denn zufrieden da, wo du gerade bist? Wie ich dir halt vorhin gesagt habe. Es gibt halt einfach diese Reibereien, die machen es eigentlich einfach. Ja, vielleicht so ein Survival-Trip mit ihm und mit Herrn Kuckum. Oh Gott, ich glaube, wenn der Kuckum sich den Fingernagel bricht, dann fängt er an zu weinen. Survival ist ja oft mit Werkzeugen und so, Axt, ne? Deswegen sage ich, es kommt wahrscheinlich nur einer lebendig zurück. Also was wäre denn, Hanni, also darf ich mal ganz, also während wir jetzt schon mal gerade hier dabei sind, würdest du die Ausbildung auch verlassen wollen und was anderes machen wollen? Wüsste nicht, wo ich mich sehe, wenn ich ehrlich bin. Ja, nee, ich hätte zwei Punkte. Die wären? Also ich glaube, ich glaube, dass du, also das ist natürlich dann auch ein Rangding, da muss man gucken, aber ich glaube, dass du bei der, ähm, bei der Administrativen auch was bewirken könntest. Nee. Dankbarer Job. Ich glaube, auf Akten hättest du gar keinen Bock. Hab ich auch nicht? Da würdest du, glaube ich, da würdest du einen Anfall kriegen. Ja, ja, glaube ich, kann ich verstehen. Ich glaube, ich glaube, du müsstest einfach mal uns offenlegen, so im Klartext, was das Problem ist. Weil es ist so schwammig alles immer. Das ist bei Kuckum auch so. Das Problem ist einfach, ich komme mit Natschi irgendwie, es passt einfach nicht. Wir haben zu viele Reibungspunkte, wo wir aneinander geraten und es gibt irgendwie scheinbar keinen Weg, wie wir diese Differenzen, die ich nicht mal so richtig namentlich benennen kann, wie wir die aus dem Weg schaffen können. Vielleicht, vielleicht habe ich einen Vorschlag. Ja. Weil das Thema wollte ich mit Ihnen auch noch besprechen, Chief. Ja. Sie haben ja sozusagen diese Highspeed-Unit, das wollten wir damals ja machen. Ja. Und die Highspeed-Unit müsste normalerweise auch jemand haben, der diese auch leitet. Gowalzi, bist du mal mit mir Auto gefahren? Oh Gott. Ganz normal. Sie sollen das nicht fahren, sie sollen das leiten. Nee, also, ja, nee. Die trägt so eine Hornbrille beim Fahren, die Frau Marschel. Ja. Sind Sie nicht jetzt, okay, ich dachte, Sie haben einen guten Lehrer, darum habe ich gedacht, Sie sind ja... Also wenn Frau Marsch, also wenn Frau Marschel dieses Highspeed... Ich sage Ihnen jetzt ehrlich, ich habe schon mehrmals mein Leben mit 50 Arme vorbeiziehen sehen. Ne? Ja gut, okay, dann ist es natürlich ein scheiß Vorschlag, ja. Ähm, ja, ich finde, das mit der Ausbildung müsste man klären, tatsächlich. Also das ist wirklich ein Thema, weil da fühlst du dich ja unwohl, da machst du ja deinen Job nicht so gerne, ne, weil du hast immer das... Hemmungen. Verstehe ich das richtig? Na rück raus, jetzt kannst du ja hier mit uns sprechen, dafür sind wir ja jetzt auch hier. Ich kann es gar nicht so richtig sprechen. Also soll ich dir sagen, welchen Posten ich dich wirklich sehe? Ja, bitte. Und das kannst du... Also da kann der Rest denken, was der will, aber ich bleib dabei und ich weiß, dass jetzt dann wieder irgendwelche Aussagen kommen. Ich sehe dich wirklich. Also, ich sehe dich wirklich als Assistant-Chiefin. Weißt du, warum? Nein, 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 Moment. Nein. Seien Sie mal ruhig. Wissen Sie, weißt du, warum? Nein. Weiß ich nicht, warum? Achso, war das jetzt... Nein, okay. Ich weiß nicht, warum. Ich sage dir ganz ehrlich, ich sage dir ganz ehrlich, nicht wegen der Entscheidungsgewalt oder so, sondern weil ich glaube, dieses ganze LSPD-Verwalten, das, was ich tagtäglich mache, mich um solche Sachen kümmert. Schau mal, jeder hat seine Stärken so. Ja, bei Kowalski ist es so, das ist so ein typischer Kerl, den du in den Norden stellst. Der Kowalski, der würde auch im Esti wohnen, wenn du ihm da eine schöne Ecke einbauen würdest. Er ist einfach... Ich spresse auch, dass die O ist egal. Er ist einfach, er ist einfach, er ist einfach, er ist einfach der Mann des Nordens. Ja, so. John Schnee. So, dann haben wir, dann haben wir die Frau Ivanov. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das sage, aber Frau Ivanov und Herr Kowalski ergänzen sich so gut. Oh, ja. Ja. So, ich weiß noch, ich war oben, ich habe mit Ihnen das Gespräch mit McGarrett geführt. Sie haben, einer hat, einer ist der, der Ruhige, der, ne, und dann gibt es einmal die Krawallbürste. Sie beide ergänzen sich unfassbar gut. Der Hässliche und das Biest. Ja. Also, ich finde es toll, dass die Frau Ivanov hier zweimal beleidigen. So, ähm. Was? Ich habe der gesagt. Der. Ich weiß. Er sagt ja was. So. Der Biest ist keine Beleidigung. So, dann, ähm, dann nehme ich jetzt den Herr Anderson. Herr Anderson ist der Stärkste mit, also er hat ja unter Pearson gelernt, ne? Der Typ in der Operations, ich sage Ihnen, das ist wie, äh, weiß nicht, ob Sie ihn kennen, Lewandowski und, was macht er jetzt da? Ja, das Stärkste. Äh. So, ja, ist da gut jetzt. Steck dir mal lieber den Pullover in die Hose, Junge. So, Winters, Winters ist irgendwie so ein World, äh, wer ist das, Around-Talent. Ja, den kann man überall reinstecken. Hä? Den kann man überall reinstecken in Winters. Wenn man dann über Winters redet, man kann den überall reinstecken. Ja, 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 ja. Yellow Jacky zum Beispiel. Das gefällt der Tante vom MD auch. So. Ähm, genau. Die wollte man richtig... Und Hann... Was? Warum ist der hier überhaupt im LSPD? Wer hat das... Wir haben sie es überhaupt hier hingestellt. Wer hat sie überhaupt eingestellt? Der Herr Johnson. Und dann der Herr Karsten. So. Ähm. So. Und Hanni, du bist halt eine sehr starke in der Verwaltung. Das... Also, mit diesem ganzen Organisieren-Gedöns. Und als das, was ich verkacke. Und ich glaube, du wärst eine gute Ergänzung zu mir. Kommando auf Verwaltung. Geil. Da seh ich mich. Ich hab übrigens andere... Kommando auf sonstiges. Ja. Ja, ehrlich. Also, was mich immer so ein bisschen nervt, dass ihr euch immer Gedanken drüber macht, was die anderen Leute, ähm... Was die anderen Leute immer denken. Das find ich immer ein bisschen schwierig. Wenn ich jetzt diesen Post... Dann hab ich mir gar keine Gedanken mehr. Also... Also, ganz ehrlich, seit September werd ich eigentlich durchgängig. Ich hab mich hochgeschlafen. Von dem her... Oh Gott. Das Willen. Ja. Also, ich werde von anderen Commander-Kollegen, Commander of Operations genannt, weil ich mal im Streifendienst meinen Maul aufmache. Was soll ich denn sagen? Die Leute haben keine Eier in die Hose, um dir das ins Gesicht zu sagen. Also, haben sie Pech gehabt. Du bist hier, stehst hier, kriegst den Job angeboten. Wenn du Nein sagst, hast du selber Pech gehabt. Geh nach Hause. Aber mit... So ist das Ding. Also, mit Herr Winters, muss ich ehrlich sagen, der hat sich aber auch echt entwickelt. Naja. Zum Negativ. Von der Persönlichkeit her. Ich weiß noch, wo er damals mit King... Also, King war ja damals sauer, wo der Captain geworden ist, der Winters. Jedes Mal, wo ich Commander wurde, jedes Mal... Er hat immer ein Gespräch an der Kreuzung gehabt und sie haben sich da auch ihre Gedanken dazu gemacht am Anfang. Dass sie nicht akzeptiert werden. Also, ich sehe tatsächlich... Stimmt, kann ich mich daran erinnern. Also, wenn ich drüber nachdenke, so absurd ich die Idee fande und es eine Schnapsidee war, finde ich die Idee immer noch gut. Vielleicht muss man es nicht Assistant Chief nennen, sondern anders. Der wird Commander of Chief oder Commander of Sonstiges. Oder Commander of Verwaltung. Vielleicht geht man dir... Bitte nicht Commander of Sonstiges. Bitte nicht. Moment, Moment, Moment. Commander of Sonstiges. Da krieg ich aber ganz... Ja, eben so. Also, vielleicht etwas, wo du... Ja, aber... Vielleicht, wo du... Vielleicht, wo du... Gleich kommt mir du sagen. Wo du vielleicht... Ja, okay. Ist egal. Dahingehend kann ich nur sagen... Chief of Staff. So. Ja, sowas. Also, in die Richtung. Dass du praktisch... Also, wie kann man den Bereich... Dass du niemanden... Also, du bist nur mir unterstellt, sozusagen. Aber du bist so losgelöst. Du kannst das machen, was du am besten kannst. Das... Ein bisschen Mitarbeiterverwaltung, meinen Sie? Darf ich dann noch das MP aufräumen... Und mal hier die Leute vorschmeißen... Die hier nicht mehr reingehören. Das ist eigentlich der Job von jetzt. Das ist das volle Schwein. Aber... Ähm... Aber so... Also, die Leute da reinvorschauen... Funktioniert das nicht. So, und ich finde aber... Ich bleib... Ich finde die Idee mit dem Assistant Chief eigentlich am besten. Wirklich. Weil das wäre auch tatsächlich... Ein interessantes Experiment fürs LSPD, finde ich. Aber so viele Menschen, die dann gekündigt werden könnten. Nee, nee, nee. Das ist es gar nicht. Ja, doch. Doch. Also, ja. Ja, doch auch. Die Möglichkeit besteht. Das wäre ein super Filter... Eine Filteroption. Oh, was soll ich doch? Das ist ja das, was wir sowieso schon immer gesagt haben. Dass da ein Filter hin muss. Weil... Also, dieses Ding mit dem... Können wir die Streifenwagen Scheiben tönen oder so? Also, prinzipiell müsste man hingehen... Ja, da habe ich den gelernt, das heißt ab sofort immer nur... Nein. Nein. Genau. Nein. Ja, ja, ja. Aber das wäre ja kein Unterschied, wenn du dann auf einmal diese ganzen absurden Anfragen kriegst. Also, man müsste halt irgendwie gucken, dass man gewisse Dinge... Boah, Leute, was das für Feuer im FP liefert. Ich würde so feiern. Ja, so oder so. Allein in Latsch ist seine Aussage. Das ist ja das... Es wäre so viel Feuer. Nein, das ist ja das Ding. Die Kollegen rinnen immer direkt zu mir. Oder so. Ja gut, ich meine... Chat, es wäre so viel Feuer. Vielleicht haben sie dann Hoffnung, dass das schneller beim Chi-Wan kommt. Also, das Ding ist... Also, das Ding ist, ich würde vielleicht sagen, dass... Also, ich spreche es jetzt einfach aus. Du bist der bessere Carsten. Das ist es einfach. Also, da können Sie auch dem Herrn McCarritt hinstellen. Naja, gut, das stimmt. Also, würde ich fühlen... Also, ich hätte zwei Optionen. Pass auf. Darüber kannst du ja drüber nachdenken. Ja? Zum einen... Ähm... Zum einen, dass du diesen Assistant Chief Posten annimmst. Ich würde es dir wirklich empfehlen. Oder zum anderen, dass wir eine Abteilung gründen, indem du dich um Personal kümmerst. Oder, das dritte ist, was ich dir auch anbiete, dass du dich auf den Sergeant Drang... Also, dass du dich darauf berufst und aus allen Abteilungen rausgehst und im ganz normalen Streifendienst wieder tätig bist. Dass du dich aus allem rausziehst. Commander, Commander of Human Resources. Einstellungen, Bewerbungen und Personalangelegenheiten. Will jemand ein Gespräch haben? Kommt er zu dir? Gibt es Beschwerden? Kann sie das ja machen in ihrem Auftrag, wenn sie das natürlich freigeben soll, als Aufgabe quasi. Ja. Pflegepersonalakten, Pflege-RDP-Schlüsselkarten. Da kann man ja mit der Administration so ein bisschen zusammenarbeiten. Aber Commander of Human Resources wäre schon, glaube ich, eigentlich nice. Das ist die beste Sache. Dann machst du alles, was Personalwesen angeht und hast kein Ding, dass du Akten machen musst oder so einen Scheiß und hast eine Verwaltungstätigkeit. Also, oder, was wir auch machen könnten ist, was auch noch eine Option wäre. Also, wir haben hier vier Optionen. Ich würde eine Option noch erweitern. Ja. Ich auch. Bevor du einfach nur im Scheißdienst rumgammelst, unterstützt du in der Scheißdienstleitung. Das wäre auch gerade, genau, das wäre auch noch ein Punkt. Ja. Aber ich glaube, dich aus der Ausbildung rauszunehmen, wäre eine gute Entscheidung. Weil du bist ja da nicht glücklich. Nein. Und du sollst ja wieder Spaß am LSPD haben, ne? Frau Marshall, zum Beispiel zum Assistant Chief jetzt. Letztes Mal habe ich sie auch wegen irgendwas angesprochen. Da können Sie sich ja wahrscheinlich noch daran erinnern, oder? Da habe ich ihnen gesagt, sie sind ja die Frau an der Seite des Chiefs und sie haben da schon sehr, sehr viel Einfluss auf. Mhm. Und dann habe ich mich ja natürlich mit einer Sache an sie gewendet und sie nach ihrer Meinung gefragt. Ja, darum ist der Assistant Chief auch gar nicht so fern. Und ja, der Commanderposten, das, was jetzt der Herr Winters gesagt hat, ist auch eine interessante Wahl, ja. Also, ich finde... Darf ich mich kurz aus dem Gespräch ausklinken, kurz die Mule entgegennehmen und ich komme dann gleich wieder her. Der Typ wartet nämlich schon. Ist die Mule hier? Die Mule, was? Die ist die Mule? Ja, Frau Ivanov, können Sie die kurz mit abholen gehen? Aber gehen Sie aus der Dienst, Frau Ivanov, ja? Ja. Ich habe die Klappe... Sie sind ja sowieso nicht eingesteppt. Was hat die gesagt? Was hat die gesagt? Du sollst dein Maul halten. Okay, komm mal kurz mit, Hanni. Ja. Wow, Ivanov, sie Panzer. Ja, wo ist denn die Mule? Ja, bei Wallis Pause. Wir müssen nur den Schlüssel... Ja. So. Schau mal, das Ding ist, das sage ich jetzt nicht vor denen, ne? Ich vertraue dir eigentlich am meisten hier im LSPD, ja? Das war beim Gamble so und bei dir so, ja? Also, bei dir ist ein Tacken mehr. Und ich weiß, dass du mich niemals... Also, ich hoffe es. Aber ich weiß, dass du mich niemals hintergehen würdest. Und wenn ich dir diesen Posten meiner Vertretung geben würde, klar würde das für Feuer sorgen im ersten Moment, ja? Ja. Ja, aber da müssen wir drüberstehen, ist scheißegal, dir haben ja nichts zu sagen. Und wenn ein Natschi dir irgendwas sagt... Kimmel! Kannst du drauf scheißen. Was ich dir damit sagen möchte ist... Wobei, also ich bin ganz ehrlich, mit Natschi Beef zu haben ist auch wirklich sehr schwierig. Was ich damit sagen möchte ist, ich glaube, du musst dir vielleicht Gedanken darüber machen. Und ich würde dir vorschlagen, dass es nicht so ist, dass du den Gedanken hast, zum Beispiel, dass du wichtige Entscheidungen... Also, du kannst schon Entscheidungen treffen, aber bei Carsten und mir war das immer so, dass Carsten für mich so sehr viel Verwaltungssachen abgenommen hat. Weißt du? Der hat immer sehr, sehr viel Verwaltung übernommen. Der hat sich um die Belangen der Officer, der hat sich das angehört, der hat sich das notiert und hat mir das dann immer vorgetragen. Das war immer ein sehr, bis am Schluss, ein sehr gutes Duo. Und was ich letztendlich mit dem LSPD mache, ist meine Entscheidung, wenn ich auf welchen Positionen setze. So, und wenn einer dir über dich schlecht redet, ja, wenn einer über dich schlecht redet oder sonst was, dann ist der Punkt, dass du immer dagegen vorgehen kannst. So weißt du. Aber ich will dich auch nicht, das ist mir super wichtig, in eine Richtung drücken, weil ich würde sagen, dass ich Herr Muskeradan mit Herrn Johnson als Käpt'n man sehe, ja, für Herrn Dings. Und du bist aus der Ausbildung raus. Du kannst das machen, was du am liebsten machst. Du kannst, wir können in Ruhe zusammenarbeiten, wir können das LSPD formen, alle da drin, die da standen, alle haben für dich gesprochen. Ja, dann lass es uns probieren. Ich meine, rückgängig machen kann man es eh immer. Aber ich, warte, 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 mir ist nur eine Sache wichtig. Ich will nicht und ich will lieber, dass du darüber nachdenkst. Jetzt fahr erst mal die Mule abholen, red mal mit der Ivanov und gleich reden wir nochmal in Ruhe. Ich will, dass du, dass du wirklich darüber nachdenkst, weil ich will dich nicht in eine Richtung drücken. Ich will nicht schon wieder Sorgkind 2.0 haben. Ich will, dass, wenn du das machst, das machst, weil du Spaß und Lust daran hast und weil es eine neue Aufgabe ist, nicht, weil ich dir das so aufbrumme. Ich kann dir auch wirklich sagen, du kannst in die Streifendienstabteilung, wir können die eigene Abteilung für dich gründen. Du kannst auch ganz normal Streife fahren, wie du möchtest. Also es ist alles deine Entscheidung. Ich zeige dir nur die Option auf. Aber ich hätte schon lieber jemanden an meiner Seite, den ich zu 100% vertraue. Ich quatsche und habe mir viel, wir machen das kurz mit der Mule. Okay, alles klar. Dann bis gleich, ja? So, ich weiß, dass jetzt im Chat rumge... Wie kommst du? Dass ihr euch da abfuckt drüber, aber ich sage euch, Leute, das ist im Grunde eine gute Entscheidung. Ihr werdet sehen, warum. Dann bis gleich, ja? Bis gleich. So, okay. All right. Wo wären sie denn damit einverstanden, wenn sie den Posten übernehmen würde? Also so nach... Das mit dem Human Resource? Nein, als Assistant Chief. Aber so als, Moment, ganz kurz, aber als Position, wie Carsten sie inne hatte. Also der Carsten... Verwaltungstechnik, quasi. Carsten war ja immer der, der gesammelt hat, der Filter sozusagen. Und er hat mir dann das Relevante weitergetragen. Weil dann, die Hanni ist sehr häufig da. Sie hat einen Ansprechpartner. Man kann ihr vertrauen. Sie hat ohnehin schon gute Arbeit gemacht. Und ich glaube nicht, dass sie sich vor euch stellen würde und sagt, ich bin jetzt hier der Assistant Chief. Wir machen das so, wie ich das sage. Nein, nein. Also so schätze ich sie auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Nein, nein. Das soll ich auch nicht. Also vielleicht bei Natschi, aber... Was? Also ich entscheide das eh nicht, sondern sie, aber ich habe nichts dagegen. Und ich glaube, das wird auch zu ihr passen. Also... Ich glaube, nur weil es so ein hoher Posten ist. Sie hat viel Respekt vor dem Posten, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Und ich glaube, sie muss sich da einfach einarbeiten. Und Frau Collins war auch mal Assistant Chief. Das stimmt. Der war... Aber sie ist auch ein bisschen... Aber sie ist auch ein bisschen mehr Typ, ne? Also im Sinne von Gender männlich. Wissen Sie, wie ich das meine? Also sie ist ein bisschen mehr so der Typ, der Haare auf die Zähne. Aber ich glaube, das ist ganz egal. Das Einzige, was, glaube ich, für Hanni ein bisschen schwierig wird, ist... Natschi. Dass sie... Ja, das wird viel Feuer, glaube ich, geben. Und das wird viel... Also ich sage jetzt hier schon, sie werden in einer Woche, werden sie die ersten Sachen hören, dass da gelästert wird. Egal wie mir, egal. Und das andere Ding ist, nicht nur von Natschi jetzt, sondern ich glaube, das wird viel Unmut in der Truppe bringen, was aber eigentlich egal sein kann. Aber das wird ein Hauptproblem sein, weil ich... Da gebe ich ihnen Brief und Siegel drauf. Wenn sie die zum Assistant Chief machen, was ich begrüße, wo ich nichts gegen habe, aber das wird in der Truppe, weil die Leute dumm sind, die werden das nicht verstehen. Die werden das nicht verstehen und die werden da rumhaten und es wird wieder Ärger geben und sie werden hier im Büro wieder... Wissen Sie, was sie machen müssen? Versprechen Sie mir das. Wenn Sie Hanni zum Assistant Chief machen, dann machen wir das so, jeder, der das Maul aufreißt und das nicht vernünftig macht, also wirklich, also richtig lästert, den lassen Sie von Hanni kündigen. Die kommen zum Gespräch mit Hanni, können dann einmal das Maul aufmachen und dann soll die die kündigen. Nee, ist so. Ist so. Stimme ich zu. Genau so. Weil die Leute checken das sonst halt einfach nicht. Aber warten Sie, das ist mir jetzt wichtig. Da würde ich jetzt eine demokratische Abstimmung machen, weil Herr Kukum weiß nicht, dass er Nein sagen wird. Ja? Nehmen wir mal ein Nein. Ja? Weil der hat ein persönliches Problem. Ich glaube nicht, dass er Nein sagen wird. Er würde ihm das niemals sagen. Ich bin jetzt auch mal ganz ehrlich. Der Natschi Kukum ist manchmal ein Hayopai, ja? Aber ich mag den Kerl echt so. Wirklich. Ich schätze den. Er ist wirklich, nee, jetzt mal im Ernst, er ist wirklich ein sehr, sehr lieber Mensch, finde ich. Wenn man schon mit ihm Stress hat, ist es schwierig. Ja, manchmal denkt er halt nicht ganz weit und hört sich immer nur eine Seite an und ist überzeugt davon. Aber ich finde, dass Herr Kukum meiner Meinung nach genau da, wo er ist, diesem Posten, dieser Verantwortung, keiner macht das, würde das so gut machen wie er. Warum? Weil er einfühlsam ist. Und das sind wir alle nicht. Herr Kowalski vielleicht ein bisschen, aber änderstens, Sie sind ein Taktiker, ein Stratege. Herr Winters, also Empathie, wenn ich heulend hier liegen würde, Sie würden sich kaputt lachen, Sie würden ein Foto machen, auf Wendt Show laden. Auf Wendt Show, Video. Ja, Auf Wendt Show, Sie sind so ein bisschen, Sie sind so ein bisschen, Sie sind noch ein bisschen so der Papa des Nordens, wissen Sie, also man kann mit Ihnen darüber reden. So, aber der Herr Kukum wiederum ist die gute, also man kann das, ich würde das genauso felsenfest behaupten, Herr Kukum ist die gute Seele des LSPDs. Mit Frau Collins zusammen. Ja, finde ich. Und deswegen, ich glaube, wenn man mit Natschi da ganz human darüber redet, ganz ruhig, ganz entspannt, ja, ähm, ich glaube, das ist, ich glaube, er wird es verstehen, aber ich will nicht, dass er denkt, dass man das macht, um ihn zu strafen, weil eigentlich nehme ich ihm auch einen Vorteil, also ich nehme ihm einen Nachteil, er verliert eine Mitarbeiterin, mit der er nicht gut klarkommt, die Chemie stimmt nicht. So, also genau, also ich glaube, er würde nur einfach nicht begrüßen, dass sie diese Position bekleidet, weil er wahrscheinlich nur in der Assistant Chief sieht, aber ist ja auch völlig egal eigentlich, weil im Endeffekt entscheidest du das und ja, fertig. Also im Grunde genommen ist sie ja schon fast der Assistant Chief, ja, also so wie ich zum Beispiel die Frau Marschall sehe und sie ist ja auch immer an ihrer Seite und viele Leute kommen ja auch auf sie zu, wenn sie zum Beispiel Sachen für sie was haben, ja, genauso frage ich natürlich auch, habe ich letztes Mal auch Frau Marschall gefragt, wo sie nicht da waren, habe gefragt, ey, Frau Marschall, was meinen Sie, wie wird es der Chief sehen? Macht es Sinn, den Chief das zu fragen oder er nicht? Wie sehen Sie das? Habe ich letztes Mal ja auch gefragt. Ja, ihr Wort ist mir dann ja auch irgendwo wichtig, weil sie dann, sie unterhalten sich ja irgendwo zusammen und verbringen auch sehr viel Zeit und wenn das richtig kommuniziert wird im LSPD, dann gehe ich mal auch davon aus, dass die Leute auch null Probleme damit haben werden. Ich persönlich hätte gar kein Problem damit. Henderson? Oh nein, doch, oh nein. Haben Sie, was sagen Sie dazu? Was ist denn mit Ihnen los, Winters? Ja, ich bin doch dagegen. Warum? Wissen Sie, was mir einfällt? Nee. Ja, die kriegt dann mein Büro auf Etage 4. Hat sie sowieso schon. So, ähm. Was? Das ist dein Büro? Ich wollte es haben. Ich habe ein neues Büro für Sie, Winters. Oh nein, welches? Kriege ich das hier? Jetzt bin ich gespannt. Nein. Kriege ich das hier? Nein. Die kriegen ein Büro im Mission Road Department im Keller in der Tiefgarage. Da stelle ich einen Computer hin für Sie. Nee, ehrlich, ich nehme das Mission Road für mich. Nein. Ich nehme das nicht. Wenn Sie im Mission Road Department der Diktator sind, ich sehe da nur noch Orgien und irgendwelche MD-Tanten, die über Zettel hinkleben. So. Oh, nur weil sie nicht eingeladen sind. So. Nee, meine Meinung habe ich nicht gefallen. Ja, hau raus. Ja. Wallis wilde Orgien. Was? Ich weiß nicht. Die haben schon wohl Gespräche versucht, ne? Ja, das ist... Vielleicht würde ich, ich würde vielleicht nochmal ein letztes klärendes Gespräch... Nein, aber nein, stopp, stopp, stopp. Er war an sie. Nicht, dass Hanni da drin bleibt in der Ausbildung. Sie soll da gerne den anderen Weg gehen, aber trotzdem noch ein klärendes Gespräch. Ja, also abschließend, meinen Sie? Genau, abschließend, richtig. Finde ich auch, finde ich auch. Sie will ja, obviously, nicht in die Ausbildung, Academy, das ist okay, ihre Entscheidung. Ähm, ich würde ihr halt die Wahl geben, ob sie jetzt das mit dem Assistant Chief annimmt oder das mit dem HR oder irgendwie Schreibdienstleister... Welchen Lieutenant würden Sie denn... Ach, ich habe doch gesagt, wir brauchen einen Lieutenant für Ihre Abteilung, ne? Äh, ich... Harper. Ja, also, da kann Marshall mich auch gerne als Lieutenant unterstützen, da würde ich so aussehen. Ja, wenn sie das denn will. Aber ich sage Ihnen ehrlich, soll ich Ihnen sagen, wann das LSBD am besten lief, als Hanni meine Termine gemacht hat? Ja. Das war die Zeit, wo ich am produktivsten gearbeitet habe. Ansonsten, Sie können, was noch eine andere Option wäre, ähm, erst mal ihr die Position von diesem Human Resource, ich würde Chief of Staff... Habe ich ihr angeboten, habe ich ihr gerade gesagt, alles. Ich habe ihr die Option aufgezeigt. Also, ich sage Ihnen am liebsten, ich bin ganz ehrlich, also, ich habe das gerade im Auto, ich habe da schon länger drüber nachgedacht, ja? So, und als ich gerade im Auto saß, das ist jetzt auch nicht so dieses Pärchen-Ding, was die da denken, also, sie müssen sich da... Das ist sowieso so eine Sache. Passen Sie auf, das ist nicht so... Alles gut. Nee, nee, warten Sie mal. Das ist noch eine wichtige Sache. Ich glaube, die Leute haben hier eine ganz komische Vorstellung, was bei uns zu Hause abgeht, ja? Also, wir sind nicht... Herr Winters ist, glaube ich, einer, der sitzt auch mal in der Leopardenunterhose, nur mit einer Gitarre da und einer Rose im Mund und wartet, bis seine Freundin nach Hause kommt. Oh Gott, ja. So, das ist bei uns nicht... Mit so einem Elefanten-Ding. Ja, das ist... Oh Gott. Und dann, wenn der sich freut, geht der Elefant nach oben, der Rüssel. So, aber wo waren wir denn? Töre. Fütter mich, fütter mich. Der Rüssel. Alter. Junge. Okay, nein, nein, nein. Lass uns das. Ganz ehrlich, was ist denn mit Ihnen manchmal? Töre. Was macht jetzt Benjamin? Hab jetzt einen Benjamin. So, ne? Also, was ich sagen wollte ist folgendes. Skandalös. So, passen Sie auf. Also, der Gedankengang, Anni zum Assistant, schieft man, habe ich schon länger. so, ja, weil aber, also, nicht, schauen Sie, nicht so, wie ich das mache, weil ich bin jemand, ich bin überall involviert, ja, das muss ich ja auch in meiner Position, aber der R. Carsten hatte nur eine riesen, eine riesen Schwäche, er hat vergessen, Informationen weiterzugeben, ja, so, das war immer das Problem, er hat alles irgendwie aufgenommen, aber hat dann einfach vergessen, ach, Herr Civi, ich wollte Ihnen noch sagen, vorgestern wurden zwei Cops ermordet, erfahre ich dann drei Tage später, das war immer so sein Problem, ja, aber er hat sich, er hat sich aber gut darum gekümmert, das muss ich ihm lassen, er hat sich gut darum gekümmert, er hat sich immer kräftig darum gekümmert, dass zum Beispiel die Mitarbeiter ihre Anliegen äußern konnten, er hat sich um die Verwaltung gekümmert, er hat Leute eingestellt, das hat er alles gemacht, ja, und da sehe ich Hanni, also wenn Hanni die Arbeit so machen würde wie Carsten in der Verwaltungsperspektive und vielleicht dann auch so, wie so eine Art Filter agieren würde, das müsste natürlich so laufen, sie filtern für Hanni und Hanni filtert für mich, ja, das heißt, Sie wissen ja, wie es läuft, ne? Dass wir an Hanni reporten und sie reporten an sie. Ja, genau, aber es muss tatsächlich auch gut funktionieren, also Hanni muss jetzt zum Beispiel nicht wissen, dass Harper mal wieder fünf neue Autos möchte. Das filter ich raus. Ja, genau, weil Harper möchte am liebsten jeden Tag neue Autos, aber Harper sehe ich, Harper sehe ich aber tatsächlich als Lieutenant, wenn Hanni das nicht machen würde. Harper sehe ich. Wissen Sie, wen ich da sehe und da lehne ich mich wieder aus dem Fenster, ist mir scheißegal. Wissen Sie, Sie müssen ein Gespräch mit dem Herrn Grant führen und den direkt als Lieutenant einstellen in der Streichendienstleitung. Das würde ich fühlen, sage ich ihm, wie es ist. Grant wird dahin passen. Ja, aber Grant antwortet auf keine SMS nichts. Ja, weil er natürlich momentan sauer ist, aber wenn Sie wollen, würde ich ihm das vorschlagen. Wenn Sie das wollen, würde ich ihm das vorschlagen. Sie setzen ihn da direkt ein, Sie haben sich ja schon vor den Leuten entschuldigt, das weiß er ja natürlich nicht, oder Sie haben es ja erklärt, wieso, weshalb, warum. Aber das würde ich fühlen, und da haben Sie ein Pearson als Lieutenant, also nicht Pearson vom Sinne her, sondern Pearson, wie der, der weiß, wie der Harper läuft. Aber finden Sie nicht, dass der Harper sich das auch verdient hätte? Ja, aber der Harper, wo mischt der denn schon alles mit? Also er ist doch Sergeant, oder? Ja, aber der scheiben Sie es. Ja, genau, und Sie haben den doch schon eh übergangen, als Sie gesagt haben, dass der Herr Grant so oder so Streichendienstleitung werden soll. Aber Grant antwortet auf keine Mails, auf keine Dings. Ja, na ja, klar. Also ich sage Ihnen ehrlich, ganz kurz, also Grant in allen Ehren ist eine Option, war ja auch langfristig so geplant, aber ich würde tatsächlich, weil er auch wirklich ein sehr loyaler Polizist ist und ein sehr treuer Polizist, er muss nur ein bisschen die Zehen auseinanderkriegen, das wissen wir alle, aber, und er ist ein sehr selbstsicherer Polizist, der sich auch um diesen ganzen Streifendienst extrem kümmert und auch um diesen Fuhrpark, er hat so eine undankbare Aufgabe, würde ich mich da stark für Herr Harper einsetzen. Dann, dann, ja, verstehe ich auch, bin ich, habe ich auch nichts gegen, habe ich auch nichts gegen, aber dann soll er sich entscheiden, weil, äh, soweit ich weiß, macht der MPU, Fuhrpark, SWOT, Streifendienstleitung, Ausbildung, also der hat ja, das ist ja auch ein Allrounder, der überall drin ist. Ja, safe. Ich würde ihn in der Streifendienstleitung sehen, als Lieutenant, ja, Herr Anderson, Sie müssten ihn prügeln, dass er deutlicher redet. Ja, was halten Sie, darf ich noch einen Vorschlag einbringen, was halten Sie denn davon, wenn Sie den Lieutenant einfach in der Position, weil wir die Leute da brauchen, mit zwei Leuten besetzen? Ne, ich würde es anders machen, Harper Lieutenant, und wenn Grant wiederkommt, um die Vertrauensbasis wieder aufzubauen, habe ich einen Kompromissvorschlag. Okay. Sergeant, der höchste Sergeant-Drang, den es gibt. Sergeant 2. Also er wird mit Sergeant 2 eingestellt wieder. Das wäre meine Möglichkeit. Also ich wollte jetzt eh, wenn wir gerade Streifendienstleitung ansprechen, und einen Kaffee, okay, das kriege ich. Dann wollte ich da eh jetzt noch zwei, drei Sergeants dazuziehen, die mich da unterstützen, als halt einfach nur in der Funktion, die müssen ja nicht in den Rang besetzen. Also ich glaube, das mit Grant könnte man begraben, da haben einfach viele Leute Fehler gemacht, ich habe da Fehler gemacht, Grant hat da vielleicht Fehler gemacht, das kann man, glaube ich, in einem ausführlichen Gespräch mal klären, ja. Und dann würde ich Grant als Vertretung, weil in der Streifendienstleitung brauchen Sie viele Vertreter, würde ich als Sergeant 2 machen. Also den höchsten Sergeant, den es gibt. So würde ich ihn einstellen. Aber mit einer Prämisse, dass er sich auf seinen Job konzentriert, dass er nie wieder sagt, er lästert nicht, weil jeder lästert, ja. Und dass er einfach ein realistischer Cop ist. So, wissen Sie, was ich meine? Also ich will, dass er auch, wenn er lästert, was er tut, weil das tut jeder, jeder äußert sich mal über jemanden, ob negativ oder positiv, ja. Dann soll er es einfach sagen, er soll nicht ein A-Liga sein. So, und wenn das der Fall ist, ein authentischer Grant, der im LSPD auf Sergeant 2 ist, im Streifendienst die Leute raustreibt, mit Harper zusammen, mit Anderson zusammen, mit Pearson zusammen, ich glaube, das wäre eine unfassbar starke Abteilung. Ja, wie schon gesagt, ich sehe Grant da auch, ganz klar. Aber Lieutenant würde ich Harper, weil ich sage Ihnen ganz ehrlich, Harper hätte sich das auch verdient, ja. Hat er auch, also ich sage da nichts anderes zu. Also hat er auch. Ja, Harper ist ein sehr starker Police Officer. Nur da muss er langsam mal abgeben. Ich würde sagen, Harper dürfte eine David-Unit bleiben, weil das ist das Schild, wenn Sie den nach vorne schicken, der kriegt immer die erste Kugel, das ist garantiert. Perfekt, das ist schon mal gut. Genau. Und zweiter Punkt ist, MPU würde ich ihn rausnehmen. MPU? Ich würde sagen, Fuhrpark. Nein, nein, nein. Hören Sie zu, als Scheibendienstleiter, da ist er eh einer der... Nein, das können Sie nicht machen, da reißen Sie ihm sein Herz raus. Er ist, er ist der Fuhrparkmann. Also das können Sie nicht machen. Das ist das Gleiche, wenn Sie Winters... Was weiß ich, rausreißen. Also das Ding ist... Aber ich würde ihn in der MPU lassen. Ne, ich würde, ich würde in der MPU, würde ich tatsächlich... Also das ist aktuell so. Also er ist nicht der Leiter, ne? Aber ich finde es cool, wir machen hier gerade zum Jahresabschluss eine übelste Bestandsaufnahme. So, das ist... Ja, Henton ist der Leiter der MPU, falls jeder... Aber kann nicht jeder nicht in der MPU? Ne, ja, ja, ja. Ja, aber er ist ja trotzdem da drinnen. Also überall und ne, also das ist so dieses... Die Leute sind dann da gebunden, dann brauchst du die da. Aber das ist gut, aber das ist gut eigentlich, weil wenn... Schauen Sie mal, wenn ein Officer eine Qualifikation hat... Hemd hat die... Ähm, Quatsch. Der Herr Harper hat eine Qualifikation für Tauchen, MPU gemacht. Das heißt ja nicht, dass man nichts wegnehmen muss. Das heißt, wenn wir mal Zugriff auf so eine Person brauchen und es im Dienst, das ist das Gleiche wie Pierce im Overwatch, dann ist doch gut, dass umso mehr Leute, das muss man ja sehen, umso mehr Leute den MPU-Schein haben, umso besser für uns. Jeder sollte den eigentlich haben. Ist ja auch richtig. Es war ja auch nur die Aufzählung, dass er sehr, sehr viel nebenbei hat. Und vor allen Dingen, wenn er in die Streifendienstleitung geht, was ja an sich vollkommen in Ordnung ist, dass er dann, was Anderson ja gesagt hat, er ist ja dann automatisch Vorgesetzter schon in dieser Position. Also auch Anderson ist ja Fuhrpark. Ich bin auch Fuhrpark, ja. Weil es ist ja in seiner, es ist ja in seinem, in seiner, unter seinem Command, ja. So, das heißt, man würde, man würde da einfach einen neuen Fuhrparkleiter nehmen. Muss man das nicht, kann man das nicht sowieso einfach streichen, weil wenn der, also der Fuhrpark... Das ist schon wichtig. Die machen da schon viel Arbeit. Die müssen schon organisiert sein. Okay, nennen Sie mir mal irgendeinen, der Harper da ersetzen könnte. Kater. Achso, ersetzen. Kater. Also in der Aufgabe schon. Ja, ja, doch. Also in der Aufgabe schon. Nicht als Sergeant oder so, sondern nur die Funktion zu sagen, die Frau Kater, die braucht keinen extra Rang, kein extra Geld, die kriegt auf ein paar Karten mehr Zugriff, damit sie die Autos zur Not bewegen kann. Und sie ist dafür verantwortlich, dass die Autos bestückt sind, dass die Fahrzeuge hin und her geschoben werden, wenn sie das wollen. Dass die anderen Frau Kater keinen Scheiß machen. Genau. Richtig. Das bin ich auch. Ich auch nicht. Ich bin heute richtig verplant. Und Kowalski ist auch so ein aalglatter Kopftyp. Ist Harper denn im Dienst? Ja. Soll ich den herholen? Ja, holen Sie den mal her. Also Kater hat sich in den letzten Wochen auch jetzt zusammengerissen. Kater denn im Dienst? Weiß ich nicht. Versuchen Sie die mal zu erreichen. Ich frag mal Harper. Ich tätige auch mal kurz ein Telefonat und guck mal. Dann hauen wir mal heute in die Kerbe und passen das alles mal hier, anpassen das heute mal hier und dann haben wir dann für 2022 unsere LSPD, was sich noch 18 mal ändern wird. Also Chief, machen Sie das mit der Frau Marshall? Ja, ich habe das nicht zu entscheiden. Machen Sie das mit dem entsprechenden Aufgabenbereich, so wie Sie es gesagt haben. Und ich glaube, das wäre wirklich eine gute Entscheidung. Kommander Anderson, wenn das die Frau Finkers hört. Hört an mich. Hören Sie auf, bitte. Die wird ja ganz wild, die Frau Finkers. Haben wir gerade kurz Luft, Sir, für Punkte? Ja. Wir brauchen sehr, sehr viele. Folgendes. Aber ich stelle Sie mal vor. Wenn die Frau Finkers hört, dass Sie ein Kommander des LSPD sind. Sir, das ist hier dienstlich. Wir gehen Geld unterlassen. Folgendes. Nein, hören Sie. Folgendes. Wir haben bei Warehouse, haben wir jetzt die Schwimmwesten rumliegen. Die liegen schon wohl seit über 50 Jahre da. 50 Jahre? Dann brauchen wir neue Modelle, weil die sind ja nicht mehr gut. Nein. Ja, Sir. Die brauchen wir auf dem Boden, sonst würde ich mir gesetzlich gar nicht damit rausfahren. Können Sie holen? Darf ich holen. Perfekt. Wie viele denn? 25.000 Stück? Nein, wir bräuchten auf dem Boot jeweils zwei männlich, zwei weiblich würden wir aufteilen. Okay, dann holen Sie die und am Dienstag, morgen Abend, möchte ich eine Vorführung, wie Sie das Ding anhaben und in meinem Büro stehen. Alles klar. Okay. Ähm, zweite Sache, äh, Winterbereifung. Wir müssen bei manchen PD-Fahrzeugen, äh, das Ganze bereifen. Ähm, die SUVs sind davon ausgenommen und, äh, der Van unten. Und wenn nicht so ein Wetterreifen? Leider nicht, nein. Das haben die SUVs und die schweren Fahrzeuge. Ähm, ich habe ein paar aufgeschrieben, äh, ein paar Fahrzeuge ausgewählt. Das sind 17 Fahrzeuge, die würde ich bereifen. Den Rest würde ich auf dem Hinterhof abstellen. Die sind nicht fahrbereit für die Kälte hier jetzt. Was kostet denn so ein Radsatzreifen? Ähm, 160 Dollar pro Wagen. Insgesamt sind das 2720 Dollar. Okay. Kater, komm mal ins Büro, Etage 3. Alter, die soll da voran! Ach so, ja. Das ist, äh, das ist eigentlich, das geht. Wie viel war das nochmal, was insgesamt? 2720 Dollar. Für alle Fahrzeuge? Nicht für alle, nein. Für die meisten? Für 17 Fahrzeuge. Ein prozentual, wie viele Fahrzeuge haben wir? Pfff, jetzt fragen Sie mich was. Können wir Harper gleich fragen, der weiß das auch so nicht. Ich meine, warum brauchen wir denn Bildereifung? Wie kann ich euch sagen? Ja, weil jetzt schon Unfälle passieren aufgrund der Glätte. Ja, ist doch, ist doch ein bisschen Nervenkitzel. Ja, ja, ich verstehe, ja, ich verstehe. Ein getriebenes Monster, so ein W8 oder sowas. Müssen wir halt ein bisschen früher bremsen, ne? Die Rutschding. Ja, natürlich. Wollen Sie das vorzeigen? Äh, also zwei, okay. Also wir haben 101 Fahrzeuge und da ist alles mit drin. Kommen Sie mal rein hier, Sie. Die Sheriff-Fahrzeuge, die sind, ähm, das sind meistens SUVs, die lassen die Starniere einfach an. Also können wir machen, aber schicken Sie mir bitte pro Anliegen, Herr Endersohn, eine E-Mail an das LSPD, die mir weitergeleitet wird, wo die gesamten Kosten von all Ihren Anfragen aufgelistet werden, stichprobartig zusammen und in Einzelheit. Kingen Sie das hin? Damit wir die Ausgaben, okay. Ja, natürlich. So, Winterreifen, was haben wir noch? Äh, letzter Punkt, äh, das mit der Kleidung, ähm, dass wir ein bisschen angepasste Kleidung erlauben für jetzt die Kälte. Ja, ja, ich meine auch die Beanies und sowas. Jetzt stellen Sie sich nicht so an. Ja, Sir. Also wenn Sie, Sie haben die Mütze, Sie haben die Mütze über den Ohren. Jetzt, Sie wollen, soll ich Ihnen noch eine Heizung hinter die Ohren klemmen? Sie tragen die Mütze. Ja, die Mütze deckt aber die Ohren nicht ab. Ja, ist mir egal, dann haben Sie kalte Ohren. Können wir nicht, kriegen wir nicht vielleicht einen Beanie mit LSPD-Logo? Ja, fragen Sie das mal anerst. Fragen Sie das mal. Einen Beanie mit LSPD-Logo. Wenn Sie mir das besorgen. Aber vernünftigen Beanie. Ja, wenn Sie mir das sorgen, dunkelblaues Beanie und für das, äh, das Sheriff-Department hat der Hütchen. Aber why, wenn es da auch welche für das Esti gibt? Wenn Sie mir die besorgen, ja, sonst nein. Und ich will das vorher sehen. Machen Sie ein Foto, schicken Sie mir das bei Venture. Alles klar. So. Oder ein Video, ein Produktvideo bei Venture Tube schicken. Ja, wäre auch ganz gut. So. Okay, haben wir Ihre Sachen durch. Also ja, ja, ja. Ja? Also ja, ja, nein. Ja, ich hab's notiert. Ja, bei Ihnen, Sie sind ja auch so ein, so ein, so ein... Ja, deswegen haben Sie gefragt, ob Sie wirklich das wollen, dass sich kommen, änder werden. So, gut. Also, ähm... Okay, Harper. Passen Sie auf. Wir sind heute hier bei der Bestandsaufnahme des Los Santos Police Departments. Ja? Und wir passen hier heute ein bisschen die Ränge an, ne? Und ich hätte gerne einen Vorschlag für Sie. Der Herr Anderson, aufgrund des Wegfalls von Herrn Gamble, wird ab sofort der Commander der Operations sein. Und ich würde Sie gerne als Lieutenant in der Abteilung sehen. Hätten Sie Interesse daran? Streifendienst Abteilung, Lieutenant. Ähm, ja, ja, eigentlich schon. Ja, warum nicht? Ja. Das klingt ja begeistert. Ähm... Ich wollte gerade sagen. Ich bin ein bisschen überrascht, also das ist das Ding. So. Hey. So, folgendes, ähm, ich... Also, alle waren eigentlich für Sie, ja? Bis auf Herr Winters. Nee, bis auf Herr Winters. Herr Winters meinte, ähm... Herr Winters, was haben Sie nochmal gesagt? Genau, dass du ein unfähiger Wichser bist und wir deswegen das nicht machen sollten. Richtig. Ist das okay für Sie? Kann man das so annehmen, die Kritik? Zusammenhang kann Wichser mehr sein. Ach, mal die... Nein. Nein, nein. Nein, tatsächlich ist es einfach der Punkt, der Chief hat dich damals selber übergangen und hat gesagt, der Herr Grant soll die Streifendienstleitung machen. Deswegen habe ich erst nicht an dich gedacht. Prinzipiell sehe ich dich da aber auch. Du müsstest aber, das wäre die Konsequenz... Ich hatte sie so wenig auf dem Radar, hatte ich sie, Herr Harper. Da muss ich mich für entschuldigen. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir das ja kollektiv hier aufgearbeitet, weil viele Köche kriegen auch viele Zutaten in den Topf. Klasse. Ähm, ist die Frau Carter denn da, oder? Also, sprechen Sie das an? Ich habe sie herbestellt. Okay. Sie rollt gerade an. Mein Gott, das ist das. Ist sie schwanger? Das Thema wäre... Bitte nicht. Was? Die Schwanger? Nein, die Schwanger? Was? Die Schwanger? Der Kowalte wiederkennen sich da auch. Jetzt hören Sie auf. Sind das Mischlinge? Ich sehe schon gleich das gleiche. Lü, 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 lü. Hören Sie auf. Also, ich muss lü, lü. Hören Sie auf jetzt. Benjamin. So. Oh, törö. So. Die Konsequenz wäre aber, dass du als Leitung des Fuhrparkmanagement das Ganze dann abgibst. Also, du wärst ja sowieso vorgesetzt. Okay. Habe ich schon sowieso vorgehabt. Achso. Ja, bleib ich dran. Dann bleibt der... Das ist der Fahrer. Das ist mir bald auch im PD. Du Purgas-Shit. Okay. Ich habe sowieso vorgesetzt vom Fuhrparkmanagement, aber nur nicht der direkte Leiter von dem Team da. Ja, habe ich schon vorgehabt. Im Kopf gab, dass zu viel geworden ist. Okay. Okay. Also, wen stellst du dir vor? Ja. Was wäre dein Wunsch als Stellvertreter? Hau einfach raus. Hooks fürs SD und Kater fürs PD, weil Kater immer die Einzige ist, weil die ist einfach am längsten dabei und die Einzige nicht rausspringt. Ich habe wieder zwei verloren. Irgendwo das sind, dass sie ein bisschen fehlerfrei erarbeitet. Sie ist da eigentlich sehr gut drin. Also, ich kann sie da auf jeden Fall drin sehen. Also, sind ja ihre Vorgesetzte dann, ne? Mhm. So. Ihr Vorgesetzte, Entschuldigung. Der Herr Anderson ist aber ihr Boss. Das heißt... Ich bin der Oberbaba. Das ist der Oberbaba. Ich bin der Oberbaba-Baba-Baba. Ja. Und... Aber, Herr Harper, Sie sind ein wirklich guter Kopf. Auch manchmal gehen Sie mir auf den Sack. Da würde ich Sie gerne im Klo auf der Dreie trinken, direkt mit dem Gesicht in die Schüssel rein. Wie damals beim Erwin in der Schule. Ach mein Gott, hab ihn selig. Aber jetzt der letzte Punkt ist, Sie müssen aufhören, permanent nach Sachen zu fragen. Keine neuen Autos. Keine Sachen. Arbeiten Sie mit dem, was wir haben. Okay? Wenn Sie das hinkriegen. Sie sind dafür zuständig, dass Sie die Leute an den Ohren rausschleifen, dass Sie Streifen bilden. Genau. Richtig. Du kommst mit so einem Zeug zu mir, nicht zum Chief. Genau. Und die letzte Amtshandlung ist, dass einer der Granger für die Administration fertig gemacht wird. Scheiben getönt, mattgrün und mit Kruppstornbereifung. Und Unterbodenbeleuchtung. Und in Gelb, in Unterbodenbeleuchtung und in Rot-Blau. Bitte. Genau. In Rot-Blau. Vergesst den Hörl ist es nicht. Perfekt. Für die ist es legal. So. Ja? Also. Kurzum jetzt. Herr Harper, ich ernenne Sie dann jetzt hier offiziell mit zum Lieutenant der Operations im Auftrag von Mr. Anderson. Vielen Dank. Ihr Vorgesetzter ist, ja Anderson ist gut jetzt. Ihr Vorgesetzter ist Herr Pearson, wenn er den Posten annimmt und Commander Anderson. Haben Sie Anliegen, gehen Sie zu einem dieser beiden, am besten zum Commander. Wichtig ist, es findet jetzt alle zwei Wochen ein Meeting aller Commander und meiner Wenigkeit statt. Das heißt, wenn Sie Anliegen haben, gehen Sie hin zu Herrn Anderson. Sie gehen direkt zu Anderson und Anderson trägt die Information an mich weiter, wenn sie denn relevant ist. Wenn der Anderson die Hälfte vergisst und Sie merken, dass Ihr Anliegen nicht durchkommt, Herr Harper, suchen Sie das Gespräch zu mir. Weil dann werde ich den Anderson zwei nasse Finger in die Ohren stecken. Oh, na. Ach, klar. Er ist mir die Fingersliebe bei Ihnen. Gut. Gut, da kommt ihr eingerannt. So, dann holen Sie die Frau Kater mal rein. So, dann machen wir das ganz kurz mit ihr. Oh Gott, Partnerlook. Ernsthaft, Alter. Ach, du Scheiße, Alter. Haben Sie ein Angebot bekommen? Herr Harper, ich will das doch nicht mehr. Herr Harper, was ist denn bei Ihnen los? Partnerlook. Haben Sie? Ja, die sind verlobten. Ja. Ist das verlobten? Ja. Was? Herr Harper, Sie haben mich doch gefragt, ob ich Sie trauen kann. Junge, Partner, komm jetzt mal ran. Wir haben hier keine Zeit. Leg auf, Mann, es geht um deinen Job. Ich kann Sie auf den alten Kuta, kann ich Sie trauen mit Herrn Winters zusammen. Der Chief organisiert die Hochzeit. Frau Kater. Ja. Ja, haben Sie gehört, Herr Winters? Wir dürfen die Hochzeit organisieren. Was? Frau Kater, warten Sie. Moment, Moment, Moment. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Frau Kater. Das ist mir eine Ehre. Sie müssen einfach nur, warten Sie, Herr Winters. Frau Kater, Sie müssen jetzt einfach nur mit Ja antworten, weil dann kriegen Sie eine Überraschung, wenn Sie Ja sagen. Dürfen Herr Winters und ich Ihre Hochzeit von Ihnen und Mr. Harper, zukünftig Kater, mein Gott, das reimt sich sogar, wie traurig, dürfen wir das organisieren? Wenn Sie jetzt Ja sagen, dann kriegen Sie was. Wenn Sie Nein sagen, kriegen Sie nichts. Letzt Bestechung. Na ja, Herr Maximus wollte ja eigentlich, Herr Maximus wollte die Hochzeit ja bezahlen, Also ja. Was? Was? Oh mein Gott, Winters, wir können auch die Queen einladen, wir haben Geld ohne Ende. Der Maximus, der Schuhe ist hemmelnden. Das war ein Deal beim letzten Mal. Wie? Na erinnern Sie sich nicht, als wir hier schon mal standen. Aber Harper, Sie haben doch auch genug Geld. Apropos, investieren Sie in Wallis Brause. Aber Sie haben doch auch genug Geld. Ich habe mir auch gekauft. Ich auch. Ey, da habe ich noch einen Tipp. Wir machen Energy-Riegel. Aber nee, wie gesagt, das Thema hatten wir schon und Maximus meinte, dann nimmt er die Kosten. Okay, haben Sie gehört, Herr Winters. Ja, perfekt. Also, aber Sie haben nicht Ja gesagt. Ja, genau. Ja. Also, ich will ein klares Ja. Also, ich will... Fragen Sie nochmal bitte. Schreiben Sie das mit. Herr Anderson, Sie sind jetzt gerade hier der Notar, bitte. Ja? Ich schreibe mir das hier alles auf. Beglauben Sie das, bitte. Frau Ray Carter, PD69 und Herrn Ellen Harper und Herrn Louis Harper, die Nummer weiß ich gerade nicht, äh, 08, als hier gestandenes Paar erlauben Sie und verpflichten Sie sich, dass hier Police Commander PD52 Aiden Winters und Chief of Police PD99 Walter Weiß ihre Hochzeit organisieren, durchplanen, durchführen und sie auf ein unerlebnisreiches Total... Unerlebnisreiches? Unerlebnisreiches? Unerlebnisreiches ist das Gegenteil. Ja, ja, ja. Erlebnisreiches. Ja, ich würde es ja auch. Ein absolut erlebnisreiches Hochzeitsausflugsparadsgerätstrauungsding schicken Sie. Mit Feuer? Ja. Mit Feuer und Fontänen und Blut. Wie bei der Bluthochzeit von Game of Thrones, mein Gott. Oh, nice. Oh, geil, wie töten wir? An Game of Thrones aufs Hochzeit, hier war wild. Okay, können wir weitermachen? Ich bin da gewesen. Genau. Sind Sie da, dürfen wir diese Hochzeit veranstalten? Alter, warte mal. Gowalski, liegst du? Ja. Ich hab die, ich hab die Schuhe aus. Gowalski, was denken Sie, wo Sie hier sind? Ich hab die Schuhe aus. Ich hab, es ist alles okay. Den Sie auf, da, Gowalski. Den Sie auf. Ich hab, wenn ich meinen Krieger verpasse oder so, ist okay. Was? Okay. Sie können sich doch nicht einmal beschreiben. Jürgen, die Saladen hier, das kannst du niemandem erzählen. Und wir schützen die Bürger. So. Also. Die Bürger. Frau Kata. Ja oder nein? Ja oder nein? Okay, ja. Ja. Wir dürfen die Ordnung küssen. Einmal da unterschreiben, bitte. Bei Herrn Anderson, bitte. Bitte. Unter Lieferdatum von heute. Bitte schön. So. Perfekt. Nein, nicht. Das ist Rollcall-Seite. Hier drunter. Ach, Mensch. Das war so direkt. Ja, ich hab doch eben gezeigt. Du hältst doch hin. Ja, bitteschön. Ja, super. Sonst hältst du hin. Das kann man nicht lesen. Wieso? Ich kann man nicht lesen. Meine haben immer eine Sauklaue. Also bitte. Also. Anderson, das heißt, wir müssen morgen anfangen. Am besten ist das Sprühflugzeug mit der Scheiße zu organisieren, ne? So. Von der Kuhfarm. Die laden das doch mal ein. Genau. Also. Jetzt sie, Frau Kata. Der Herr Harper wird befördert zum Lieutenant in der Streifendienstabteilung. Wir suchen jemand Neues, Verantwortliches, der unter Herr Harper, unter Herr Anderson, unter Herr Pearson für das Fuhrparkmanagement arbeitet. Man hat sie jetzt in einem großen Kreis empfohlen, dass sie sich um das Fuhrparkmanagement kümmern dürfen als leitende Person. Prämisse ist, hören Sie auf Scheiße zu machen, hören Sie auf, die sexy 69 zu sein, dass jeder Sie im LSPD bängen möchte, der unten in der Zelle ist. Wie oft hatten wir diese Situation schon? Konzentrieren Sie sich. Konzentrieren Sie sich. Ja, Sie lachen, Herr Winters. Jedes Mal, wenn ich jemanden inhaftiere, ist die 69 auch hier. Das stimmt. Das kam gar nicht so oft vor in letzter Zeit. In letzter Zeit, ja. Nur 49 Mal. Also kurzum. Würden Sie gerne diese... Was ist denn los bei Ihnen, Herr Winters? Warum weinen Sie denn jetzt? Ja, ist gut. Nee, ich weine gar nicht. Würden Sie... Würden Sie das annehmen wollen? Sehr gerne. Okay, dann wird der Herr Harper Sie ausbilden dort. Also nochmal ein bisschen unterweisen. Und dann werden Sie diese Position innehaben. Welchen Rang haben Sie aktuell? Officer 1. Gut, wie lange sind Sie schon Officer 1? Lang. Ich glaube, du wurdest mal degradiert, ne? Ja, die wurde schon mal degradiert wegen den Sachen. Nein, degradiert nicht. Ich wurde suspendiert und dann rübergeschickt zum SD. Weil man mich nicht degradieren konnte. Seit sechs Monaten bist du Officer 1. Ja, Frau Katter. Sie machen aber auch ordentlich Kacke manchmal. Das wissen Sie auch selbst. Ja, muss man tatsächlich auch sagen. Da passen Sie auch. Wann ist das letzte Mal her? Wir nehmen jetzt... Ach, nicht so lang. Wir nehmen jetzt folgendes. Wir nehmen das jetzt als Beweis, dass Sie sich da etablieren können. Wenn Sie das machen, kriegen Sie einen Officer 2-Rang. Okay. Das ist jetzt Ihre Chance. Ja? Harper, geben Sie Vollgas. Oh mein Gott, dieser Partnerloch. Ich kotze gleich. Wirklich. Das ist zufällig. Sogar diese Tasche da oben ist in demselben Grau. Ja, richtig. Macht das zufällig. Boah, was haben Sie beide gemacht? Sind Sie morgens aufgestattet? Oh mein Schatzi, lass uns heute beide kleiden. Ich würde aussehen wie mal ein Spiegelbild. Hey, guck mal hier. Das Model bei Venture Cube trägt das auch. Ganz davon ab. Wir laufen täglich im Partnerlook rum. Also gucken Sie sich mal selber an. Wer? Ihr Kops? Was? Ja. Frau Ivanov, was sagen Sie? Schauen Sie sich mal das Bling-Bling nach, was er am Hals hat. Wir fangen die Empathie jetzt. Was sagen Sie dazu, Frau Ivanov, zu dem Look von den beiden? Äh. So. Ähm. Gut. Dann können Sie jetzt rausgehen. Können Sie sehen aus wie Senioren. Happer, der Herr Winters, wird Ihnen das entsprechende Oberteil geben. Ja. Und Sie werden auch von Herrn Winters ins System aktualisiert. Ja. Tragen Sie Lieutenant bitte selber am Computer ein, bei diesem System, wo Sie dann Ihren Status eintragen. Das schreiben Sie selber Lieutenant rein. Ja. Alles klar. Genau. Bitte richtig schreiben. Das macht Commander Anderson übrigens, das Hemd. Genau. Geil. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Oh, Leak. So. Leak. Dann können Sie jetzt beide wieder gehen. Ja? Alles klar. Ich danke Ihnen. Tschüss. Jawohl. Schönen Abend noch. Machen Sie es gut. Tschüss. Schöne Weihnachten. Mich sieht man nicht mehr in Beseinigung. Ah, schönen Urlaub. Ein Glück. Dankeschön. Hey. Ich habe noch was ganz Wichtiges bezüglich des... Keinen gebrannten Mandeln für dich. Hups. Halt die Schnauze. Dann machen wir jetzt weiter. Schreie mich so. So. Wegen... Swat. Swat Lead. Jetzt warten Sie mal. Das ist schon längst besprochen. Also das will ich erstmal, dass der Kowalski seine Dinger los wird. Der steht ja auch schon die ganze Zeit hier. Ja, das können wir später machen. Ne, reden Sie ruhig, Herr Kowalski. Ne, jetzt. Komm, hau aus. Mach. Ich muss erstmal aufstehen. Wir stehen doch gerade. Du steht nicht. Ich meine... Im Kopf aufstehen wieder. Ach so. Hä? Kowalski, geht's dir gut? Verstehe ich jetzt nicht so. Ist dein Muskel kaputt oder was? Ne, ne, alles gut. Also, wie sieht's denn aus? Ehm, macht mal erstmal mit anderen Themen weiter. Ne, reden Sie. Nein, mach jetzt. Mein Gott. Es ist unangenehm. Ist das ein Thema? Soll einer rausgehen? Nein, es geht um das Thema State Prison. Da müssen einige Sachen geklärt werden. Ja, reden Sie. Los geht's. Jetzt bin ich im Flow. Ja, ich hab mich ja jetzt ein bisschen eingelullt. Im State Prison hab ich jetzt drüber nachgedacht oder die Idee kommt, ist schon etwas länger, einen Direktor-Posten zu schaffen für die Wärter. Hat folgenden Hintergrund. Jeder Rekrut, der gerade zwei Tage im LSPD ist, hat mehr Befugnisse im State Prison als unsere Wärter, die über ein halbes Jahr schon dort beschäftigt sind. Ja, also im Moment läuft das so aus, also sieht es so aus, es läuft so, dass die Wärter ins State Prison kommen, ja, auch die Supervisor. Wir lassen sie rein, wir kontrollieren sie. Die werden ausgerüstet, müssen ihre Funkgeräte in die Waffenkammer geben, obwohl die Funkgeräte nur für State Prison sind, also die haben mit unseren Funkgeräten nichts im Sinne. Jetzt wollen sie, dass sie die wieder nach Hause nehmen, oder was? Nein, ich möchte, dass sie ihren Spinden haben und ich möchte, dass der Direktor, der Supervisor, der Verantwortliche mit unter anderem für das Wärter-Team die Möglichkeit bekommt, diese Leute auch rein und raus zu lassen aus dem State Prison. Ja, das kann jeder Rekrut. Gut, aber da sehe ich ganz zivil sein, bitte? Soll das eine zivile Person sein, die nichts mit dem PID zu tun hat? Das ist ein Angestellter mit einem Vertrag, so wie sie und ich, im State Prison. Das ist einfach kein Police Officer. Wir sind auch Zivilisten, ja, die eingestellt sind als Cops. Ja, aber wir haben, ja, das ist trotzdem ein bisschen schwierig, sehe ich das, weil ich habe Angst, welches Sicherheitsunternehmen, also von wem, welchem Sicherheitsunternehmen sind die Wärter aktuell? Einige arbeiten bei Marriott da und einige sind auch ganz normale Zivilisten ohne irgendwelche Zugehörigkeit. Sie wissen, wer bei Marriott da im... Ja, das ist aber schon seit längerer Zeit so und die haben sich jetzt wirklich bei uns bewiesen, Sir. Also jeder Rekrut, wirklich, also jeder Rekrut, der einen Tag hier ist, hat mehr Befugnisse als der, der mittlerweile seit sechs Monaten... Verstehe ich, aber es gab... Ja, aber was heißt denn Befugnisse? Also, Entschuldigung, ich weiß schon, was er meint. Das Problem ist nur, Kowalski, es gab irgendwas mit Marriott, was ziemlich mir böse aufgestoßen ist. Nee, nee, in den letzten Tagen. Nee, nee, was ich meine bei den letzten Tagen, ich weiß nicht, ich müsste meine E-Mails durchgucken. Also, ich verstehe das, sie wollen einem, sie wollen den, sie wollen den Wertern oder einem Werter, dem sie vertrauen sozusagen, die Möglichkeit geben, dass der die Werter rein und raus lassen kann, also dass er die Türen öffnen kann, richtig? Korrekt. Mein Problem ist da, wen sehen Sie denn da, dass Sie dem 100% so was krasses anvertrauen? Äh, Capone. Capone. Hört sich auch einem Mafia-Typen an. Das klingt ja, äh, also keine Vorurteile, ne? Also, ich würde, ich würde auch gerne, dass Sie vielleicht mit der Person dann auch selber sprechen, ja, weil, wie gesagt, ich habe mit der Person jetzt mittlerweile seit sechs Monaten zu tun und die geben wirklich Gas, ja, die haben sich wirklich auch was verdient, weil... Sind die auch bei der Bank tätig oder ist das so, dass das, ähm... Bei der Bank? Ja, das ist SecuroServe, ne? Ja, das ist was anderes. Das kann gut möglich sein, dass es SecuroServe ist, ja. Oder die hatten irgendwas mit Schuss, ich weiß nicht mehr genau. Also, ich mache mir Gedanken darüber, aber, Kowalski, passen Sie auf. Sie sind jemand, der sehr sorgfältig arbeitet, ja? Jetzt ist leider das Problem, wenn... Also, ich sage Ihnen jetzt eins, wenn ich das mache und ich höre, dass der Schindluder betreibt damit, irgendjemand aus der Zelle lässt, unbefugt oder aus dem Stay Prison oder einen Häftling abhaut oder da Ware reingeschmuggelt wird, ich gebe Ihnen das unter einer einzigen Prämisse. Ja? Sollte das passieren, werde ich Sie kündigen. Ja, aber Sie können ja zum Beispiel... Nein, 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 hören Sie zu. Sollte der Mann, der Zugang zu all dem bekommt, der Leute, der nicht im staatlichen Dienst arbeitet, jemanden... Er arbeitet ja im staatlichen Dienst. Naja, in einer Sicherheitsfirma, das hat nichts mit staatlich zu tun. Nein, nein, aber er hat einen Vertrag, ganz normalen Vertrag. Kowalski, nochmal, ja, hören Sie mir zu. Sie müssen dafür sorgen, dass, schauen Sie, wir haben Leute gehabt, die aus dem Stay Prison geflohen sind, erinnern Sie sich, durch den Hurricane. Ja, durch den Hurricane, ja. Wir hätten beinahe Commander Winters umgebracht, ja? Aber... Warten Sie. So, was ich Ihnen damit sagen möchte, ist, wenn ein Mitglied aus dem Stay Prison flieht oder Freigang hat, ohne das mit dem LSPD, ohne Anträge zu stellen, ohne es abzusprechen, dann rollt Ihr Kopf. Wenn da jemand was reinschmuggelt, rollt Ihr Kopf. Sie müssen dafür sorgen, das ist eine Person, der Sie dann vertrauen, dass das richtig läuft. Und ich baue damit massiv Druck auf, ich weiß das. Aber wir reden hier von dem Gefängnis. Also dem Ort, wo Sie landen, wenn Sie wirklich Abschaum sind. Und dieser Abschaum sollte auch drin bleiben. Und wenn Sie mir gewährleisten, dass Sie das hinkriegen, kriegen Sie mein Go. Mit Frau Ivanov zusammen. Ja, ich weiß, was Sie meinen, Sir, ja. Aber diese Garantie... Ich vertraue dem, aber man kann immer nur den Menschen auch nur vor die Stirn schauen. Da müssen Sie dafür sorgen, dass das nicht passiert wird. Ja, aber das ist genauso, wenn Sie zum Beispiel der Ausbildung sagen, ja, wenn ein Rekrut Scheiße baut, dann rollt Ihr Kopf. Nein, 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 das können Sie überhaupt nicht vergleichen. Weil das Problem ist, der Rekrut, wenn der Scheiße baut, ist das keine Tragweite, wie wenn jemand aus dem Gefängnis flieht. Oder wenn da Sachen reingeschmuggelt werden. Das können Sie nicht vergleichen. Na ja, könnte der Rekrut auch machen. Ja, natürlich, aber das ist nachvollziehbar. Wissen Sie? Also was ich Ihnen sagen möchte, Skowalski, passen Sie auf, denken Sie mal über die Sache nach. Also ich gebe Ihnen die Möglichkeit, dass Sie das machen können, aber Sie sind, der die Konsequenzen tragen muss, wenn was passiert. Wenn ein Häftling mit Hilfe eines Werters ausbricht. Dann sind Sie der Leidtragende. Und wenn Sie mir vergewissern, dass Sie das hinkriegen, das ist die Verantwortung, die in Ihrem Posten ist, wenn Sie mir das zuversichern, dann sage ich Ihnen, dass Sie mein Go dafür kriegen. Weil ich vertraue Ihnen, Skowalski, und ich weiß, welches menschliche Urteil Sie haben. Aber Sie müssen dafür sorgen, dass das nicht passiert. Wenn es die Frau Gamble-Iwanoff wäre, dann würde ich kripp und klar sagen, ja. Sie haben da recht, Sir, und dann werde ich versuchen, vielleicht denen was anderes zu geben, indem zum Beispiel ihre Funkgeräte im Splint und sowas haben können und allen drum und dran wenigstens das. Verstehe ich das, dass er also eine Art Supervisor wäre? Sie sind schon Supervisor. Ja, aber er wäre so ein Super-Supervisor, der Zugang, wie der Käpt'n ist der Prison. Korrekt. Er würde sozusagen mit Blacktide und mit Trambley Hand in Hand arbeiten. Mein Gott. Ja, das ist die Brücke zwischen der SPD und dem SEA. Verstehe. Okay, Skowalski, probieren Sie es, aber versuchen Sie es zu vermasseln, versuchen Sie es, dass es nicht vermasselt wird, dass der auf dumme Ideen kommt. Weil wenn der auf dumme Ideen kommt, dann stecke ich ihn ins Krankenhaus im MD, weil ich ihn durch Winters mit einer Shotgun bearbeiten lasse. Wenn ein Häftling das State Prison unbefugt verlässt oder jemand das State Prison unbefugt betritt, dann reiße ich erst ihn in den Kopf ab und dann ihm. Das ist Ihre Verantwortung. Ja, ich mitzuhören. Sie gucken zu, wie wir zusammen ihn in seinem Kopf abreißen und dann reiße ich ihren Kopf ab. Ja, aber nachher bitte. Und denk an meine Quote. Ein Schuss, ein Kill. Muss ich mir alles überlegen. Der Capone arbeitet bei Marriweather? Ja. Okay. Machen Sie mal Folgendes. Ich muss mit der D2 sprechen. Die müssen den komplett durchleuchten. Also komplett. Ich möchte da wirklich und dann vielleicht, wenn er sich beweist. Gerade wenn es auf dieser Sache ist, ja. Das spreche ich auf jeden Fall mit Bischloff, ja. Okay. Was ist der nächste Punkt, den Sie haben? Ach so, der nächste Punkt ist Pressemitteilung Brand SD. Da müssen wir es loslassen. Ja. Können wir machen. Schreiben Sie was vor. Schicken Sie es an das... Würde ich gerne machen, ja. Ja, Sie können das dann mit dem... Schicken Sie es ans LSPD-Konto. Das wird dann an mich weitergeleitet. Ich lese da einmal drüber. Sie können auch gerne Fotos von dem Gebäude machen. Dann können Sie das, wenn Sie mein Go bekommen, das mit dem LSSD-Account posten. Alles klar. Ja. Gut. Nächster Fuhrpark läuft gut mit Absprache mit Harper. Harper macht das jetzt nicht mehr, aber die Hooks und der Williams macht es super. Ja, die machen das echt top. Wir brauchen da auf jeden Fall noch einen Vertrag mit Flywees. Da sind wir dran. Okay. Sie arbeiten da dran. Ja, Hanni, da haben wir doch ein Angebot jetzt bekommen. Genau, richtig. Da solltest du noch drüber schauen, wie wir das machen. Ja. Ich habe morgen meinen Bürotag ab 13 Uhr. Da kann ich all das in Ruhe aufarbeiten. Da ist es immer ein bisschen schwierig. Also das J läuft gut. Auch mit Tremblay und Blacktide. Die machen das wirklich sehr, sehr gut. Tremblay ist sowieso ein guter Kollege, ne? Ja, Tremblay ist wirklich verdammt guter, starker Kollege, ja. Welcher? Wir haben doch zwei, oder nicht? Dem würde ich genau der 58. Aber auch der Williams ist ein guter. Ja, die sind 70, ne? Wir haben wirklich, also gerade im SD haben wir wirklich sehr, sehr gute Kolleginnen und Kollegen. Also unglaublich. Ja, es klingt bald wieder Nachschub, ne? Hanni, also generell hier auch an Sie, Frau Ivanov und so weiter. Wenn wir Bewerbungen reinkriegen, auch ruhig mal zwei, drei Leute rüberziehen zum SD. Ja, nicht alle müssen zum LSPD, ja? Ja. Also bei Kowalski können ruhig nochmal zwei, drei Kollegen rein. Bei Frau Ivanov und dann sollte das, glaube ich, laufen. Ja? Gut, dann noch zwei Sachen und zwar... Kurze Frage, ganz kurz, wie macht es sich mit Garrett inzwischen? Besser. Okay, sehr. Also ich sag mal so, bis jetzt gab es so keine weiteren Auffälligkeiten, aber ich weiß auch längere Zeit nicht ganz, nicht immer da, ne? Aber auch keine Meldungen von den Kollegen. Ja, okay. Kann sein, dass er es verstanden hat. Okay. Föffentlich. Abteilung in Bergrettung. Ich würde gerne drei der Pütis für einen Hubschrauberschein ausbilden, damit das vorangeht. Antrag sage ich Ihnen auch gerne, das sage ich Ihnen mal wieder. Antrag LSPD schicken. Wir berechnen die Kosten. Das sind dann drei Officer oder drei Kollegen, das sind 100.000 Dollar. Sind 23.000 Dollar pro Schein und ich würde die sehr wahrscheinlich ausbilden, die Leute. Ja. Ja, wunderbar. Gut, dann schicke ich das dann. Aber das Geld haben wir nicht. Also stopp. Wir müssen das versetzt machen. Das ist schwierig. Das sind 100.000 Dollar, Kowalski. 100.000. So. Aktuell wird ausgebildet der Kollege Miller noch. Ja. Der ist in der Pipeline gerade bei mir in der Ausbildung. Mit dem bin ich aber bald fertig. Es sollte relativ schnell gehen nächste Woche. Wir müssen das peu à peu machen. Also wirklich jeden Monat ein. Anders geht es leider nicht. Wir müssen, oder pro Monat zwei. Aber mehr geht wirklich nicht. Also wir können nicht 100, guck mal, wenn Sie jetzt bedenken, es sind fast 100.000 Dollar, die wir ausgeben, nur für einen Pilotenschein. Und viel ist davon leider nur Schritt für zwei Kollegen. Was, Anni? Unser Kontostand ist aktuell nur ein Ticken da drüber. Ja, deswegen lassen Sie uns das vielleicht im Frühjahr, also Januar 2022 angehen. Okay. Aber ist kein Nein, ist kein Nein. Es ist nur ein, wir haben kein Geld. Ja, okay. Wir können es ja, mein Vorschlag wäre, du kannst die ja raussuchen, die Leute. Dann kannst du das ja schicken. Dann kann man die Anfrage ja an Erster und Andreas schicken. Dann haben wir die auf der Liste. Und es wird einfach so lange nicht gezahlt. Das wird ja da bei uns nachgehalten bei Erster Andreas. Wird das so lange halt nicht gemacht, bis dann da gezahlt ist. Aber wir haben die Leute auf dem Schirm. Wenn das für sie in Ordnung ist, Chief, kann man das ja machen. Ja, auf jeden Fall. Also in die Pipeline sitzen, meinen Sie, ne? Genau, in die Pipeline sitzen. Ja, genau, sowieso. So machen wir das ja immer. Bis es losgeht, dann ist es wahrscheinlich Mitte Januar oder Ende. Ja. Aber Kowalski, also selbst wenn wir wollen würden und wir würden, das kostet Geld, haben wir nicht. Absolut, ja. Dann die Highway Patrol. Mit Ihrem Einverständnis würde ich das ein bisschen aufbauen, dass die Frau Gembe lieber noch da die Abteilungsleitung auch übernimmt am Anfang. Das ist Ihr Ding im Sheriff Department. Also wir haben ja zwei Autos, werden ja bei Ihnen jetzt bald hin versetzt. Ja, das Ding ist, ich bin ja morgen, wie gesagt, hier im Büro. Schmeckt's, Handi, der Burger? Ich bin ja morgen hier im Büro. Ja, willst du auch einen? Na, ist gut, gerade nicht. Ja. Muss ein Büro spielen. Hapa, sag ich schon. Nee. Kowalski, morgen werde ich diese Dokumente fertig machen lassen, ja, die dann die Leute unterzeichnen müssen, die sich für diese Speed Unit gemeldet haben. Frau Ivanov hat ja sowieso schon die Erlaubnis, genau wie die Frau Marshall, diese Fahrzeuge zu fahren, ja. Es geht letztendlich, ist das, der Mechanismus folgender. Ich kann Ihnen das wunderbar erklären. Sie müssen ein Dokument von mir unterschreiben, indem Sie bestätigen, dass Sie auf alle Ansprüche verzichten, dass Sie selber für sich haften. Weil, ich war mit Herrn Bischloff in der Kokett unterwegs und da lag ein Fahrrad und es endete damit, dass die Kokett im Wasser versenkt wurde, ja, und wir beinahe draufgegangen wären. Es ist ein lebensgefährliches Fahrzeug und man muss einwilligen, man muss einwilligen, dass man sich dieser Gefahr bewusst ist, ja. So, und wenn das raus ist und die Leute haben das unterschrieben, ist alles gut. Check. Also ich würde gerne da eine Abteilung mit drei Leuten machen, die dann auch diese Kokett dann fahren dürfen, nachdem sie die ausgebildet wurden. Nein, da wird nichts ausgebildet, da werden sie nicht ausgebildet dran. Es ist so, im Grunde ist es wie jedes andere Fahrzeug, nur schneller und Sie müssen sich im Klaren sein, was da passiert. Also Sie können das Auto fahren, ab Officer, was war das, zwei, Officer drei. Ab Sargen war das, genau. Und der Käpt'n gibt es frei, genau. Also es ist nicht so, dass jeder es fahren kann, Sie müssen Sargen sein und Sie müssen die Freigabe bekommen. Das müssen wir so machen. Ich sage Ihnen nochmal, wenn Sie gesehen hätten, was mir und Bischloff, was fragen Sie Bischloff? Sie verstehen, was ich meine. Es ist lebensgefährlich. Also wirklich, dieses Auto zu fahren, eine Bodenwelle und Sie sind weg. Also es ist wirklich, also wirklich brutal das Ding. Wir sind die Autos damals vor der Drosselung gefahren. Der Tacho hört bei 160 auf und das Ding ist immer schneller geworden. Und jetzt habe ich noch eine tolle Nachricht. Ich weiß von der Firma, die daran arbeitet, dass das Auto ein Firmware-Update bekommt, dass die Autos in der Performance, also in der Beschleunigung aus dem Stand noch schneller werden. Noch schneller, ja. Also das ist wirklich Kowalski. Ich würde da, passen Sie auf, ich würde da gerne mit Ihnen mal eine Probefahrt machen, dass Sie mal auf dem Beifahrersitz sitzen und dann fahren Sie mal mit. Sie werden verstehen, was ich meine. Wir haben es damals auf dem Gelände gemacht. Ja, aber Stadt ist noch was anderes, wenn Sie eine Bodenwelle haben. Kurven, Gegenverkehr, das ist wild. Alles klar. Welche Sachen haben Sie noch? Leistungslauf allgemein fürs SD und fürs PD vielleicht, dass wir da was ansetzen. Sportlichkeit meinen Sie? Ja, genau. Oh, die Leute werden gequält. Also wir haben da wirklich eine gute Route und das könnten wir wirklich eine komplette gemeinsame Truppe machen. und das MD dort involvieren, falls irgendjemand da absäuft, ja. Ich möchte, dass Sie vorauslaufen und einen Marschruf schreien. Und die Leute müssen uns nachschreien. Kennen Sie das? Ich sage L. Sie sagen L SPD. L, äh, P, D. F. Es ist spät. Ja, ich will wirklich, dass der ganze Run nur mit Marschruf unterstützt wird. Von Anfang bis Ende. Ich liebe es. Boah, das ist dann schon... Boah, das gefühlt so geil. Aber wir schaffen das, ja. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und beim ersten laufe ich nebenher. Ich fahre nebenher und höre mir das an. Weil ich kann keinen Sport machen, wissen Sie, weil das Problem ist... Ich kann nicht noch mehr Muskelmasse kriegen. Ja, richtig. Nee, schmeckt... Nee, schmeckt's. Mhm. Okay. So. Äh, letzter Punkt. Fahrzeuge für State Prison. Das geht von einem ganz anderen Konto. Da sollte er eigentlich noch vom Commander... Weiß ich schon, bin ich schon dran. Alles klar. Sind ja nur vier Stück. Ja, ich weiß schon Bescheid. Ist, glaube ich, was so bläulich ist, ne? Genau, ganz genau. Ja, ja. Check, check. Da würden sie sich natürlich auch freuen. Und das mit Capone, das... Gut, das muss ich mir natürlich durch den Kopf gehen lassen. Also wenn da mein eigener Kopf dran hängt, ja gut, dann muss ich... Das muss ich auch nochmal abchecken, um ehrlich zu sein. Okay. Gut. Und Tremblay. Tremblay vorheben, ja, durch die Aktion. Der hat uns wirklich da den Arsch gerettet. Damals im SD, wo der noch hochgerannt ist. Ja, auf jeden Fall. Also das ist nochmal ein ganz kurzer Punkt. Also der hat sich da was verdient. Wenn sich auch irgendwann als Lieutenant... Also in der Zukunft irgendwann... Ja. Herr Anderson, Herr Kowalski, Herr Winters, auch Herr Kukum jetzt, wenn er hier wäre. Ich möchte bitte, dass Sie mir spätestens bis zum 27. 28. 12. eine Beförderungsliste vorlegen. Weil wir machen vor Jahreswechsel noch die Beförderungen. Alles klar. Machen wir, Anderson, dann würde ich darum bitten, dass wir unabhängig vom Chief eine Commander-Captains-Lieutenant-Besprechung machen, wo wir uns mal zusammensetzen, dass wir auch alle Personen... Genau. Ich will nicht, dass irgendein Officer überfällt, weil dann das gibt wieder Ärger oder Missgunst. Wenn dann aber eine Person dazwischen ist, die auch durch besondere Art und Weise hervorsticht, zum Beispiel besondere Leistungen oder besonderes ehrgeiziges Verhalten oder auch eben die Situation mit Kowalskis Leben zu retten und den Sheriffs. Sowas werden wir dann bitte da auch thematisieren, ja? Kann man ja da zuschreiben, damit Sie das so sehen. Da gibt es ja Auszeichnungen. Die Auszeichnungen haben wir vernachlässigt. Ja, safe. Ich kümmere mich drum. Auszeichnungen. Okay. Wir schlagen Ihnen auch eine Liste dazu vor. Ja, check. Okay. Sonst noch was, Kowalski? Negativ. Alles in Ordnung, Sir. Gut. Ich fand das Gespräch heute unfassbar produktiv. Ich glaube, das war länger mal so, dass das wir hätten machen müssen. Ja, kann ich nur zustimmen. Da ist noch eine Sache offen. Entschuldigung. Zwei Sachen. Rodriguez. Der hat einen Versetzungsantrag gestellt. Guter Officer. Läuft viel unter dem Radar, aber guter Officer. Zum Esti oder vom Esti? Zum Esti. Da wartet er nur auf Ihr Go. Rodriguez. Ja, Go. Wir brauchen noch Leute im Norden. Können wir machen. Und Frage Skinner? Nein. Skinner hat nicht mal die Prüfung geschafft zum Officer. Er hat sie nicht. Nicht geschafft. Zweimal nicht. Zweimal. Ja. Jetzt ist er raus, oder nicht? Ne, dreimal, oder? Die Prüfungen wurden beide abgebrochen. Ich weiß nicht, was stand der... Skinner ist halt... Ehre aller. Ganz schwierig. Ja. Kann doch nicht warten. Also, ich fasse ganz kurz zusammen. Das LSPD... Achso, Hanni. Ja. Ja? Ja, wir machen das mit dem Assistant Chief. Okay. Okay. Also. Dann werden wir heute folgendes in einem... Ja, da kann man ruhig mal klatschen. Ja, da kann man ruhig mal klatschen. Ja, da kann man klatschen. Ja, ich muss gerade die Richtung stellen. So, da kann man klatschen. So. So, also. Ähm, Anderson ist gut jetzt, ne? Ja, okay. So, also. Okay. So, aber bist du sicher, dass du das machen möchtest? Ja, wir werden morgen nochmal meinen Tätigkeitsbereich absprechen. Okay. Und dann machen wir das. Okay. Perfekt, ist geändert. Perfekt. Okay, also. Das LSPD 2021 zum Jahresabschluss sieht folgendermaßen aus. Mr. Anderson wird Commander der Operations. Sein Vertreter, Captain Pearson. Wenn er denn Bock hat. Glaube ich schon. So, glaube ich auch. Mein Gott, das wird eine Abteilung. Ich habe jetzt schon Angst. Dessen Vertreter wird wer? Lieutenant Harper. Gut. Check. Ja? State Prison. Äh, Quatsch. Nee, State Prison. Korrektur. Äh, Sheriff's Department. Kowalski bleibt Commander. Captain Ivanov. Gamble Ivanov. Ja? Sie sind die Vertretung offiziell von Mr. Kowalski vor Ivanov. Ja? Ja, check. So. Mr. Winters bleibt Commander der Administrativen. Wird allerdings Captain Tanaka an seiner Seite bekommen. Und Lieutenant Walker. Ja? Herr Winters, ist das okay? Absolut. Gut. Mr. Ja? Zu uns beiden, also Administration, Operation. Wir beide übersehen dann das SWAT. Ja? Sie über, sie beide übersehen das SWAT. Genau. Ja? Okay. So, und Herr Pearson wird SWAT-Lead. Das ist das oberste SWAT-Lead, ja. Okay, sehr gut. Dann dazu eine kurze Frage. Lassen Sie mich ganz kurz nur zusammenfassen. Warten Sie. Dann Mr. Bischloff wird aus dem SWAT rausgezogen, wird allerdings nicht offiziell Captain sein, sondern Lieutenant aus Gründen. Ja? Er ist Lieutenant, also er ist der höchste ermittelnder Police Officer, der höchste Detektiv. Ja? Der Abteilungsleiter. Genau. Und jetzt zum Schluss komme ich dann zur Ausbildung. Da sehe ich auf Position 1 weiterhin Nachiko Koum. Auf Position 2 sehe ich, ähm, Herr Johnson oder und Herr Musqueira. So. Der ja schon Lieutenant ist aktuell, ne? Genau. Also für die Ausbildung. Aber ich würde Musqueira sogar als Captain sehen, wenn Herr Johnson das zeitlich nicht mehr schafft. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus, weil ich denke, Herr Johnson hat auch mal Tage, da brauchen wir auch ein bisschen Pause, kann ich auch verstehen. Deswegen nehme ich ihm das auch nicht böse. Ähm, also um Gottes Willen. Und das ist jetzt das LSPD. Und Honey Marshal wird offiziell Assistant Chief des LSPDs. Das bedeutet folgende Struktur. Der Lieutenant, also der Sergeant meldet dem Lieutenant, der Lieutenant meldet es dem Captain, der Captain meldet es dem Commander, der Commander meldet es dem Assistant Chief und der Assistant Chief wiederum meldet es mir. Wichtig ist, es wird alle zwei Wochen Meetings geben, wo alle Commander, der Assistant Chief oder die Assistant Chiefin, ich spreche mir das eigentlich so aus, und der Chief. Chief. Genau. Dass diese, gibt es keine weibliche Form von Assistant Chief, ne, Assistant Chief heißt werden zusammensitzen und über Entscheidungen des LSPDs dann beraten und Resultate finden. Perfekt. Dann arbeite ich die Frau Marshal dann auch dementsprechend ins RDP langsam ein. Ne, also dass sie zumindest weiß, was für Möglichkeiten wir haben und wenn ich nicht da bin oder so, dass sie dann auch Sachen machen kann, Schlüsselkarten und Umtragungen und so, dass sie das machen kann. Genau. Wichtig ist aber, jetzt ganz, ganz kurz, dass wir wirklich, also das ist das oberste Gebot, bitte, haben wir ein Problem untereinander in der Führung, lassen Sie uns bitte miteinander sprechen, wirklich, lassen Sie uns nicht das Problem aus der Vergangenheit machen. Ja, wenn wir zwei Wochen, alle zwei Wochen diesen Rat einberufen, ich denke, das sollte schon auf jeden Fall funktionieren und was ich mir auch wünsche ist, wenn Sie mitbekommen, wirklich, und ich meine das ehrlich jetzt, wenn Sie mitbekommen, dass jemand seinen Unmut äußert, lästert oder sonst was, bitte melden Sie das, ja alle, ja, weil wir müssen dagegen vorgehen. Das, was Winters vorgeschlagen hat, finde ich stark und ist ein gutes, wichtiges Zeichen und wir müssen diesen Kindergarten aus dieser Behörde hier rauskriegen und lieber zeigen, dass wir unsere Arbeit richtig machen. Ich würde dann sogar so weit gehen, dass Hanni von mir die Generalvollmacht bekommt, das würde ich dir so schriftlich zuschicken, Hanni, dass du die Erlaubnis hast, auch mit Presse-Statements zu arbeiten, dass du da auch interner rausgehen kannst, ja, weil dann sind wir da auch transparenter, dann kann zum Beispiel auch ein Commander mal fragen, können wir da und da ein Statement rausgeben, ja? Genau, das ist gut, ja. Darf ich noch zwei, also zwei Kleinigkeiten, eine Sache, die als Vorschlag ist. SWAT-Lead, überwachende Funktion, habe ich verstanden, check, ist es mir dann auch erlaubt, dass SWAT in Situationen, wo es nicht anders geht, es auch dann auszuholen? Sie sind doch Commander, Sie dürfen das doch. Ich durfte, nein, ich durfte das nicht, das hatten Sie gesagt, ich, das durften nur Gamble und Pearson und Sie eine Zeit lang. Ich berufe, ich beziehe das auf den Commander-Rang, aber, Herr Anderson, ich habe Ihnen das ganz klipp und klar erklärt, in welchen Situationen, okay? Das haben wir verstanden, absolut, im höchsten Notfall. Okay, perfekt, das wollte ich fragen, die andere Frage war bezüglich Tanaka, der war schon Commander, der ist auch eigentlich ausgebildet, können wir wenigstens bei ihm, das Überspringen, ihn hier hochholen und ihm das jetzt anbieten. Er müsste im Dienst sein, darum würde ich bitten. Wurden Sie den mal her. Ich will Herr Johnson nur nicht übergehen, wissen Sie? Nein, aber prinzipiell, bei Harper machen wir es der Sergeant und Tanaka war Commander. Wie viel ich von Johnson eigentlich halte. Wenn es einer auch drauf hat, Streifendienst, dann er, mit dem war ich im Streifendienst ein super Officer. Ich würde so gerne Johnson gerade sehen, wie oft ich positiv über ihn rede und über Pearson. Komm ich mal bitte kurz das Wort vom Chief, oben auf der 3. Da ist er doch, der Darius, Junge! Perfekt, dann gibt es gleich. Du Dreckspulle, du! Der traut sich Dinge. Ich habe, weil ich es richtig machen wollte, um den Herrn Tanaka ein bisschen zu ärgern, habe ich heute eine Akte an die Administration gesendet, weil er das momentan macht. Wissen Sie, was der für Eier hat? Der schreibt mir in der SMS, sehr geehrter Officer, Ihre eingereichte Akte bei der Administration wurde an Sie zurückgeschickt. Die Begründung finden Sie im Log-Bereich, Ihre Akte im Auftrag der Administration, Officer Tanaka. Junge, der hat Eier, ey. Ich finde, Tanaka ist einfach eine Ehre, absolut. Tanaka ist ein Biest. Genau, ich hatte gerade, glaube ich, noch irgendeine Kleinigkeit. Tanaka sollte, also wissen Sie, wo ich den auch sehe, der muss tatsächlich eine Anwaltslizenz machen, weil ich glaube, dann ist wirklich Endstufe. Der könnte direkt als Rechtsbeistand fürs LSPD agieren, wie Herr Petersen damals. Das wäre auch wild, das wäre auch, das wollte er machen. Kommen Sie rein, Herr Tanaka. Das hatte er vor. Ja. So, Herr Tanaka. Ja. Einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's Ihnen? Guten Abend. Hallöchen. Ganz gut. Ganz kurz noch, unten ist ein suspendierter Officer, der möchte Sie noch sprechen. Der Herr Seiler. Das kommt gleich im Anschluss, genau. Ja, darf ich, Chief, oder wollen Sie? Ja, ganz kurz, Herr Tanaka. Wie sieht es mit dem Rechtsbeistand aus? Für das LSPD? Inwiefern? Die wollten doch da was angehen. Ja, genau. Ja, ist tatsächlich nicht so leicht. Hat sich nichts geändert. Man müsste theoretisch ein Praktikum machen. Ich müsste aber eine Kanzlei finden, die mich anstellt für Null Dollar, in Anführungszeichen. Weil ich, ne? Ja, könnte ich was organisieren. Arbeitsrechtlich. Und ich habe bis jetzt noch keinen Anwalt gefunden, der mir so weit gefällt, dass ich sagen würde, ich würde da ein bisschen mitarbeiten. Oder halt dieses Praktikum machen oder was auch immer, weil man kann leider nicht direkt zur Prüfung antreten, wenn ich richtig verstanden habe. Man muss erst eine Woche oder zwei ein Praktikum gemacht haben. Okay, Herr Tanaka, folgendes. Da würde ich, habe ich eine Idee, können wir machen. Ja, Herr Tanaka. Das ist keine Hürde. Herr Tanaka, folgendes, hören Sie. Ähm, wir sind uns, glaube ich, alle hier im Raum einig, dass Sie ein verfluchter kleiner Drecksack sind. Ich meine das aber im positiven Sinne. Ich meine das aber im positiven Sinne. Sie finden immer Mittel und Wege. Sie haben immer das LSPD im Vordergrund. Das hatten Sie schon damals. Sie sind ein unfassbar starker Polisofficer. Sie wissen, wann Sie Ernsthaftigkeit an den Tag legen müssen. Sie stehen hinter Ihren Kollegen. Sie schützen die Kollegen. Sie stehen vor allem hinter mir. Das habe ich an Sie immer sehr geschätzt. Ein sehr loyaler Polisofficer gegen meiner Person gegenüber. Und Sie haben mich schon oft aus dem Dreck gezogen. Und deswegen würde ich Ihnen gerne einen Vorschlag machen. Das habe ich Ihnen ja damals auch gesagt. Und das war auch ein Wunsch von Herrn Winters. Ich würde Sie gerne zum Käpt'n der Administrativen nennen, mit Herrn Winters zusammen. Ja, der der Commander ist. Und Sie werden Käpt'n und der Herr Walker wird Ihr Lieutenant. Das heißt, Sie übergehen jetzt. Also das werde ich mit Herrn Johnson absprechen. Das entlastet den Herrn Johnson auch ein bisschen. Weil wir wissen beide, dass Sie die Prüfung zum Polisofficer, zum Sargent mit links gemacht hätten. Da brauchen wir Sie jetzt auch nicht langfristig hier irgendwie quälen. Und den Herrn, den Kollegen auch nicht. Den Herrn Johnson, der arme. Der soll sich lieber um das niedrige Volk kümmern. Nein, Spaß. Was ich Ihnen damit sagen möchte, ist, ich würde Ihnen gerne den Käpt'n Posten anbieten. Und ich würde es schön finden, wenn Sie den annehmen würden. Herr Winters würde es schön finden, weil Herr Winters, also der wollte Ihnen ja auch die Nachricht überbringen. Und alle im Raum haben dafür gestimmt. Hätten Sie Interesse daran? Selbstverständlich. Und so wie immer, was auch immer Sie sagen, Chief, wird gemacht und wird passieren. Und eine kleine Anmerkung. Ich würde trotzdem gerne das Modul Geiselname noch beim Herrn Johnson machen. Geiselname? Ja, es gibt nämlich beim Sargent, also bei dieser Sargent-Fortbildung, gibt es ja eigentlich vier Sachen. Und eins davon ist Geiselname. Ja, dann müsste sie nur heiraten. Was? Was? Auf Gottes Willen. Den habe ich nicht kommen sehen. Gewalzki, was ist denn mit Ihnen denn immer? Sie sind, wisst ihr, wie Sie sind? Gewalzki, Sie sind wie bei einer Sitcom. Sie sind immer der, der die Tür öffnet, einen Spruch bringt und die Tür wieder zumacht. Genau. Genossen. Frommberg. Ja, das wird tatsächlich nichts, Commander, weil ich bin mit dem PD verheiratet. Das stimmt. Das heißt, der ist mit uns verheiratet, Sir. Ja, das, also nehme ich an. Ja. Achso, ja gut. Ne, das Modul Geiselname würde ich trotzdem irgendwie gerne irgendwann mal machen, wenn Johnson Zeit hat, weil Johnson ist, was sowas angeht, auch verhandlungstechnisch eine absolute Granate. Ja, sowieso. Der ist in allem eine Granate, der Mann. Fragen Sie sich mal, was ein Lieblingsal ist. Neun. Egal. Ja, also, aber den Käpt'n Posten münden Sie an dem. Ja. Ja, Herr Tanaka, dann beglückwünsche ich Sie. Das hätte ich erwartet. Ja? Nein, ich bin keine frische Junge. Ja, jetzt schon mal los. Ich bin langsam steckig hier im Büro. Dann mach doch gerne mein Fenster auf. Wussten Sie eigentlich, Herr Tanaka, Sie können eigentlich den Herrn Anderson gratulieren? Äh, ja, hab ich mir fast gedacht, ich hab ihm gestern schon gratuliert, tatsächlich. Ja, ne, das ist eine Klimanlage hier drin. Ne, Sie müssen ihm irgendwas anderem gratulieren. Ach so. Ja. Er erinnert uns ein Held. Er hat eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg von Los Santos ferngehalten, indem er sich wunderbar und hemmungslos zur Verfügung gestaltet hat, Frau Finkers zu befriedigen. Kennen Sie Frau Finkers? Also jetzt, da ist er so. Also, die hatte nämlich einen Zahnstocher im Schacht und er hat das Ding frei gebuddelt. Boah! Was ist denn mit Ihnen los wieder? Wirklich? Ja, ohne Scheiß. Ist unmöglich. Das ist nicht normal hier. Das ist die Führungsebene. Das ist die Führungsebene. Der war so random, ne? Der war so random, ne? Der war so random auf der Insel. Kannst du den hier ausmalen? So. Herr Tanaka, wie haben Sie das denn, Sie haben den unter sich gehabt. Wie haben Sie das denn ausgehalten? Ich erkläre Ihnen das. Wenn er frech wird, dann nehmen Sie einfach hier einen Schlagstock und hauen ihm einmal auf den Hinterkopf und wenn er dann nochmal frech wird, dann hauen sie ihm ein zweites Mal drauf. Das repariert er im Normalfall. Jedes Mal. Der Typ ist ein Meister im Lügen. Nee, der Typ ist ein Meister im Lügen. Jedes Mal, wenn ich ein bisschen Spaß hatte im Dienst, hat er gesagt, die anderen beschweren sich voll über dich und ich habe mir immer voll Sorgen gemacht. Ach komm, Herr Winters, Herr Tanaka, als Sie weg waren, wir haben im LSPD ein System gehabt. Ja. Der Winternat hieß es immer. Welche Beschwerde kommt diesen Monat? Es gab einen Monat, da hat Winters sogar zwei bekommen. Und im Dezember sogar direkt am Anfang. Soll ich mal aufzählen, wie viele Beschwerden ich über Herrn Winters bekommen habe? Oh Gott, das Willen. Nur heute oder in den vergangenen Wochen? In der Zeit, wo er unter mir gearbeitet hat. Als ob Sie das noch haben. Das ist doch fünf, sechs, sieben Monate her. Ja, wieso soll ich das nicht haben? Ich will eines Tages, dass Sie eine Biografie über Winters schreiben und das heißt, das Ding heißt einfach nur abartig. Da ist einfach nur so ein Kotze. Seine Anweisung ist schief. Ja, also mit einem Kassenschlager. Um das zu verkraften, da muss man zweimal den Jakobsweg laufen. Abarfuß. Oh Gott, das Willen. Okay, also, Herr Tanaka, der Herr Winters, der wird Sie dann das entsprechende, oder der Herr Anderson das entsprechende Hemd geben, ja? Dann sind Sie ab sofort Käpt'n. Es wird gleich ein Eintrag an schwarze Brett kommen. Wir haben außerdem noch eine andere Änderung im LSPD, das kann ich Ihnen auch schon mal mitteilen als Käpt'n. Es gibt einen Assistant Chief und es gibt jetzt einen neuen Commander. Das haben Sie ja selber schon festgestellt. Ich beginne einmal mit dem Commander. Das ist Mr. Anderson für die Operations, vertreten durch Mr. Pearson, vertreten durch Mr. Harper. Dann haben wir den Herrn Kowalski, vertreten durch Mrs. Ivanov, dann haben wir den... Captain Ivanov. Genau, Captain Ivanov, ne? Ist ja klar, die Hierarchie. Kennen Sie ja nach unten. Ja. Dann haben wir die Ausbildung. Das wird wahrscheinlich so laufen. Check, welches Gerichtsgebäude kommt? Kurze Frage, ist das Old V-Update jetzt draußen? Ja. Genau, wo war ich stehen geblieben? Also die Ausbildung bleibt eigentlich erstmal so bestehen. Ja, Kukum, dann haben wir da den Johnson und dann haben wir da den Herr Mosquera. Und in der Administrativen wird es so sein, Herr Winters, Herr Tanaka und Herr Walker. Okay? Der neue Assistant Chief ist Hanni Marshall. Ja, absehbar. Check. Absehbar, warum? Irgendwunsch. Absehbar. Ja, er wollte damit sagen, er hat heute Morgen mal wieder Terrorkarten gelegt und da wurde ihm das gesagt. Er hat die schwarze Witwe bekommen und die zwei Sterne. Also, ähm... Naja, nachdem Frau Marshall und Frau Bennet sich eigentlich mehr oder weniger um den kompletten Verwaltungskram gekümmert haben und Frau Bennet nicht mehr übrig geblieben ist, war das irgendwann absehbar. Nein, Gott, Wind hat das... Tatsächlich. Wir haben sie doch aufgerault. Da ist Wunden auf. Wir haben immer noch ihre Kette, ne? Ist Ihnen das eigentlich klar? Haben Sie die noch? Ich hab die immer noch. Walter, würdest du mir die wiedergeben? Ich spreche jetzt als Freund. Nein. Wenn du die noch hast... Zeig mal. Warte mal, zeig mal. Die ist bei mir zu Hause. Also, wenn du die noch zu Hause hast, ohne Scheiß, Walter, dann sage ich dir, bin ich der... Dann wirst du... Ich werde dich in meinem Leben, so oder so nicht, aber ich werde dich niemals enttäuschen und in der größten Not bin ich bei dir. Also, das würdest du nur machen, wenn ich... Das würde ich auch so machen, würde ich auch so machen, aber du hast ein Riesending bei mir gut. Aber warum hast du denn diese Kette? Achso, warum brauchst du die denn? Nein, das ist einfach ein Erinnerungs... Das ist einfach ein Erinnerungsstück an Zeiten, die schön waren. Ich mag die Frau Bende trotzdem noch. Aber Moment. Sie war ein wundervoller Mensch. Ja, aber Moment. Aber Moment, ganz kurz. Sie haben doch die Frau Winters. Ja, und? Das tut ja... Das eine hat ja mit der anderen Sache nicht zu tun. Das ist ihre Rettungskarte, richtig? Weil es mit Frau Winters läuft jetzt nicht mehr so gut. Und wenn die Judy Bennett auftaucht, dann geht es dann... Ah, guck mal hier, Schatz. Ich habe sogar die Kette aufbewahrt. Ich habe seit Tag 1 auf dich gewartet. Ich kenne dich, Winters. Du hast mich durchlaufen. 100 Pro. 100 Pro. Das ist meine... Pass mich auf. Ach, Gott. Jetzt haben Sie... Zen 3? Ja, können Sie sofort machen, Frau Iwanoff. Also, ähm... Du bist ein herzloser Mensch, aber das ist auch nichts anderes. Winters, ich gebe dir die Kette. Ja. Für 20.000 Dollar. Ach, Halsmaul. Ey, sag ich hier vor allem, versammelt die ja. Du alter Halsabschneider. Die Kette hat ihren Preis. Sie haben sie mir freiwillig übergeben. Verhalt sie. Okay. Wenn irgendwann Judy wieder da ist, wird sie dir die Augen auskratzen, um die wieder zu kriegen. Kurz wieder zurück. Herr Winters, kommen dann noch als Nahtverdächtiger bitte zu mir. Später, danke. Wollen wir was? Als Tatverdächtiger? Ach, ja, wegen Drogen. Wir haben gerade den Schiff beleidigt. Ne, bedroht. Ja. Ist mir egal. Können Sie ihn da wieder einmal abhandeln, die Strafe? Das PD braucht Geld für den Flutschein. Kann nicht abhandeln, nur ein Zeuge sein. Ich würde den gerne im MRPD, und zwar im Archiv, einsperren. Und sie deaktivieren einfach seine Schlüsselkarte. Kriegt die Administration bitte das MRPD? Können wir da unten dann so eine Hundeklappe machen und tun mit dem Winters jedes Mal was zu essen rein. Am besten füllen wir das ganze Ding mit Essen wieder jeden Tag frisst. So. Das ist ein Vorschlag, unterstütze ich. So, kommen Sie mal wieder zurück jetzt. Kommen Sie jetzt mal wieder zurück hier, Anderson, damit wir das Gespräch jetzt hier beenden können. Dein Kopf. Der kippt sich schon den Kaffee hinter. Ich bin so Gott. Glückwunsch an Anderson. Andere Sache war absehbar, verwaltungstechnisch. Da bräuchten Sie irgendwen unter sich. Ja, aber auch absehbar. War absehbar. Genau. Und Herr Seiler wartet nach unten und wartet, dass ich ihm eine Antwort gebe, ob er abhauen soll oder hochkommen oder was auch immer. Ja, er kann gleich ruhig hochkommen. Alles klar, dann bringe ich den Herrn hoch. Okay. Die anderen sind wir mit allem durch. Ich denke. Gut, dann für heute. Genau. Ich werde ins Morgen Vorschläge für Termine für die erste Kommandorsitzung eintragen. Ja. Und ich werde Mr. Kukum gleich eine lange E-Mail schreiben, wo ich das alles nochmal zusammenfasse für ihn. Aber ich bin ja morgen mittags im Dienst, da kann ich ihm das auch erklären, wenn er dann da ist. Ansonsten danke ich ihn erstmal. Tut mir leid für das lange, zähe Gespräch. Weil ich fand es eigentlich sehr produktiv und sehr wichtig heute. Weil das war längst überfällig. Ja. Wir haben heute sehr viel aufräumen können und sehr viel planen können, was also sehr brach lag. Und ich glaube, dass jetzt, wenn wir die Abteilungen so aufbauen, allein die Administrative, die Operations, wie das aufgebaut ist, ich denke, und das Sheriff Department natürlich auch, ich denke, das wird ein unfassbar geiles Jahr und ein sehr produktives Jahr mit Endergebnissen, dass das Police Department wieder stärker wird in der Zivilbevölkerung. Ja. Okay, dann. Wenn die Marshal da auch Befugnis zur Pressemitteilung gegeben hat, dann definitiv, ja. Ja, check. Okay, dann. Aber da steht doch drin, Handi, steht da nicht drin, die Führungsebene? Weiß ich ehrlich gesagt nicht auswendig. Okay, gucken wir gleich mal nach. Bitte, was denn? Äh, Herausgabe von Eterna. Ach so, im Gesetz? Äh, ja, Führungs-, ja, ja, da steht Führungsebene. Ist der Assistant Chief auch eine Führungsebene? Ja. Ja, auf der, also der, also der, also der, das definieren sie, ne? Commander eigentlich auch schon, also Chief Assistant, Chief Commander. Also laut unserer Struktur im System ab Commander ist Führungskraft. Ja, ja, kleine, kleine Anmerkung, ähm, da geht's viel ums RDP auch. Wenn in einem RDP mehr oder weniger Führung steht, dann, äh, gleich, äh, Führung. Ähm, ähm, außer sie definieren das anderweitig. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob sie das in meiner Abwesenheit irgendwann mal gemacht haben. Ähm, ähm, aber das müssten sie dann genauestens definieren als Behördenleiter. Ja, also. Sie zum Beispiel sagen, äh, Führung ja oder Führung nein. Ja, also ich würde sagen, der Assistant Chief, der Assistant Chief hat die Erlaubnis, Sachen auch freizugeben. Weil dann kann der Commander das, äh, abtreten sozusagen, ja, macht ein kurzes Supervisorbericht oder sowas. Und wenn dann zum Beispiel Vision News, das machen sie häufig, uns Fragen stellen, dann kann der, äh, Assistant Chief auch darauf antworten. Die Assistant Chief, das ist, ach, das ist, ach, das ist unisex. Wie gerne hat man eigentlich Hurensohn? So, sie können jetzt, ähm, sie können jetzt rausgehen. Ich habe was zu essen. So, sie können jetzt. Selbstverständlich. So, ja, dann gehen sie alle mal raus und Handi bleibt mal kurz hier, ja. Ja. Und der Rest, ich danke ihnen. Ja, halt's einfach nicht. Und, äh, Herr Winter, sind Sie noch gleich ein paar Minuten da? Ich bin noch ein paar Minuten da, wir müssen dann mit dem Herrn Seiler sprechen. Genau, deswegen fragen Sie. Da kriegen Sie auch noch ein Briefing von mir dann. Und, äh, die beiden Kolleginnen draußen, ich habe gleich Zeit für die, können Sie da sagen, ja? All right, ja. Gut. Okay. Dann haben wir auch einen schönen Abend. Bis dann. Danke. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Zum Beispiel. Ja. Tschüss. Tja. Ja. Ich bin hier alle in meinem Büro. Klasse. Klasse. Kommt hier eigentlich. Auf die andere Seite. Warum? Jetzt frage ich mich seit Original genau zehn Monaten. Ich bin seit zehn Monaten im LSPD. Ja. Ach, Stöpfchen. Auf den Tag genau. Ja. Und ich frage mich immer noch, was mache ich hier eigentlich? Warum? Weiß ich nicht. Warte kurz. Ich wollte damals nur meinen Führerschein machen. Ja. Anja, du bist jetzt Assistant Chief. Ich habe es dir vorhin noch im Auto gesagt, du hast immer Nein gesagt. Ich habe mir ein wenig ins Gewissen geredet. Ja, was hat sie denn gesagt? Er hat gesagt, ich soll es machen. Sehr ausdrücklich. Egal, was auf dich zukommt, egal, wer dich beleidigt, egal, wer was sagt, scheiß drauf. Steh drüber. Jetzt kann ich ja eh alles suspendieren. Rein theoretisch kannst du das machen, ja. Herr Winters hatte eine richtig gute Idee. Finde ich stark die Idee von ihm. Also soll ich dir was sagen, als du weg warst, alle standen hinter dir, ne? Wirklich. Echt? Also kein Scheiß, wirklich. Alle haben gesagt, machen sie das schief. Kowalski sowieso. Herr Winters hatte eine richtig gute Idee, wenn jemand über dich lästert, dann sollen wir den ins Büro bitten und du sollst ihn kündigen auch. Oh ja. Wir sollten das natürlich jetzt so machen, wenn der eine mal einen Spruch bringt und so, ne? Nee, klar, man muss differenzieren. Ja, sowieso. Wir sollten jetzt nicht hier mit eiserner Hand regieren, ne? Nein, um Himmels Willen. So, die Zeiten sind vorbei. Das habe ich früher so gemacht. Das ist inzwischen humaner. Deswegen funktioniert das PD auch mit deutlich besser. Guck mal, was das auch für eine Stimmung hier gerade war. Das war früher nie so. Ja, das war ausgelassen. Ja, obwohl dann auch noch ernste Themen besprochen wurden. Und das um die Uhrzeit. Genau. Also, Fakt ist, ich traue dir das zu und ich vertraue dir auch 100 Prozent und ich glaube, dass du das auch gut machen wirst. Du bist jetzt endlich diesem Klotz der Ausbildung los, weil das einfach nicht die Chemie funktioniert hat. und ich denke, dass du da sehr gut drin aufgehen wirst. Du musst nur eine Sache lernen und das ist wirklich wichtig. Lass Sachen an dir abprallen, die dir vorgeworfen werden. Ja? Es gibt super viele Leute, die hinter dir stehen, die das unterstützen, die die Vorschläge haben und schenk denen ein offenes Ohr. Das kann ich dir damit auf den Weg geben. Und ich stehe ja sowieso hinter dir. Das weißt du ja. Weiß ich seit ein paar Tagen, ja. Schön. Aber tatsächlich habe ich die Idee schon länger gehabt, dir diesen Posten zu geben. Warum? Weil du das, ja, du hast so eine, also keiner, also das soll jetzt nicht so klingen wie eine Sekretärin oder so, aber du hast tatsächlich verstanden, du hast dieses Verwaltungsgehen. Weißt du, was ich meine? Du hast es einfach verstanden, wo was wie angesetzt wird, was muss wie geplant werden, welche Termine müssen wir machen. Das hast du einfach verstanden. Wie kein anderer hier. Und das ist das Starke, genau wie Herr Tanaka verstanden hat, was er mit den Akten machen muss, wie Herr Winters das. Jeder hat seine Stärken, wie ich schon gesagt habe. Meine Stärke ist, was die Leute Angst vor mir haben. Wow. Nein, aber, keine Stärke. Nein, aber, im Grunde kriegst du, kriegst du den Posten, der dir ohnehin schon zusteht, für das, was du sowieso schon machst. Ja? Ja. Wenn du das so siehst, dann, ja, wird es so sein. Definitiv. Und das wird eine coole Zeit, glaub mir. Also, es wird am Anfang sehr stressig, weil du wirst dir sehr viele Wehwehchen anhören müssen. Was du lernen musst dann auch, dass du wirklich deinen Commandern und Captains vertraust, dass du dann sagst, gehen sie zu dem und reden mit denen. Und dass du dir nicht alles aneignen darfst. Ja. Ja? Ähm. Ein bisschen selektieren einfach. Ja. Würdest du dich mal umziehen gehen und dir deinen Assistant Chief Hemd holen? Oh ja, aber ich gehe jetzt eh gleich... Ja, komm, hol das noch und dann fahren wir zusammen zurück. Okay? Okay, mach ich. Okay. Alles klar, dann schick die zwei mal rein, ja? Mach ich. Was ein Tag. So, Frau Adams. Hallo. Machen Sie, dann drehen Sie Men in Black. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ähm, ich möchte die alten Kamellen endlich weg haben. Ähm, hier die Internas wegen Dudi und Frau Wood. Ja, ach wunderbar. Genau, also bei Dudi bin ich zu einem Ergebnis gekommen, die Frau Freya. Was? Nochmal langsamer jetzt. Was? Okay. Frau Adams, Sie sind wieder im Modus. Muss ich einen Schalter umlegen? Jetzt nochmal von vorne. Jeder versteht mich, aber Sie nicht. Ja, das weiß ich doch nicht, was für ein Akzent Sie da sprechen. Australisch. Wissen Sie was? Nee. Also, Tanaka meinte letzt, er hat einen Übersetzer, hier Adams-Übersetzer sich gekauft. Ein Adams-Ear brauche ich auch, so ein kleines Buch. Okay. Also, Dudi bin ich zu dem Entschluss gekommen und auch ermittlungstechnisch, dass das Blödsinn ist. Frau Freya hat bei Herr Dudi eine Anzeige gestellt und der war das wohl zu heikel. Die hat kalte Füße gekriegt und wollte ihre Sachen geschwärzt haben. Dieses ist mit Herr Spektor auch gemacht worden. Und dann kam ja das von wegen, dass Herr Dudi es ausgeplaudert hat bei einem Zivilisten. Wer ist denn Pro, Hanni? Chief Assistant Chief wäre es dagegen. Plus für Pro, Minus für Nein. ...nichtig machen wollte, weil den Herrn, was er angegeben hat, diesen Matt, ist selber so eine blaute Tasche. Da war ich selber beim Tätowierer. Die Dame ist ja auch Tätowiererin mit Frau Müller und meinem besten Freund von Pittsburgh. War mir beim Tattoo-Studio. Und da hat er selber rausgeplaudert, dass er angeschossen wurde und die Leute sind hinter mir her. Also war das mit Dudi jetzt dann ... Ist nicht dich. Okay, dann streichen wir das. Ja, check. Dann sagen Sie ihm auch da Bescheid, dass da das abgehakt ist. Okay, dann bei Frau Ella Wood ist es anders. Da musste ich nur in die Akte reingucken. Sie muss ja Herrn Calloway erzählt haben, dass er angezeigt worden ist. und was der Vorwurf ist von ihm. Und das ... Also so dumm. Ja gut, für uns gut. Das hat er tatsächlich auch in seiner Aussage getätigt, dass Frau Wood ihm erzählt hat, was die Dame ihm vorwirft und warum sie ihm anzeigt. Also zu welcher Schlussfolgerung kommen Sie? Dass sie da ihm schon, bevor er hier war bei uns, erzählt hat, dass er angezeigt worden ist und warum? Also sagen Sie, dass Frau Wood intern herausgegeben hat? Ja, das können Sie ja selber nachlesen. Ja, ich lese da gar nichts nach. Sie sind Detektiv und Sie sagen mir, was Ihre Empfehlung ist. Sie, Ihr Urteil ... Also, Frau Ellems, wie lange sind Sie im PD schon? Ich bin jetzt fast zwei Jahre im PD. Sie sind nicht jemand, der jemanden an den Karren pisst und Sie haben eigentlich ein gutes Herz. Deswegen glaube ich, dass wenn Sie sowas ermitteln und Sie sehen da etwas kritisch, dass ich Ihnen das Vertrauen entgegenbringe und Herr Büschloff sieht Sie auch so als seine Nummer zwei, korrekt? Genau. Ja, deswegen ... Und das bestätigte er auch in seiner Aussage, dass Frau Wood ihm erzählt hat, was ihm vorgeworfen wird, was sie erzählt. Okay, und was wollen Sie jetzt tun? Gut, die Entscheidung, es ist interne Rausgabe. Die Sie beweisen können. Genau, ich habe auch geschaut, es gab keinen Anwalt, wo der Herr Akteneinsicht beantragen konnte. Ja. Und ... Die Bestrafung entscheiden Sie. Was empfehlen Sie? Kündigung? Suspendierung? Ich würde eine Suspendierung. Auf jeden Fall. Mhm. Welchen Rang haben Sie? Ich bin Sergeant 1. Ich würde sie für zwei Tage suspendieren. Mhm. Und? Ähm ... Hm. Ich glaube, ist Frau Wood nicht in der Administrative? Ich weiß es nicht. Nee, oder? Nein, das ist Frau Rowley. Genau, Frau Rowley. Ich würde sie auf jeden Fall für zwei Tage suspendieren. Ich weiß jetzt nicht, was für aktueller Rang sie hat. Mhm. Okay. Ob sie da ... Sie kriegen von mir eine Aufgabe. Mhm. Sie werden in meinen Namen Folgendes tun. Ja. Sie werden, ähm ... Assistant Chief Marshall eine Aufgabe geben. Oh, Sie ... Wissen Sie das schon? Nee. Okay. Es hat sich im LSPD noch mal ein bisschen die Struktur geändert. Mhm. Es gibt jetzt einen neuen Assistant Chief. Okay. Das ist Frau Marshall. Okay. So, und es gibt einen neuen Commander der Operations. Aber ich schreibe es nachher in das schwarze Brett. Okay, alles klar. Sie werden Frau Marshall oder einen Commander Ihrer Wahl hinzuziehen und Sie werden eine Suspendierung und die Strafe aussprechen in meinem Namen. Ich erlaube es Ihnen. Ja? Okay. Ähm ... Genau. Und Sie können das ja auch begründen. Ich möchte, dass Sie aber drei Tage suspendieren. Okay. Und dass Sie, ähm ... Die Dame soll sich bei Herrn Kowalski melden. Bei dem nächsten Haftantritt soll Sie das unterstützen unter den Aufgaben von Mr. Kowalski. Okay, alles klar. Ja. Okay. Und weisen Sie sie ausdrücklich auf den Fehler hin. Also erklären Sie ihr den Fehler. Ja, klar. So wie damals bei Frau Kater. Genau. Genau. Dann habe ich noch was. Sie haben mich ja damals gefragt, als Herr Bischloff zu Ihnen sagte, er möchte mich als Stellvertreter haben. Mhm. Was ein Detektiv ausmacht. Mhm. Ein Detektiv ist ja zielorientiert. Mhm. Mhm. So. Wollen Sie mir nicht beantworten damals, Frau Adams, ne? Ja, es war ein heftiger Tag. Aber es ist überrumpelt. Ja, es war auch ein heftiger Tag. Okay. Und ein Funk mit den gleichen Fällen und Unfall und so. Alles gut, ja. Frau Adams, was macht ein Detektiv aus? Ein Detektiv macht aus, er ist zielorientiert und diskret. Er recherchiert und observiert. Er ermittelt und beobachtet Leute oder Objekte. Die Detektivs müssen Gute, Geduld, Genauigkeit und gute Beobachtungsgabe haben. Und genau das setzen wir auch bei unseren Leuten voraus, Mhm. Die mir zu uns holen. Äh, wir haben aktuell viele Fälle, Mhm. Heikle Fälle, Mhm. Wo wir auch uns reinknien. Äh, wir konzentrieren uns auf die Fälle. Äh, Sie wissen ja auch, dass ich aktuell oder die ganze Zeit eigentlich schon spät in den Dienst komme. Mhm. Äh, dazu natürlich unterstützen wir auch den Streifendienst. Jetzt ist mein Problem. Es wurde, Herr Büschloff hat mit Herr Kukum gesprochen, dass wir keine Module anbieten können, weil wir uns auf unsere Arbeit konzentrieren müssen. Ja, das sowieso. Sie bilden nicht weiter. Sie fokussieren sich auf die Detective-Arbeit. Genau, aber Herr Kukum kam jetzt weitere zweimal auf hinzu und meinte, wir müssen es tun. Aber es funktioniert nicht. Herr Büschloff kann oder Sie können von der Detective-Unit gar nicht ausbilden, weil Sie dafür die Zeit nicht haben. Ich habe Herr Büschloff, ich werde das Herr Büschloff jetzt aber auch noch mal mitteilen. Ist er im Dienst? Wissen Sie das? Nee, ähm, er hat mir heute geschrieben, also die letzten Tage hat er sich vom Unfall ausgeruht, da war dann ich da. Ja, das kann ich, weil ich einen Unfalle meine. Mit den Leuten, ja, Lüggloff, ähm, da habe dann ich die Leute mit an die Hand genommen. Wie gesagt, wir sind ja ein Team und alles, wir arbeiten auch mit Williams gerade zusammen, ja, wegen dem Fall Veritatis, wir haben heute Nacht entschlüsselt, ähm, also wir sind in mehreren Sachen, auch der Fall von Frau Nava ist aktuell bei der Staatsanwaltschaft, äh, wir werden, also arbeiten weiter mit denen zusammen, aktuell ja auch mit Veritatis, wir haben mehrere Baustellen. Ja, sie bilden nicht aus. Okay, können Sie das, Herr Kukum, bitte noch mitteilen? Ja, ich werde hoffentlich dran denken und das morgen thematisieren. Okay, perfekt. Wissen Sie, ob der morgen da ist, der Herr Kukum? Ich weiß es nicht, also normal, ja, keine Ahnung, aber wie gesagt, ich muss, wir müssen uns da drauf konzentrieren und ganz ehrlich, wir wollen nicht, dass jetzt nach kurzer Zeit die wieder eingestampft wird und wir wollen Ergebnisse haben und auch Verurteilungen haben. Wir haben auch schon mit den Richtern gesprochen, wir haben eben die gesprochen, wie man das machen kann und so, dass wir uns vielleicht mal unterschleusen könnten oder so. Das stellt sich der Herr Miller noch ein bisschen klar. Ja, schwierig. Genau, aber da sind wir alles dran. Wie sieht es jetzt aber aktuell aus, weil Sie da ja auch keine Zu- oder Absage gegeben haben wegen der Stellvertretung von Herrn Bischloff? Das werden Sie ja dann wahrscheinlich wollen, oder? Natürlich möchte ich. Naja, das ist ein bisschen problematisch bei Ihnen. Ich kann Herrn Bischloff nicht zum Käpt'n machen und will es auch nicht. Das ist egal, ich bleibe auch Sergeant, das ist mir wurscht. Hauptsache es ist klar, okay, ich bin die Stellvertretung. Wenn Herr Bischloff damit einverstanden ist, dann sind Sie die rechte Hand und die Stellvertretung von Mr. Bischloff und Sie werden auf den Sergeant 2 herangesetzt. Okay, ja, er hat mich ja gefragt. Hätten Sie da Interesse dran? Ja, klar. Dann kontaktieren Sie bitte den Herrn Winters, der glaube ich draußen steht und sagen Sie ihm, er soll Sie befördern auf den Rang Sergeant 2. Alles klar. Jetzt noch eine, nee, eher zwei. Der Sultan aktuell, was wir haben, der ist nur mit Schlüssel, wir haben einen Schlüssel. Wo ist dieser Schlüssel? Dieser Schlüssel haben wir, wir haben ein Schloss wechselassen. Wo ist dieses Auto? Das Auto ist hier auf dem bunten Parkhaus. Okay. Sie wollen das ins RDP eintragen lassen, ja? Schicken Sie mir per E-Mail das Kennzeichen und schreiben Sie in den Titel Walter Weiß, machen Sie dieses Auto ins RDP mit Caps Lock und einfach das Kennzeichen reinschreiben, ja? Okay, perfekt. Dann hätten wir gern, also ich habe mich darum gekümmert gerade bei U-Tools, wir hätten gern unsere alten Hosen, da die Kampfhosen, was wir damals als Uniform hatten. Bei U-Tools gibt es die aber nur noch exklusiv, es ist nur zur Observierung, wenn wir hier im Busch liegen müssen oder was weiß ich, also wirklich nur da dafür. Aber es ist exklusiv nur für Meriweather bei U-Tools. Also die haben jetzt wohl die Rechte bei U-Tools gekriegt. Haben wir die irgendwie bei Cyprus oder so? Fragen Sie nach. Okay. Herr Pischloff soll das melden oder wenden Sie sich an Mr. Anderson, was das betrifft. Okay, ja, Herr Anderson wollte mit Ihnen kurz schließen. Ja, sagen Sie, Herr Anderson, dass er sich darum kümmern soll. Okay, perfekt, gut. Jetzt ist Herr Williams und so nach draußen, weil wir hatten auch ein Gespräch mit Veritas mit der Staatsanwaltschaft, dann würde ich die dazu mit reinholen. Ja, lassen Sie, also worum geht es denn da jetzt? Es geht darum, wir hatten diese Woche ein Gespräch mit der Staatsanwaltschaft. Also ich bin nämlich, jetzt wissen Sie, nicht falsch erschienen, ich bin jetzt seit fünf Stunden in diesem Zimmer hier. Ja. Ja, seit fünf. Deswegen, ähm, ist das mal eine Frage, wie lange sind Sie, wann sind Sie morgen da? Ja, ich bin ab, ja, 20 Uhr. Okay, wann sind die beiden, ich bin morgen ziemlich lange da. Können wir dieses Gespräch auf morgen verlegen? Ja, können wir auch. Okay, dann wäre Herr Büschloff, glaube ich, auch da, oder? Also er hat mir heute geschrieben, dass er morgen wieder da ist. Ja, dann ist doch perfekt. Okay. Dann kommen Sie morgen Abend zu mir ins Büro und dann sprechen wir das mit den zwei vom MST. Ja? Alles klar. Ich hoffe, ich sehe mir das jetzt nicht böse, aber fünf Stunden. Nee, 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 ich weiß es ja selber. Also, gut, Sie haben da mehr. Okay, alles klar. Check. Ich danke Ihnen, ja, Frau Adams. Ja, ich habe zu danken. Und wie gesagt, gehen Sie zu Herrn Winters, er soll Sie befördern. Glückwunsch. Sie machen gute Arbeit, ja, haben Sie sich verdient. Dankeschön. Check. Danke. Und jetzt gehen Sie auf Streife oder Feierabend? Nee, ich werde jetzt gleich Feierabend machen. Ich muss noch kurz mich um was kümmern und dann mache ich Feierabend. Okay, also, Feierabend, hopp hopp. Aus der Freire, Adams. Schönen Abend wünsche ich Ihnen. So. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut, freut mich. Perfekt. So. Gibt kein Hemd für mich. War es doch, safe. Nein, doch. Hast du generell die Frauenklamotten gesehen, Hanni? Da ist ein Schiethemd und ein Kommandohemd. Ganz, ganz, ganz unten muss eins sein. Ganz unten. Am besten nochmal, ich bin da alle nochmal in Ruhe durchgucken. Mach ich mal. So. Chef, eine Sache habe ich noch, da muss ich dir, bevor ich das mit dem Star-Jong habe, da will ich dein Go haben, und zwar jetzt. Ich habe das öfter schon mal angesprochen für die Administration. Ein LSPD-Administration-Account bei Venture. Bitte. Ich kann, also jetzt, wenn das so groß ist mittlerweile, da können die Akteneinsichten von den Anwälten hin, da können die Anfragen von der Staatsanwaltschaft wegen Accounts erstellen und Accounts sperren hin. Erstellen Sie, warten Sie. Erstellen Sie mal diesen Account. So. Danke. So, und dann schicken Sie mir und der Frau Marschel das Passwort davon. Absolut. Das ist gar kein Problem, das kriegen wir. So, ja, dann machen Sie das. Perfekt. Wenn Sie das entlastet, dann machen wir das so. Also, das Passwort würde jeder Mitarbeiter aus der Administration bekommen. Da sind aber keine Sachen drin, die kritisch sind. Und die Officer in der Administration sind ja sowieso schon länger dabei. Wenn einer dieser Officer aus dem LSPD rausgeht, müssen Sie jedes Mal das Passwort ändern. Denken Sie dran. Ist auf dem Schirm. Ja. Okay. Ist auf dem Schirm. Vielen Dank, ich werde dann bei Venture davor sprechen. Werd ich machen. Check. Gut. Und suchen Sie dieses Assistantschiefhemd. Ich suche das jetzt mal raus. Ich suche es morgen einfach. Gut. Ich lege es dir raus. Gucken Sie mal im Winters. Das heißt, Hanni, ich brauche noch fünf Minuten. Ist das okay? Ja, alles gut. Okay, dann gehen Sie doch mal im Zusammenhang. Ja. Ja, komm, ich komme einfach schnell mit. Ich lege es raus und lege es dir oben in die Kumpel. So, wie kann ich Ihnen jetzt noch helfen? Schief, noch eine Sache. Ja, es ist immer nur noch eine Sache. Scheiße. Hanni, wie geht es dir? Mit der Personalie Blacktide. Wie sieht es aus? Dankeschön. Ich habe sowieso... Bleibt im LS-LSPD. Soll ich den Assistant Chief oder Kommando meine Wahl? Kriegen wir jetzt jemand Neues? Ich nehme den Assistant Chief. Hat er denn eine Möglichkeit, irgendwann nach dem Sabatial... Ich denke drüber nach, aber aktuell nicht. Nein, wenn ich im Namen von Chief jemanden... Dann soll er sich weiter beweisen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Die Frau Adams kommt zu Ihnen noch, ja? Ja, wir haben noch etwas ganz, ganz Wichtiges, wirklich tatsächlich, damit Sie nicht irgendwie in einen Fall hineinbekommen. Es geht mittlerweile so ein bisschen das Gerücht rum, dass zwischen der SD22 und mir was laufen würde, was nicht der Fall ist, aber wir fachen das so ein bisschen mit an, weil es sollte das irgendwann mal in einem Vox-Post mit auftauchen und wir... Mein Gott, jetzt stehen Sie doch dazu, Sie zwei. Wir müssen doch jetzt nicht hier schüchtern sein. Also wirklich, also Sie zwei sind doch eine tolle... Gucken Sie mal, Sie zwei, wissen Sie, wie Sie aussehen? Als ich mal in Deutschland war, gab es die Bravo, ja? Da waren Sie beim Dr. Sommerabschnitt, da ging es dann um Aufklärung, wissen Sie? Sie beide identisch, ja, wenn man die... Wobei, das könnte man als Bruder und Schwester... Sie kommen ja aus dem Norden, sehen Sie? Also was ich ja mal sagen möchte, ist... Okay, da war gut, das muss ich Ihnen lassen, da war gut. Also ich sage Ihnen, ich glaube, Sie zwei solch einen Al-Dentis-Gutschein besorgen von der Frau Jäger. Wollen Sie den haben? Von Frau... Wie heißt es jetzt? Wollen Sie, Sie zwei, jetzt geben Sie sich einen Ruck. McLeod. Wissen Sie, die Leute, die immer so tun, ich spreche aus Erfahrung... Wollen Sie ab, ich gebe Ihnen da, da wird es aber doch bald knistern bei Ihnen, da wird aber der Kamin befeuert. Also, ne? Ja, müssen Sie wissen. Also wenn Sie das so, ich sage mal, indirekt anmelden möchten, aus ermittlungstaktischen Gründen natürlich, kann ich das nachvollziehen, ja? Wenn Sie aber möchten, dass das natürlich in eine seriöse Richtung geht, dann machen Sie ja natürlich Präventiv-Maßnahmen gerade hier, ne? Also es ging erst mal nur, wie gesagt, die Gerüchteküche ist haupt am Brodeln und es ist halt wirklich nur PD intern und... Warten Sie mal, Kowalski, kommen Sie mal her. Oh Gott, nein. Kowalski, wenn Sie die beiden ansehen, was sehen Sie dann? Zwei wunderbare Deputies. Was denken Sie, würden Sie sagen, die beiden Deputies würden ein Pärchen abgeben, gutes? Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie der private Stand bei denen ist, aber auf jeden Fall... Herr Kowalski, ich möchte bitte, dass Sie folgendes tun. Also, die arbeiten sehr, sehr gut zusammen. Ja, ich möchte, dass Sie beide mitnehmen. Wann haben Sie das nächste Mal Survival-Training? Wann ziehen Sie das denn mal durch wieder hier? Ja, ich muss ja noch mit Eddie, den muss ich ja noch durch... Was passiert hier? Dann machen Sie das Survival-Training mit Eddie und nehmen Sie die zwei bitte mit. Um Gottes Willen. Haben Sie Donnerstag Zeit, Kowalski? Äh... Ja, wahrscheinlich schon, ja. Okay. Haben Sie Donnerstag Zeit, Sie zwei? Um 21 Uhr. Ja, da wird der Herr Kowalski Sie so in die Situation bringen, dass Sie dummerweise, und jetzt halten Sie fest, dass Sie dummerweise hinfallen und der Dame leider auf den Mund fallen, um ihr das Leben zu retten. Ja, also... Ich habe noch eine bessere Idee. Ich werde Herr Williams so lange unter Wasser drücken, bis er halt von Frau Hooks Mund-zu-Mund behandelt werden muss. So, sehen Sie? Ja, sehen Sie. So läuft das im Norden, ja? So sieht... So läuft das im Norden. Wenn der Kowalski mit Ihnen fertig ist, dann haben Sie das Gefühl, Sie sind Bruder, Schwester, Vater und Sohn, alles zusammen, ja? So, äh... Alle drei zusammen, ja. 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 Nachricht von Ihnen, dass ich das verfolgen darf, schlafrechtlich bei mir eine Datenschutz-Ergebung. Also, was ist denn mit Herr Seiler? Der hat an Vox eine E-Mail geschickt über diesen... Ich habe ihm dann eine Mail auch geschickt. Ja. Ja. Der hat eine E-Mail an dieses Vox Veritatis geschickt, wo einiges drinsteht über diesen Fall, der bei Frau Kahrs in der Wohnung war, bezüglich dieser... Kündigen, danke. Egal, schickt er denn eine E-Mail? Nein, Kowalski. Schief noch eine Sache. Den kündigen wir. Nein, nein, es geht um Folgendes. Also, in letzter Zeit häufen sich die Gesprächsrunden über Sie und Winters. Also, dass Sie sozusagen der Mittelpunkt des Ärgernisses sind mit allem drum und dran. Also, der Norden schießt sich gerade auf Sie extrem ein. Auf mich? Ja. Ja, und? Nee, nichts Neues. Ja, das stimmt. Aber ich hoffe, dass Sie halt nicht irgendeinen Scheiß planen wieder. Wissen Sie, schauen Sie, haben Sie mal Game of Thrones gesehen? Hab ich. Ich bin, wissen Sie, ich bin der kleine Mann bei Game of Thrones. Wie heißt der? Der ist super. Ja. Nee, der bin ich gar nicht. Tyrion. Nee, der ist kacke. Warten Sie, ich bin, wer ist denn cool? Warten Sie mal. Wer cool ist? Ja. Wer ist cool bei Game of Thrones? Der Hund. Der Bluthund, der ist übelst cool, ne? Der ist cool. Aber er schiebt leider. Also, Sie sind der Wächter des Nordens. Ja? Aber ich bin der Herrscher der sieben Königslande. Ja? Und ist klar, dass Sie den Herrscher vom eisernen Thron. Hier, das ist der eiserne Thron. Sehen Sie den? Da wollen Sie mich runterdrücken, Herr Winters. Äh, Herr Kowalski. Das wird aber nicht der Fall sein. Weil der Wächter des Nordens kümmert sich darum, dass sein König am Leben bleibt. Richtig? Ja. Da ist ich voll in der Situation dann. Ähm. So. Lassen Sie die Leute labern. Ja? Herr Kowalski. Die Leute da oben im Norden. Ne? Sie vertreten mich da. Das machen Sie gut. Ja? Da hat es draußen geschneit, wie der Schnee? Ne. Ich dachte gerade. Achso, Chief. Nochmal mit Ihrer Rede. Ja. So großen Respekt. Also, ich kenne... Wissen Sie, was ich gedacht habe? Welche Rede? Als Sie... Ja. Als Sie am Pult standen. Unten im Pressebereich. Ja, bitte. Sie waren ja irgendwann mal an dem Gesprächspunkt... Oh, Sie weg vom Fenster. Jetzt habe ich gleich einen roten Punkt auf meinem Nacken. Ja. Sie waren in einem Gesprächspunkt, wo Sie dann gesagt haben, ja, und... Da war ja irgendwas... Sie haben es ja zugegeben und dann haben Sie ja gesagt, wer damit nicht klarkommt... Ja. Und dann habe ich eigentlich gedacht, darf die Marke niederlegen und sich verpissen. Ja. Aber dann haben Sie ja gesagt, darf dann gerne zur Staatsanwaltschaft gehen, eine Anzeige stellen. Also, Chief, ich weiß nicht, was mit Ihnen passiert ist, aber... Ein Mann des Gesetzes, Mr. Kowalski. So sieht es aus. Und genau das sage ich den Leuten. Sie haben guten Einfluss auf mich, Herr Kowalski. Sie sind ein guter. Sie sind genau da, wo Sie sind, richtig. Wir stehen nicht über dem Gesetz und das sage ich jedem klipp und klar. Jedem... Diese Uniform verpflichtet doch uns zu einer gewissen Neutralität. Richtig. Und die Leute fackeln unser SD ab. Und es gibt Leute, die mit diesen Hurensöhnen, die unser SD abfackeln, kooperieren und denen Informationen aus dem LSBD geben. Aber das ist nicht unser SD, das ist deren SD, das ist deren Steuergelder, die Idioten. Die zahlen gar keine Steuern. Wie? Das sollen die mal zeigen, wo auf deren Konto... Wissen Sie, Kowalski, das ist... San Andreas ist ein Steuerparadies. Warum hab ich schon mal... Panama. Kowalski, das... Raten Sie mal, warum jeder aus hier herkommt. Vor allem die Deutschen, die wollen alle hier leben. Ja, die... Oder? Ich hab gehört, da soll ja richtig besteuert werden. Ja. 80 Prozent. Deswegen, ich sag Ihnen ganz ehrlich, nee, 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 also... Wenn die Leute da argumentieren, das sind meine Steuern, dann sollen sie mir bitte auf ihre Abrechnung zeigen, wo sie was bezahlt haben. Weil das würde ich sehen. Das ist... Ich weiß nicht. Das ist das Totschlag-Argument. Ich sag mir ja meistens den Leuten hier im LSBD, das ist Leben in der gesicherten Armut. Wollen Sie ein Stück Schokolade, Kowalski? Kommen Sie hier. Schokolade für euch. Ich hab hier Schokolade für Sie. Gucken Sie mal, hab ich gekauft hier. Bitteschön. Da Koffein drin. Weiß ich nicht. Warum sind Sie so müde? Ja, total. Warum essen Sie jetzt einen Toast? Nein, also... Schokoladentoast, kennen Sie? Kennen Sie diese Plättchen, die man... Ja, ist es... Ist es so? Haben Sie das mal gegessen? Voll geil. Schokoladenplatten. Also ich sag Ihnen damals... Ja. Meine... Also ich sag Ihnen, damals hab ich das so gern, das knackt ja auch schön. Oh, hören Sie mir auf, das ist voll ein befriedigendes Gefühl. Ein Brötchen, ein Brötchen. Ja, 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 das ist richtig geil. Ein richtig befriedigendes Gefühl, ich fühl's. Ich auch. So, aber Seiler kündigen wir, weil das ist mir... Das machen Sie, ja klar. Also das ist... Haben Sie das mitbekommen, den Fall, was da passiert? Ich hab das jetzt mitbekommen, also das ist ja Wahnsinn. Ja. Sie können die Königin sprechen, kommen Sie mit. Erwarten Sie, Herr Kowalski. Ja, ich bin nicht durch. Äh, Herr Winters, holen Sie mal den Herr Seiler rein. Ähm, und da haben Sie mich dann durch. Ganz kurz erst mit Ihnen. Ganz kurz mit Ihnen erst. Warten Sie noch eine Sekunde, ich ruf Sie rein. Er ist gekündigt. Wissen Sie denn... Was? Ja, er wird gekündigt. Ah, okay. Also Sie haben schon alle Informationen, was passiert ist und was er gemacht hat. Ich hab zwei Sätze gehört, die haben mir gereicht. Informationen weitergeben und denen eine E-Mail geschrieben und ein Statement, äh, zu Terroristen geschickt, die den Herrn, äh, Kowalski beinahe umgebracht hätten und andere Kollegen. Ich hab gar keinen Bock auf sowas. Ja, genau, genau. Fairerweise muss man sagen, er hat keine Interne rausgegeben und Co. Ähm, das Einzige, was er tatsächlich gemacht hat, ist, er hat im Namen des LSPDs geschrieben, ja. Wer gibt ihm das Recht dafür? Nein, genau, richtig. Nein, nein, also da haben Sie vollkommen recht. Ich möchte nur nicht, dass ihm Unrecht getan wird, indem man behauptet, er hat Informationen weitergegeben. Er war an diesem Abend als Zivilist vor Ort, da kann er alles sagen, was er möchte, tatsächlich. Er war da auch noch kein Officer. Das muss man fairerweise sagen. Ja, aber ich bin... Nun stimme ich ihm zu. Ich sehe da ein Vertrauensverwürfnis, also, wenn er da selbstständig... Das finde ich vollkommen bei Ihnen. Ne? Ich wollte nur, dass Sie die Wahrheit, also, dass Sie alles wissen. Ich weiß, Herr Kowalski ist jetzt Ihre Nummer, ja? Alles klar, Herr Seiler, kommen Sie rein. Lassen Sie allen Frust raus, den Sie haben. Kommen Sie näher, Jungen Mann. Guten Abend, Herr Seiler. Herr Seiler, können Sie sich vorstellen, warum Sie hier sind? Und jetzt in diesem Büro, wo der Chief da ist, wo der Commander Winters nur neben dem Chief steht? Weil ich eine E-Mail, weil ich suspendiert bin, weil ich eine E-Mail in Vox Veritatis geschrieben habe. Ja, genau. Wie kommen Sie dazu, an Vox Veritatis eine E-Mail zu schreiben? Ich hasse Lügen. Und in dem Fall war ich tatsächlich, als ich die E-Mail geschrieben habe, ich war in dem Abend sogar selber dabei. Ich war da der DJ, als Zivilist, aber ich war hier noch nicht angestellt, der PD, und habe das Ganze selber miterlebt. Und ich hasse es, wenn gelogen wird. Und Sie schreiben im Namen des LSPDs eine E-Mail an Vox Veritatis? Nein, das war eigentlich nicht im Namen des LSPDs tatsächlich. Zu den privaten Namen. Sie hassen Lügen. Und dann verbreiten Sie solche Informationen an die Leute, Ich sag's immer noch, Peter, schade, dass Apple Stone weg ist. Ich find's mega schade, wirklich. Ich vermisse die im LSPD. Die Informationen haben, die normalerweise keiner diese Informationen hat. Ich hoffe, die ihr krepiert und du machst den neuen Charakter. Wer hinter dem ganzen steckt, wusste ich bis jetzt gerade nicht. Ich hatte nur eine vage Vermutung, aber... Sehen Sie den Mann, der zu meiner Linken steht, zu Ihrer Rechten? Der Herr Kowalski. Der Herr Kowalski. Welche Position hat der Herr Kowalski? Sie können froh sein, dass der Kowalski hier steht. Wissen Sie, die Leute haben ihn beinahe umgebracht, indem sie den in ein flammendes Inferno geschickt haben. Inklusive drei weiteren Deputies. Das ist praktisch so, wenn die Mutter der Drachen die Drachen dahin schickt und die machen mit Feuer, spucken die aufs Gebäude. Entschuldigung, ich hab aktuell zu viele Serien geguckt. Was ich damit sagen möchte, ist, dass der Herr Kowalski... Wer Herr Kowalski Elend tut, der sticht mir zweimal ins Herz, weil Herr Kowalski ein liebenswerter Kerl ist, wissen Sie. Und den in Brand zu setzen, den in Verleumdung zu stellen, den unter zu jubeln, dass er das SD angezündet hat. Und dass Sie dann... Herr Kowalski, wir setzen Ihnen das Gespräch fort. Ich möchte das jetzt hier nicht. Ich hab Ihnen was auferlegt. Also, Herr Seiler, was würden Sie denn an unserer Stelle denn tun, wenn... Das ist ein Vertrauensbruch, den Sie da begangen haben. Wie sollen wir denn Ihnen jemals wieder vertrauen? Sagen Sie mir das. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es auch nicht. Was haben Sie sich bei der ganzen Scheiße denn gedacht? Sie sind doch ein guter Officer. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Sind Sie mit April Stone Carsten noch in einer Beziehung? Ja, das bin ich ja. Haben Sie dir irgendwas aus dem LSPD weitergegeben? Nein. Okay. Warum sollte ich Ihnen das glauben? Was ist, wenn Frau Stone sich verhaspelt hat und mir etwas erzählt hat in einem Telefonat? Vielleicht sind Sie deswegen eigentlich hier, Herr Seiler, und wir wollen Sie gerade auf der Geduldsprobe stellen, um zu gucken, ob Sie die Wahrheit sagen, Herr Seiler. Ich frage Sie jetzt nochmal. Haben Sie Frau Stone irgendwas erzählt? Denken Sie mal drüber nach. Ich habe Frau Stone nicht mal über die E-Mail erzählt. Herr Kowalski? Sie wussten, dass die Frau Stone auf der Fahndungsliste steht, korrekt? Ja, das ist richtig. Ich habe sie... Und Ihre Aussage war dazu, dass sie... Ein Kollege hat sie gefragt, dass Sie die Polizei rufen sollen, wenn Sie die Frau Stone privat sehen. Und das haben Sie... Was haben Sie da gesagt? Dass ich das ehrlich gesagt nicht kann, aber ich kann versuchen, Sie zu überreden. Das haben Sie gesagt? Ja. Und ich habe es geschafft, Sie zu überreden, um in meinen Speedy zu kommen. Freiwillig. Ohne großes Trager. Weil ich möchte nicht mit Straftätern zusammen sein. Sind Sie aber. Ja gut, bis auf die kleine Satan-Sache, die sie mir erzählt hat. Und ansonsten... Satan? Ja, nicht fragen. Ist schon durch. Herr Kowalski, fortsetzen bitte. Gut, Herr Seiler. Wir haben im Gremium besprochen, dass das natürlich auch für uns nicht tragbar ist. Es besteht irgendwo dann ja auch ein Interessenskonflikt. Und... Wir sind zum Entschluss gekommen, dass wir Sie heute und hier auch kündigen werden. Okay. Dann bräuchte ich aber tatsächlich noch ein paar Sachen aus meinem Spinn. Da sind noch private Dinge drin. Ja, private Sachen dürfen Sie da noch gerne mitnehmen. Unter Prämisse, dass einer der Commander Sie begleitet und das überprüft, was Sie aus dem Spinn draußen immer was nicht. Natürlich. Ja, da sind noch ein paar private Sachen drin. Ich hatte reingeguckt bei der Sussendierung. Gut. Mr. Seiler, ich wünsche Ihnen dennoch alles Gute. Rufen Sie mir die Gattin. Halten Sie die Ohren steif. Aber eine Kündigung heißt nie, dass Sie niemals hier wieder anfangen dürfen. Es gab auch andere Personen, die gekündigt wurden und wieder neu hier anfangen durften. Grüße an die Gattin. Und denken Sie darüber nach, was Sie getan haben. Weil letztendlich ist es so, ich verstehe Ihren Ansatz, aber das war weit über Ihre Gehaltsklasse. Ob oder nicht als Officer. Okay. Gut. Mr. Winters, dann gehen Sie kurz einmal bitte mit. Ja, oder Herr Kowalski? Ja, ich mache das schon. Ich bin auch soweit durch. Alles klar. Schönen Abend noch, Tivi. Ich bin dann auch aus der Dienste. Machen Sie es gut, Herr Winters. Bis morgen, ja? Ja. Kowalski, bis morgen, ne? Ja, danke. Einen schönen Abend, Lino. Danke, gleichfalls. Wissen Sie, bei Gemma for uns gibt es diese eine Szene, Kowalski, wo dieser Berg dem anderen Typen die Augen beim Kampf ausdrückt. Erinnern Sie sich? Boah, das hätte ich nicht gedacht, oder? Na doch, ich habe damit gerechnet, dass sie, die haben die Szene so lange gezeigt. Ja, das stimmt aber auch. Aber der war, der war eigentlich fit, aber der hat emotional gehandelt, das war das Problem. Das Problem ist... Das ist immer dieses Reden, anstatt einfach dieses Ding einfach in seinen Körper zu jagen und fertig. Das Problem ist, Kowalski, hätten die das SDI abgefackelt und sie wären draufgegangen, dann wäre ich der Berg gewesen und er wäre der Mann am Boden gewesen. Jeder, der da irgendwie ansatzweise in Verbindung steht. Ich weiß nicht, Chief. Sie sind ja nicht der Berg, wenn man sich ihren Kopf anguckt. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht mit dem Seiler und mit allem drum und dran. Er will, dass die Wahrheit rauskommt. Ach, er soll die Fresse halten. Aber das ist doch der komplette Scheiß-Ansatz, ganz ehrlich. Wie oft hatten wir das mal? Ja. Das ist immer das Gleiche, die lernen nicht, die Cops. Ja, das Problem ist, die verstehen das Spiel nicht. Nee. Das ist genauso wie die im Norden. Die wollen sie weghaben von den Posten. Was denken die denn, da entsteht ein Machtvakuum oder was? Haben die Game of Thrones noch nicht geguckt? Guck, da stehen schon fünf andere, die vielleicht sogar noch schlimmer sind. Noch schlimmer? In den Startlöchern. Was soll das denn heißen, Kowalski? Wenn er ein harmloser schiebt. In deren Augen, verstehen sie. Also in deren Augen sind sie schlimm. Aber woher wollen die denn wissen, ob da jetzt noch ein Besserer oder was kommt? Und das Schwellige noch habe ich verstanden, Herr Kowalski. Es geht einfach nur darum, manchmal ist es vom Vorteil, seinen Feind zu kennen. Bin ich ihr Feind? Nicht meiner, Sir. Aber ich denke mal, sie sind der Feind der Leute, die im Norden waren. Ja, bin der Feind der Leute im Süden, der Feind der Leute im Norden, im Westen und im Osten, weil ich der Chef der Polizei bin und ich ein gehasster Mensch bin, weil die Leute nämlich wollen, dass ich krepiere. Aber sie denken, dass wenn ich krepiere, bricht der Staat zusammen. Aber dann kommt ein neuer Assistant Chief oder ein neuer Chief. Wissen Sie? Und dieser Chief, der wird dann, wie Sie sagten, noch härter regieren, noch andere Ansätze haben. Stellen Sie mal vor, Pearson wäre der Chief. Die im Norden, die würden jeden Tag überfahren werden. Jeden Tag, jeden Tag, wenn er ne David ein hat, alles drum und dran, da bin ich noch harmlos. Und die komplett auseinandernehmen. Die würden mich wieder auseinanderbuddeln. Äh, ausbuddeln. Die würden hundertprozentig. Also nach der Aktion hätte ich ne Sperrstunde, ab 22 Uhr, Militär, mit allem drum und dran, fertig. Das wollen die? Wollten die das wirklich erreichen? Was erwarten die denn? Sollte nochmal sowas passieren, dann wird es sowas geben. Sperrstunde, 22 Uhr, jeder wird kontrolliert. Überall. Gut. Gut, Kowalski, haben Sie das Geld beim Alli? Ich brauche es überwiesen. Achso, ja, habe ich. Die Mule ist da. Die Kontonummer habe ich, mache ich jetzt gleich im Anschluss direkt. Die Mule ist da, Kowalski. Sie ist da. Jetzt brauche ich nur noch einen LKW-Führerschein, dann passt das. Haben Sie den nicht? Ich mache den. Wann hatte ich denn? Letztes Mal wurde ich angeschlossen und allem drum und dran. Ja, verstehe ich. Würde mir dann wünschen, dass Sie danach so ein Trucker-Outfit anhaben, Herr Kowalski, ne? Auf jeden Fall. Flanellhemd. So. Okay. Gut. Ja, dann, Anni, ich gehe mich kurz umziehen, dann können wir los, ja? Ja, ich warte hier. Kann ich die Akte eröffnen bezüglich der Datenschutz oder haben Sie das andersweit geklärt mit dem Herrn? Datenschutz? Ähm, es geht darum, sollte der Herr Seiler von Ihnen, dass das interner war, was er rausgegeben hat. Ich glaube, die Kündigung ist schon gemein genug. Ja, weil es darum geht, ob er noch mehr irgendwie... Ja, versuchen Sie, das durchzukriegen. Sie haben ein Go. Ja, nee, weil die Frau war mir jetzt meine, du brauchst eine Akte. Ja, dann legen Sie die Akte an. Ja, check. Legen Sie die Akte an, ja? Okay, gut. Das ist das, was ich schon mal. Okay. So, und wann... Achso, haben Sie schon alle gehört vom Kollegen vom Esti? Wir haben ein neues Pärchen im LSPD. Ach, Gott. Hat das endlich mal die Runde gemacht, ne? Achso, ja. Habt ihr es endlich offiziell gemacht, ihr zwei ISM-Täne? Ich hab hier gar nichts offiziell gemacht. Herr Kowalski, sagen Sie mal ganz offizielle Töne jetzt als Ihr Commander. Machen Sie mal. Oh, Gott. Sind Sie denn jetzt... Ich weiß ja von nichts. Ja, das können Sie so sehen. Ja, ja, die haben gerade Audienz bei mir erbeten. Ja, dann Glückwunsch auf jeden Fall, ja? Lassen Sie sich das... Also halten Sie da Ihren... Das dient sich getrennt, ja? Bleiben Sie professionell, das ist das, was ich von Ihnen erwarte. Sollte ich Sie irgendwo im Streifenwagen... vorfinden, verschmolzen zusammen mit irgendwelchen Lippen oder sowas? Oh Gott, darf ich bitte gehen? Nein. Dann werde ich Sie auseinander schmelzen. Und verhüten Sie, wenn Sie keine Kinder haben möchten, ja? Wow. Wow. Ja, das ist ein guter Tipp. Ja, das stimmt. Oh, Mann. Oh, Kinder sind was Tolles. Oh, Mann. Ja, ein Esti voller kleiner Kinder ist doch... Magst du dich jetzt umziehen gehen? Ich kenne mir manchmal vor bei den Leuten, die wir im Esti haben, wie im Kindergarten. Ja, willkommen. Ich fühle mich tatsächlich, wissen Sie, dass es... Ich fühle mich wie in der Bärengruppe. Hier im LSPD immer. Naja. Okay, also... Und heiraten Sie nie, ja. Ja, heiraten Sie nie. Passen Sie auf, ich sage jetzt etwas. Das Letzte, was ich sage. Und Sie sagen einfach ganz schnell Ja, wenn ich den Satz ausgesprochen habe, okay? Oh Gott. Sie sagen das. Trau ihm, ja. Okay. So. Also Sie zwei. Mr. Williams. Mrs. Hooks. Ja? Folgendes. Wenn Sie beide heiraten, darf Walter Weiss Ihre Hochzeit organisieren. Ich wusste es. Ich wusste es. Sie sollen Ja sagen. Das war ein Ja. Seien Sie froh, dass ich die nicht organisiere. Das wäre irgendwie ein Fall. Kowalski ist im Rat der Hochzeitsorganisatoren. Gremium. Genau. Hochzeitsgremium. Kowalski hat 95% Mitspracherecht. Oha. Weiß, Sie werden tatsächlich... Die Braut wird oben ohne auf einem Bären einwandern. So, ja. Alles klar. In einer Art der Flinte und in einer Art der Motodella. Mem, glauben Sie mir, Sie werden mit dem Hubschrauber per Seil runtergelassen. Halbnackt. Auf einem Berg, ganz oben. Alles klar. Äh... Deutschland, wie fandet ihr heute der Bürotag? Ich weiß, da waren viele Leute, hätten gerne Action erlebt, aber ich fand das heute auch mal ganz cool, weil ich glaube, dieses Gespräch war längst überfällig. Und wir haben jetzt echt wichtige Entscheidungen getroffen für das PD entlastet mich auch selber ein bisschen, bin ich ganz ehrlich, weil das ist, glaube ich, ganz, ganz gut für uns mal. Also wir auch, dass wir auch, dass wir auch mal ein bisschen, ne, ein bisschen durchatmen können. Es hing ja wirklich sehr vieles an uns jetzt. Das ist jetzt alles ein bisschen, ähm... Ich weiß, wie schön, dass alles durcheinander hier ist, ne? Ähm, das ist jetzt ein bisschen strukturierter wieder, ja. Ich glaube, Anderson und Pearson, boah, Alter, das wird eine Übelkombi. Ähm, ich hoffe, dass Pearson das macht, weil die Kombi wird wirklich richtig abartig für die Leute. Ähm, aber ich freue mich drauf und ich glaube, dass das LSPD, ich jetzt als Coach sozusagen, ich jetzt, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr starkes LSPD habe. Also wirklich, ich habe ja Tanaka, Winters, dann habe ich, ähm, dann habe ich hier den Kowalski, dann habe ich die Ivanov, dann habe ich den Anderson, dann habe ich den Pearson. Also die ganzen Top-Namen, ähm, und, ähm, jetzt muss man natürlich dann weiter nach unten arbeiten. Ja, jetzt muss man weiter nach unten arbeiten und tatsächlich dafür sorgen, dass wir es hinbekommen, dass dann, ähm, dass dann die Sergeants und die Officer besser werden. Aber ich glaube, wir sind gerade auf einem echt guten Wege. Wallis Brause, wir haben die Mule, alles ist in Arbeit. Ähm, ja, wir haben, äh, Frau Adams zum, äh, Stellvertreter von Mr. Bischloff gemacht, also wir haben heute sehr, 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 sehr viel abgearbeitet. Sehr viel abgearbeitet. Nachi Kukum in der Ausbildung, der wird jetzt auch endlich, Pitaya, danke dir übrigens für elf Monate, Lisa, danke für sieben Monate, CBV, XFALEN, danke dir schon für zwei Monate, Little Light, danke dir für 16 Monate. Leute, noch eine tolle Nachricht, um 13 Uhr geht das Team schon wieder weiter mit GTA Roleplay um 13 Uhr. Wir brauchen nämlich Geld für Wallis Brause. Haha. Ich gehe mal ganz kurz pinkeln. Äh, weiter unten gibt es auch noch fähige Leute. Save, ja, 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 es gibt super viele Leute, die man auch fördern muss. Ich bin wieder da, einen Moment. Ich lenne ihn auch. Oh, perfekt. Oh, ja, 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 nein. Oh, stitching. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Oh, meine Blase, Leute. Boah, war gut. So, Nummer zwei. Machen wir los? Ja. Du bist aber Matsche, ne? Wie kommst du darauf? Klingt so. Ach. Ach komm, das war heute ein guter Tag, fand ich. Ein langer Tag. Ein sehr langer Tag. Nein. Bist du morgen da? Ja. Okay. Wie fühlt sich das jetzt so an? Weiß ich nicht. Ich bin zu müde, um irgendwas zu fühlen, glaube ich. Ich. Ich glaube, du wirst das gut machen. Ich bin mir eine Milliarde Prozent sicher. Am Anfang wirst du schwächeln, aber dann wirst du die Kurve kriegen. Okay. Bin ich mir sicher. Du wirst das gut machen. Fahren wir jetzt mit zwei Autos nach Hause, dass wir dann mal ein anderes noch dastehen haben? Ja, ich fahre ein Briot so. Okay. Boah, das ist aber wild heute kalt draußen. Es sieht richtig kalt aus. Ja, 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 ja. Ist es auch. Heute nachts soll ja wieder irgendwie Frost kommen und glätte und hast du nicht gesehen? Ja. Das gleich. Mach vorsichtig. Boah. Boah. Hey. Wie die mich abzieht. Ich komme da gar nicht mit. Ja, The One Witcher, aber wenn Leute in der Abteilung unzufrieden sind, ja, dann ist es doch dumm, die Leute in dieser Abteilung zu lassen. Das macht ja keinen Spaß, das ist ja auch für Natschi uncool, so weißt du. Aber diese Aussage hat sich hochgeschlafen. Leute, Alter, was geht bei euch? Habt ihr irgendwo Sex-RP mal hier gesehen oder so, ihr Lostis? Ja, manchmal, ne? Ihr werdet noch dankbar dafür sein, weil das bedeutet im Umgeschluss, dass Walter auch ein bisschen mehr auf Streife gehen kann. Ja, wo... Wissen die jetzt? Hä? Hä? Wie viele Spiele hatte Lucky Five heute, Leute? Ja? Äh, wo bist du? Zu Hause. Wo? Steht denn das Auto? Ja, ums Eck geparkt. Ach so, okay, ich dachte schon, dich hätte jemand aufgeschlitzt, ermordet oder entführt oder sowas, aber... Nee, ich lebe noch. Okay, ich komme. Aufsichtlich. Ah, bis gleich, warte. 733 Spieler. Holy fuck. Alle backup gemacht. Safe. Aber Old, wie das Update wird dir wahrscheinlich ein kürzer erscheinen. Dann geht's wieder los. Boah, alter Schwede! Bist du geisteskrank? Ich sagte, du wärst in der Wohnung drin. Ich schattet die ganze Zeit. Alter! Du wolltest dich nicht erschrecken, sorry. Boah! Tut mir leid. Du bist aber auch eine. Ja, wolltest du direkt, dass ich sterbe, damit du direkt nachrücken kannst, ne? Nein. Ja, ja. Komm, du musst jetzt noch kurz diesen Weihnachtsbaum aufziehen, bitte. Was muss ich? Diesen Weihnachtsbaum aufziehen. Wie aufziehen? Welchen aufziehen? Was? Das ist ein Hut. Da im Schrank. Oh, was hast du wieder getan? Welcher Hut? Das ist so. Leuchten, klassischer Baum. Ja. Okay, dreh dich. Geh weg. Ich komm da. Geh, geh. Mit Weihnachtspulli. Okay, warte. Oh Gott, nein. Das ist nur aus mir geworden. Nein, das ziehe ich nicht auf. Bitte mach. Warte. Warte. Hör auf zu lachen. Warum lachst du denn? Da hast du keiner noch nicht gesehen. Kann ja auch vielleicht scheiße aussehen. Ist egal, ich will es trotzdem sehen. Was ist? Was ist? Hast du da wieder für eine Scheiße gekauft? Wo ist denn der Spiegel hier? Hör mal auf zu lachen. Wo ist denn hier ein Spiegel? Oh mein Gott. Hast du ja gar nicht, wie das... Ach du Scheiße, guck mal, der Schatten. Mal weg, kurz weg. Was ist das denn? Ja, dieser Lache, ganz ehrlich. Mein Gott. Ich sehe gar nichts im Spiegel. Das ist ja so... Oh mein Gott, Hilfe. Das sieht aber gut aus. Was ist denn mit dir? Warum lachst du denn so? Ich weiß... Wenn du dich sehen würdest, würdest du das verstehen. Was? Wenn du dich selber sehen würdest, dann... Die habe ich doch gar nicht im Spiegel. Ich finde, das sieht doch gut aus. Ja. Ja. Also du würdest mich so entstellen. So würdest du mich also entstellen? Nur weil ich die Weihnachtselfe Walli bin? Hallo, mein Kind. Oh mein Gott, ich kriege Bauchschmerzen. Hallo, mein Kind. Oh mein Gott. Ich habe tolle Geschenke in meinem... Warte. Hier liegt was? Warte, ich hebe das mal kurz auf. Moment. Warte, geh mal rum. Ich habe eine Idee. Geh mal kurz rum. Wo rum? Einmal rum. Das darfst du nicht sehen. Warte. Okay. Hau, 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 meine Kinder. Ich habe eine tolle Geschenke mit euch drin. Ja, Sachen für die Allkleidersammlung, oder? Ja, sicher. Ich lege die mal wieder hier hin. Keine Ahnung, warum dein Möse liegt. Das ist aber auch ganz komisch. Kannst du die mal aufsetzen? Nee, ich glaube, mein Kopf ist so klein. Ja, lustig, wenn man die so umklappen könnte, die Mütze. Weißt du, was ich meine? Und dann nach hinten so. Zack. Aber ich habe einen Stern oben drauf, ne? Ja, das ist wunderschön. Ganz ehrlich, der leuchtet halt auch einfach im Dunkeln. Soll ich morgen so ins PD gehen und ganz ernsthafte Gespräche einfach führen? Einfach so heute bei der Kündigung von Seiler, die haben wir sagen müssen, Herr Seiler, was ist denn los? Wie kann ich Ihnen denn helfen? Und dann guck mal, das ist einfach die perfekte Mütze für einen Stromausfall. Du leuchtest trotzdem. Leuchtet die im Dunkeln? Als ob sie leuchtet. Ja, klar. Ich versuche mal, Frau Törner kurz zu kontaktieren, ob die das eh wer kontaktiert, dass sie den Stromausschalten. Muss ja nur kurz sein. So. Du bist denn einfach der leuchtende Stern, der den Weg zeigt oder so. Das ist schön. Das ist das Romantischste und Netteste, was du jemals zu mir gesagt hast. Ja, ne? Romantischer wird es jetzt auch nicht mehr, wenn ich jetzt schlafe. Gute Nacht, bis morgen. Ich werde morgen in meinen Weihnachtskaschmier-Pulli, werde ich... Er hat 200 Dollar gekostet. Bist du geisteskrank? Es hat fehlgezahlt. Okay, dann ist das in Ordnung. Ist dir geisteskrank? Die 200 Dollar hätten wie in Wallis Brau sind. Was ist denn da drauf eigentlich? Warte mal. Ein Engel, ein Mond, ein Haus, ein Geschenk, eine Schneeflocke. Ja. Okay. Und der Brief an den Weihnachtsmarkt. Klar, gut. Und wir müssen morgen das Hemd finden, ne? Ja, es gibt kein Hemd. Das wurde jetzt hoffentlich bestellt. Okay. Alles klar. Ja, ich laufe einfach weiter mit der Winterjacke. Dann sag ich nur... Nee, warte. Tschüss. Nee, warte. Ja. Okay. Bis morgen. Gute Nacht. What the fuck? Wie nice das aussieht. So, liebe Leute. Also. Ich. Wünsche euch. Und das ist der Chief of Police, Leute. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Wir sehen uns um 13 Uhr wieder. Bis 20 Uhr morgen. Und ich danke euch für den tollen Stream. Ich hoffe, ihr hattet... Ach, alles Gute morgen, Wünsche. Alles cool. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß heute. Ja? Äh, wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall beim nächsten Stream auch live dabei seid. Da wird es bestimmt ein bisschen mehr Action wieder geben. Und, ähm... Ja, Leute. Passt auf euch auf. Ne? Und ja, wer ist denn morgen dabei, Chat? Chat? Highlight war heute ganz klar Kowalski. Ey, komm mal, danke nochmal für die Sub-Bombe heute, ne? Ich glaube, das war doch heute, oder? Ihr seid wirklich so eine liebe Ehren-Community. Danke für den ganzen Support immer, ne? Ach, schön heute. Heute haben wir super viel gelacht. Heute war es echt schönes RP. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und es war produktiv. Gute Nacht, Leute. Bis morgen. Ciao. Ciao. Ciao.